Bei uns ist es so, ich weiß ja nicht, also ich habe die ganze Zeit gehört, dass Muslime jetzt am Ende in die Hölle gehen oder zumindest bestraft werden. Ich will nur gerne verstehen, warum. Ich meine, ich habe gehört, z.B. wir halten uns an die Gebote Gottes oder wir sind, keine Ahnung, ich habe das nicht verstanden. Ich würde das gerne halt erklärt bekommen. Ich kann es dir auch erklären. Also, scheiße, mein Computer ist zu. Oh Mist, ich mache mal kurz wieder an. Also, Jibril, wir führen einen normalen Dialog. Ich beleidige deine Religion nicht, aber ich kritisiere sie. Aber beleidigen tue ich schon mal gar nicht. Nur, dass du es schon mal jetzt weißt. Das ist meine Meinung. Ich kritisiere es, weil ich darin einfach keine Nächstenliebe finde. Habe ich bisher noch nie gefunden bei euch im Buch. Auch in den Hadithen habe ich noch nie Nächstenliebe bei euch gefunden. Und ich kritisiere es einfach nur, weil es Verse gibt, die gültig sind, auch heute noch. Das sehen wir jetzt in Nigeria, was diese Islamisten mit unseren christlichen Brüdern und Geschwistern angetan haben. Und jetzt lesen wir 29, Surah 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah, sein Gesandter, verboten haben. Allahs Gesandter ist ja Mohammed und wir glauben nicht an Mohammed. Hier sehen wir, dass dieser Vers auch gültig ist und hier sehen wir auch ganz, Holy Spirit, ich küsse dein Herz, Bruder, hier sehen wir auch, dass wir dann in diesem Moment Kuffare sind. Wir sind Kuffars, ja, laut dieser Vers. Wenn es ein anderer Vers gibt, wo wieder sagt, nein, es ist nicht so, dann haben wir hier einen ganz klaren Widerspruch. Ja, also dieser Vers ist schon mal gültig. So, warum? Weil du ja vorhin erwähnt hattest, warum du in der Hölle kommst. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, du hast dein Leben lang Zeit, was ihn anzunehmen. Aber in den Hadithen finden wir eine Überlieferungsquelle, who doesn't embrace Islam, do this with him. Nackentherapie. Das ist dein Prophet, seine Aussage. Guck mal, ich bin sehr sachlich, ja, Charlie, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich bin ein Mensch, ich bleibe sehr sachlich und ich bleibe bei der Wahrheit, was ich lese. Ja, wir versuchen hier nichts zu verdrehen, wie andere das machen. Ich mache das nicht. Ich bleibe sehr sachlich in dem, was ich mache. Weil das Problem ist, ich möchte nicht, dass später jemand hier reinkommt und sagt, hey, warum laberst du so einen Müll? Das steht doch gar nicht so drin. Ja, Songuku-Style, Dennis Nowak. Ich küsse dein Herz, Bruder. Wir bleiben sachlich. Ich werde deine Religion nicht beleidigen, aber ich werde es kritisieren, weil ich darin sehr viel finde, wo ich sagen kann, das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Null Gemeinsamkeit. Okay? So, wenn wir all diese Dinge sehen, Jesus sagt, du hast dein Leben lang Zeit, ihn anzunehmen, aber deine Schrift sagt, dein Mohammed sagt, hey, who doesn't embrace Islam is going to get this one. Darf ich was dazu sagen? Gleich kannst du weiterreden. Okay. Und wenn unser Buch, die Bibel, all diese Sachen schon prophezeit hat, was in der Bibel zu finden ist, frage ich mich eigentlich, warum sollen wir zum Islam konvertieren, wenn unsere Religion schon von Anfang an die Wahrheit ist und euch entlarven tut? Bitteschön. Charlie, ich küsse dein Herz. Sigi, ich küsse dein Herz. Du darfst reden. Aber ich möchte, dass du bitte auf diese Punkte eingehst. Wir wollen nicht springen. Alles gut. Okay. Wer hat es dir vorgelesen? Das kannst du bitte noch einmal vorlesen? Okay. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Wir glauben aber nicht an euren Gesandten. Ja. Weil die Bibel entlarvt sogar euren, äh, 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 die Bibel entlarvt sogar Mohammed, ja? Nun, in der Bibel steht es drin, dass jemand kommen wird und genau, äh, 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 ein falsches Evangelium predigen wird und wenn ein Engel kommt und ein falsches Evangelium predigt, so sei er verflucht. Ne, kleinen Moment, ganz kurz. Ja. Ja. An die 399, jetzt schon an die 400 Zuschauer, Gott segne euch allen. Jesus liebt euch. Gabriel, darf ich was fragen? Ja, gerne. Bist du Schiite oder Schiite oder bist du Koraniter oder was? Ich bin Schiite. Okay. Wieso? Du bist Schia? Ja, ich bin Schia. Ja, ich bin Schia. Wieso? Ach so. Ja. Guck mal, wo Flex gerade jetzt weg ist. Komm. Ein Bibelferst kann ich noch vorlesen von euch. Wartet. Geschwister, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 20. 21. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind ihn im Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und was steht am Ende? Kinder, hütet euch vor dem Götzen. Amen. Amen. Amen, Abu Schenks. Amen. So, genau. Ich habe, glaube ich, alle Punkte schon genannt. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Okay. Also, ich habe, glaube ich, alle Punkte genannt. Ich hoffe, du hast mich auch verstanden. Kannst du darauf dann auf diese Punkte eingehen? Love and Liebe, ich küsse dein Herzbruder. Jetzt. Also, zum Verschen, du vorgelesen hast. Ich hatte auch mal eine ähnliche Frage gehabt. Da habe ich im Koran gelesen und da ist mir etwas aufgefallen. Da bin ich mir sicher gewesen, ob das wirklich eigentlich mit dem Islam stimmt. Da habe ich gefragt, ein Gelehrter hat mir erklärt, wie man Wissen aus dem Koran extrahiert. Erstmal muss man wissen, der Koran, also die Suren da drin, sind nicht nach chronologischer Reihenfolge reingelegt. Es gibt ein anderes System, in dem sie im Koran stehen. Wir fangen mit der Surat al-Fatih an. Das übersetzt heißt, dass die Öffnung, damit beginnt auch der Koran. Dann kommt die größte Sure und dann bis zum Kisar-Sur, also zu den kleinen Suren. Jibril, bitte geh auf meine Punkte ein. Ich flehe dich an, im Namen Gottes, bitte. Ich komme daher dazu. Ich versuche, so ein Grundwissen aufzubauen. So, und das ist eine Sache. Das heißt, man muss gucken, wie, also diese Suche oder diese Eier, die du vorgelesen hast, wann kam die? Gibt es eine Suche, die danach kam? Diese Suche zum Beispiel ist einmal auscancelt, die sie dann ausweckt. In einem anderen Bereich im Koran, ich kann den leider jetzt nicht rausholen. Es ist so, da wird gesagt, wenn ihr im Islam ein anderes Land einnehmt, Juden, Christen, Muslime oder andere Religionen müssen unter dem Islam beschützt werden, werden deren Glaubensstätten und sie selber und ihrer Glauben. Der einzige Unterschied, den sie haben zum Islam oder zum Muslim, sie müssen eine höhere Steuer zahlen. Das ist das. Und dass du sagst, dass du das im Koran, also du den vorgelesen hast, das kann man nicht einfach aus dem Kontext ziehen. Du musst die ganze Suche von Anfang bis Ende lesen und du musst gucken, wann diese Suche erschienen ist, nach wem. Ich unterbreche dich nur eine Sekunde. Dieser Vers, den ich dir genannt habe, ist ein gültiger Vers und der gilt noch bis heute. Das ist kein Vers, der damals war, das ist ein Vers, der heute noch gilt. Du hast mich nicht verstanden. Der Koran, Suren sind nach Geschehnissen halt gesandt worden, zum Propheten. Okay? Da ist dieses Geschehnis entstanden und dann hat Gott das zu einem gesandt. Ganz kurz, also ist der Koran in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr gültig, weil es ist in der Geschehnissen passiert, richtig? Das hast du jetzt gerade eben selber bestätigt. Nein, das mache ich nicht so. Also, der Koran ist gültig. Ja, ich weiß, das hätte ich am Anfang ein bisschen komisch, aber ich erkläre dir das. Der Koran ist gültig. Manchmal stehen da aber Sachen drin, die sind nur geschichtlich da drin. Also, nochmal, der Koran, jede Suche ist gültig. Kannst du mir denn vorlesen, was davor stand? Das sind ja nicht nur ein Vers, da stehen so ein paar Sätze vor und danach. Oh, ihr glaubt, die Götzendiener sind fürwahr unrein. Das sind wir. Okay? So sollen sie sich dann gebeten, die Gebetstätte nach diesem Jahr... Ein Moment, ein Moment, bitte. Ihr seid doch keine Götzendiener. Doch, wir sind in euren Augen Götzendiener. Nein. Doch. Was heißt denn Götzendienst? Dass du an eine Statue glaubst. Dass du einen anderen... Okay, ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Ich mach's jetzt einfach, Abu Schenks. Viele Muslime nennen uns Kuffar. Okay, jetzt machen wir es noch einfacher. Aber ich nicht. Wenn wir keine Götzendiener sind, was sind wir dann? Sind wir dann in der Wahrheit, ja, oder? Ich erkläre das. Okay. Du lachst jetzt, aber lass mich nicht ausreden. Ich bitte bitte. Lass ihn mal ausreden, Flex. Komm, wir lassen ihn ausreden. Bitte. Du hast die Bühne. Alles klar. Der Islam untersteigt zwischen Kuffar, Magdoubi Aleyhim und Darlin. Kuffar heißt, du glaubst an einen anderen Gott. Ich als Muslim, ich bin schiitischer Muslim, ich glaube nicht, dass du an einen anderen Gott glaubst. Ich glaube an deinen Gott. Ich glaube nur, dass du zu den Darlin gehörst. Darlin kommt vom arabischen Wort Balal, was Dunkelheit bedeutet. Was übersetzt heißt, ihr seid im Schatten, okay? Was der Islam oder woran ich glaube ist, ihr habt es nicht richtig verstanden. Das ist woran ich glaube, okay? Nicht, dass ihr falsch seid, doch ihr seid falsch in meinen Augen, aber ihr seid nicht Kuffar. Das soll ich dir jetzt beweisen? Warte, Abu Schenks. Warte. Okay, danke. Darf ich reden? Ja, gerne. Also jetzt sind wir plötzlich keine Götzendiener mehr, sondern wir sind irregeleitet. Aber wir beten einen anderen Gott an. So, deiner Meinung nach, wenn wir jetzt, das hast du ja selber aus deinem Mund bestätigt vor 400 Leuten, also wenn wir jetzt einen anderen Gott anbeten, ist das Götzendienst ja oder nein? Ja. Also, dann ist dieser Vers, den ich vorgelesen habe, dann ist dieser Vers, den ich dir vorgelesen habe, gültig. Wir sind Götzendiener. Du hast es bestätigt. Okay. Habt ihr all diese Punkte genannt. Du hast ja jetzt bisher noch keiner dieser Punkte genannt und du bist ja auf gar keiner dieser Punkte eingegangen. Ja, es wird sich nichts daran ändern, dass dieser Vers, den ich dir vorgelesen habe, ein gültiger Vers ist. Weil wenn wir diesen Vers nehmen und das auf uns Christen, ja, wenn wir das übersetzen und die Deutung darauf, wenn wir darauf eingehen wollen, sind wir Götzendiener, weil wir dienen einem anderen Gott, dir dient einem anderen Gott, wir dienen einem anderen Gott. Also sind wir Götzendiener. Wenn du in der Kaba gehst und diesen Stein küssen tust, was macht denn dieser Stein? Vergibt er dir Sünden, ja oder nein? Nein, 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 okay, da musst du was verstehen. Wir beten nicht diesen Stein an, okay? Nein, nein, es geht nicht um den Stein anbeten. Es geht darum, vergib dir dieser Stein Sünden, ja oder nein? Meinst du die Kaba? Der schwarze Stein. Der schwarze Stein. Vergib dieser schwarze Stein, wenn du ihn geküsst hast. Vergibt er dir dann die Sünden, ja oder nein? Nein. Warte, was hast du gesagt? Wenn wir den Stein küssen, sollen uns alle Sünden vergeben werden? Ich weiß nicht, ich frage dich, vergibt er dir dann die Sünden, ja oder nein? Der Stein nicht, nein, es ist Gott. Okay, dann solltest du, dann solltest du die Hadithe, bist du Sunni oder Shia? Der Shia. Der Shia. Du bist Shia? Ja. Um Himmels Willen, dann glaubst du ja gar nicht an die sunnitische Köln. Ein Moment, wow, 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 was meinst du damit? Sunnit, also du glaubst nicht an die Sunna. Ich glaub an die Sunna Mohammed, ja. Sunna Mohammed, aber... Du glaubst an die Sunna Mohammed, okay, dann glaubst du ja wohl an die Hadithe, weil die Hadithe beziehen sich auf die Sunna. Ja, okay, ich erkläre das. Bei uns ist es der Unterschied zwischen Sunnit und Shia. Sag mal, du lachst direkt, das finde ich... Ein Moment. Nein, es ist nicht böse gemeint, aber ich merke, ich merke nur, du, du, egal, du darfst reden, es tut mir leid. Wenn ich dich beleidigt habe, tut es mir leid, okay? So, es ist so. Ich bin muslimischer Schiite. Bei uns ist es so, ich glaube an den Propheten Mohammed und alles, was er mit sich gebracht hat, okay? So, und danach ist für mich Imam Ali, alaihi salam, das ist sein direkter Nachfache, oder nicht Nachfache, sondern der Imam nach ihm, okay? Die Sunniten haben da andere, manche sagen, es gibt zwei, manche sagen, es sind vier vor ihm gewesen, okay? Ich glaube daran, Mohammed und dann kommt Imam Ali, alaihi salam, das ist der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten. Und demnach gelten, oder glaube ich an manche Überlieferungen nicht, die von, zum Beispiel von den Sahaba kommen, ja? Das ist der Unterschied. Aber ihr lehnt doch Aisha ab, oder nicht? Wir lehnen sie nicht, also wir respektieren sie, auf jeden Fall. Weil sie ist die Ehefrau des Prophetens. Aber wir nehmen nicht alle ihre Aussagen als wahr an. Also dass sie zum Beispiel sechs Jahre alt war? Das ist falsch. Das ist falsch. Und wie alt war sie dann? Es gibt also bei uns Hadithe, die sagen sogar 18, 19 Jahre alt. Kannst du diesen Hadith mal nennen, diese Quelle? Ich kann, tut mir leid, wirklich, jetzt hört sich das falsch an, aber ich habe den leider nicht dabei, tut mir leid. Ich bin auch jetzt hier nur so reingekommen. Weil sonst kann ich das nicht glauben, weil ich brauche eine Quelle dafür. Das steht aber bei Al-Kafi, oder? Wer ist das? Steht das bei Al-Kafi drin? Kenne ich. Das ist, glaube ich, auch wieder einer von den Sahaba. Ja, aber als Schiak holt ihr das doch als Hadith an, oder nicht, Al-Kafi? Al-Kafi? Also, ich bin eher nicht so gut mit Hadith, wie mehr mit dem Koran. Aber nochmal, ich kenne Hadithe, die sagen 19 Jahre alt. Okay. Okay, darf ich kurz was sagen? Ja. Also, laut Sunderquellen war sie sechs und die Ehe wurde mit neun vollzogen. Jetzt sagst du, sie war 18, richtig? Also 18, 19, es gibt verschiedene. Okay, das ist der Wahnsinn, weil bei euch geht man nur in die Irre. Ja, und das ist das, was Gott uns schon von Anfang an gesagt hat, dass eure Religion voller Irre ist. Die werden Hirngespinste erzählen. Also, ich merke, dass die Bibel tatsächlich die Wahrheit ist. Ja, die Bibel offenbart all diese Sachen. Die Bibel ist ja auch wahr. Und noch mal, der Islam sagt. Der Islam sagt. Du hast ja, Dorin, du hast ja gerade eben, du hast ja gerade eben gesagt, die Bibel ist wahr. Hast du gerade eben gesagt, jetzt vor 400 Leuten. So, dann frage ich mich eigentlich, dann frage ich mich eigentlich, warum folgst du dann nicht der Wahrheit? Okay, ich erkläre es dir. Die Taura, die Bibel und der Koran sind wir alles. Also, im Islam ist es so, es gibt Ahlul Kitab, okay. Das sind alles, wir glauben daran, dass Moses, ja, Moses, Jesus und Muhammad, alle glauben an den selben Gott. Alle sind Propheten vom selben Gott. Jetzt, ihr sagt, dass Jesus, Isa, Gott sei, dass daran glauben wir nicht. Wir sehen ihn als Prophet an, der eine Prophezeiung von Allah bekommen hat, okay, die er weitergeben will. Was wir aber auch daran glauben ist oder wissen, dass die Bibel über die Jahrzehnte oder Jahrtausende halt, nee, Jahrtausende, Jahrhunderte, also für langere Zeit immer und immer wieder verändert wurde von diesen ganzen Priestern, von den Königen, ja. Es gibt mehrere Fällen, die nicht mit einer miteinander übereinstimmt von... Okay, ich mach das, ich mach das, ich mach das einfach für dich, Jibril. Ja. Okay. Wo, wo in der, wo steht es, dass die Tora denn verfälscht worden ist, weil die Tora ist ja in der Bibel. Nochmal, ich hab nicht verstanden. Also, du sagst die Tora, die Tora ist ja in der Bibel. So, und jetzt frage ich dich, kannst du mir im Koran sagen, wo der Koran sagt, dass die Tora verfälscht ist? Der Koran sagt nicht, dass es verfälscht ist. Also, wo nimmst du dir dann das Wort, das du sagst, dass es verfälscht ist? Das muss irgendwo stehen. Es sind doch mehrere, okay, warte mal. Es ist okay. Egal. Es ist okay. Es ist okay. Gib ihm, gib ihm die Zeit. Es ist okay. Ich gebe ihm die Zeit, alles gut, alles gut. Oh Mann, oh Mann. Also, er ist ja, ja egal, ist ja nicht so schlimm. Also, ich bin hier drauf gekommen. Ich bin Jibrail, ich bin 17 Jahre alt, ja. Ich bin kein Gelehrter der islamischen Religion, okay. Ich habe den Koran ein paar Mal gelesen, ja. Ich bin überzeugt von der islamischen Religion und ich versuche dir nur hier kurz meine Ansicht hier zu erklären, okay. Ich bin der festen Überzeugung, dass Juden, Muslime und Christen alle an denselben Gott glauben, okay. Ich habe mehrere Gelehrten gefragt, der ist schiitisch, ich bin muslimisch schiitisch. Ich habe die mehrmals gefragt, die haben gesagt, Christen sind keine Kuffar. Wenn dann, dann sind die Menschen aus Berlin, okay. Okay, ganz kurz. Was haben deine Leute gesagt, wir glauben an denselben Gott? Kosinus, ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, wir glauben an denselben Gott. Wer glaubt an denselben Gott, was haben die gesagt? Juden, Muslime und Christen. Dona, Mimi, ich spiele eure Herzen. Nochmal was? Juden, Muslime und Christen, wir haben alle denselben Gott. Ja gut, die Juden, die Juden wissen es ja. Das ist ja nicht das Problem. Sie wissen es, aber da gibt es auch mal ein bisschen Probleme. Aber wie gesagt, abgesehen von den Juden. Aber wer hat denn denselben Gott? Du meinst jetzt die Muslime und die Muslime, die Christen oder wie? Ja. Wir haben nicht denselben Gott. Wir haben nicht den Geld, die selben Gott wie Moses. Und fünf gebuchen. Du kannst gleich Abu Schenks. Nimm mal das Wort Allah, 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 Allah. Und tu mal es trennen und übersetzt mal Allah, Allah. Und dann weißt du, wen du da eigentlich anbeten tust? Was heißt das? Allah ist arabisch und bedeutet, es besteht aus Al, das der Artikel ist, und von Ilah. Ilah ist arabisch und bedeutet Gott. Okay. Al ist der Artikel. Mit dem Artikel, den wir dazu tun, zu Allah, was Allah besteht, sagen wir der Gott, also einziger Gott. Verstehst du? Allah trennt sich von Allah, sondern Allah wird das dann. Ilah, Ilah bedeutet auch Gott, oder nicht? Und wer ist Ilah? Ilah heißt Gott. Okay. Trenn mal Ilah und übersetzt das mal und sag mir mal, was dabei rauskommt. Bruder, ich bin noch da. Ich bin Araber. Ich bin Araber. Ich verstehe die arabische Sprache. Du bist Libnani, oder? Libnani. Okay, gut. Dann versteht ihr das doch. Ilah heißt Gott. Und was heißt Allah? Allah gibt es gar nicht. Allah kenne ich nicht. Aber Ilah ist, woran ich glaube. Ein Ilah, an Allah, der Ilah, der einzige Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, egal, alles gut. Ich will nicht zu tiefgründig gehen, weil sonst es kann sein, du kriegst Alträume. Ich will dich gerne verstehen. Was ist La? Übersetzt mal. Sag du mir, ich habe keinen Übersetzer dafür. Vielleicht du? Gib es mal in Google kurz ein. Ich warte auf dich. Alles gut. Hat er eigentlich gesagt, was für ein Skier er ist? Sei es also, ob er zwölfer Skier ist oder was? Oder hat er nur gesagt Skier? Der hat Skier gesagt, wo ich ihn gefragt habe. Nein. Hat er gesagt. Okay. So, und was hast du gefunden, Jibril? Ich bin noch da. Boah, war es normal. Boah. Bitte hilf mir, weil ich weiß nicht, wie man das eingibt. Also ich soll in Arabisch Lach eingeben und dann... Einfach nur Lach. Was ist Lach? Habibi. L-A-H. Lach. Was ist Lach? Deutsch. Also ich soll es in Deutsch eingeben, das wollen wir uns ins Arabisch übersetzen. Gibt es einfach in Google ein, was ist Lach? Also L-A-H. Okay, nochmal. Also ich soll oben in die Suchleitung von Google Lach eingeben. Wer ist Lach? Musst du eingeben. Das ist so einfach zu verstehen, was ich sage. L-A-H. L-A-H. Genau. Wer ist Lach? Und Leute, der Knackpunkt ist Lach, ist Hubal. Und Hubal war damals in der Kabah. Wir gehen ja nochmal in die Geschichte ganz tief rein. Egal, ich will jetzt nichts sagen. Der soll selber dann gucken. Das ist dann gar nichts. Eigentlich habe ich schon viel zu viel verraten. Eigentlich, ne? Oder da kommt mir ein Unternehmen, L-A-H. Was kommt da? Ein Unternehmen, L-A-H. Oder... Keine Ahnung, was du eingegeben hast, aber ich glaube, du hast nicht das Richtige eingegeben. Aber ich mache das. Bitte klär mich auf. Mach es mal. Nein, nein. Ich gebe es ein. Ich wollte schon Joker nennen, ey. Ich mache das selber hier. Alles gut. Wer ist Lach? So, da finden wir doch gleich was. Lach. Da haben wir es. Ganz genau. So, jetzt. So. Ich mache das mal ganz einfach. Moment. Wow. Lies uns das mal vor. Ab wo? Einfach da. Ursprünglich. Ja. Weiter. Die bloße alte ägyptische Bezeichnung für den Himmelskörper. Erst gegen Mitte des Alten Reich wurde er zur eigenständigen. Ja. Gottheit erhoben. Okay. Okay. So, jetzt machen wir hier einen Stopp. Ich drehe meine Kamera um. So. Es wurde als eine Gottheit angesehen. So. Und was ist jetzt der Mond für dich? Ein Mond. Ein Mond. Ja, aber ist nur ein Mondgott, oder nicht? Habibi, nochmal. Okay, ich erkläre das. Ich spreche die arabische Sprache und fließende arabische Sprache. Allah besteht aus den zwei Wörtern Al, der Artikel, und Ila, nicht La, Ila. Beim Zusammenführen leider fällt das I weg und wird so Allah, der Gott. Das musst du verstehen. Okay? Außerdem, ich weiß nicht, was das ägyptisch ist oder so, aber ich spreche arabisch. Arabisch hat nichts mit ägyptisch zu tun, oder zumindest jetzt nicht mehr. Arabisch ist eine semitische Sprache, Abstand vom Sohn des Propheten Nuh Sam. Okay? Okay. Allah besteht aus Al und Ila, der Gott. Okay, und wo hat der Hubal damals existiert? Hubal, weißt du, weißt du, wer Hubal ist? Denk ja nicht. Hannibal. Nee, Hubal. Hubal. Ich kenne Hannibal, aber Hubal kenne ich nicht. Hubal, guck mal, was damals in der Kaba war, wenn wir in die Geschichte der Kaba gehst, wer Hubal war. Ja, egal, Leute, das ist eigentlich sinnlos, aber egal. Ja, ich versuche denen nur was beizubringen, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Hubal. Richtig. So, jetzt gucken wir mal, wer hat hier eine Anfrage geschickt? So, keine Ahnung, dann holen wir mal ein paar hoch. Ich weiß nicht, wer die Leute sind. Da haben die, gebe ich gar keine Plattform. Weil der Kerl sollte erst mal das Angebot von Ahmad, Ex-Muslim, erst mal annehmen. Ich habe gerade geguckt. Darf ich das sagen? Ja. Also bei mir stand da, dass... Gottes Segen. Gottes Segen. Oder so eine Statue. Aha. So, und diese Statue, die damals in der Kaba war, wer hat damals diese Kaba angebetet? Also generell diese Statue. Menschen halt. Aha, Menschen. Ja, ja. Okay, und was waren das für Menschen? Das waren noch keine Muslimen, Habibi. Lass mich dir das erklären. Hier bin ich. Okay, früher tatsächlich war es so. In der Kaba, die Kaba wurde gemacht von Ibrahim, wenn ich mich recht erinnere. Okay, du wurdest genommen. Nimmst mir, nimmst mir, nimmst mir nicht böse. Nein, aber du musst, wir reden ja nur hier. Ja, du musst aber, du musst aber in deiner Geschichte reingehen und gucken, was du da eigentlich anbeten. Lass mich erklären. Ich würde sagen, der Prophet Ibrahim, wenn ich mich recht erinnere, wer war es, der die Kaba gebaut hatte. Okay. Okay, so. Und damals gab es noch nicht den Islam, wie den der Prophet Muhammad gesandt hatte. Wir als Muslime glauben, dass alle anderen Religionen auch sozusagen der Islam sind, weil Islam ist arabisch, bedeutet, kommt von Al-Taslim oder Al-Silm, das heißt übergeben, anvertrauen. Okay, und damit ist gemeint, dass man seine Seele Gott anvertraut, übersetzt bedeutet das, Sinn ergeben, dass man genau alles das tut, was Gott einem gesagt hat. So. Nur zu dieser Zeit gab es den Prophet Muhammad noch nicht dort. Okay? Nikolaj waren erstmal da, ne? Die Gott sind anbeten. Nikolaj. Alles gut, alles gut. Das heißt, sie waren unwissen. Ja, natürlich haben sie Gott sind angeboten, weil sie es nicht wussten. Doch dann kam der Prophet Muhammad, ja? Und er zerstörte jeden einzelnen Götze. Und er hängte danach, das ist die Geschichte, der Prophet hat das mit Imam Ali alaihi islam gemacht, seinem Cousin, der laut schiitischer Überlieferung der erste Imam ist. Laut sunnitischer entweder der dritte oder vierte, äh fünfte. Laut sunnitischer wäre das Abo-Abo-Bakar. Ja, bei uns ist es immer mal Ali alaihi islam gewesen. Okay, jetzt muss ich dich festhalten. Gut gemacht und das an die größte Götze angehängt. Jetzt muss ich dich hier festhalten. Also einmal in deiner Quelle Ali, in der sunnitische Quelle Waraka. So, wer von diesen beiden Religionen ist denn die Ware? Wenn man merkt, okay, bei den anderen war Waraka bei euch, war aber Ali. Also irgendeiner ist der größte Lügner von euch beiden. Entweder sind es die Sunniten oder Schiiten. Wer sagt die Wahrheit jetzt? Ich bin Schiite, deswegen glaube ich, ich sage die Wahrheit. Dennoch, als Muslim habe ich die Ausgabe geklärt. Aber warte. Bitte lass mich wieder erklären. Habibi, deswegen, ja, muss ich trotzdem noch meine sunnitischen Brüder respektieren, die Christen, die Juden, alle muss ich respektieren. Warum? Weil ich damit auch gleich meine Religion respektiere, okay? So, und zu deiner Geschichte, dass da war, äh, Baal zum Beispiel, oder Baal, ja? Ja, ja, man hat früher dort Götzen angebetet und klärte sie auf. Es gibt nur einen Gott, und zwar Allah, auf Deutsch Gott. Genau. Andere Sprache, äh, Englisch God. Also, es gibt ein Problem, Gebeil, es gibt ein Problem. Ja. Der Hubeil, den wo jetzt vorher der Flex bestimmt 20 Mal jetzt erwähnt hat, der wurde selber als Allah bezeichnet. Richtig, danke. Auf diesem Punkt wollte ich kommen, aber ich wollte ihn reden lassen. Ja, er wollte ihn rumreden. Super, lass mir das erklären. In dieser Region sprach man die arabische Sprache, auch vor dem Propheten Mohammed. Und in der arabischen Sprache, Allah, Allah, ist Gott. Und somit bezeichnest du ihn auch als Gott, wenn er dein Gott ist. Aber sollst du was nicht? Dann kam und klärte sie auf, dass das nicht Gott ist, dass das nur Statuen sein. Flex, Penny, du sitzt ja gerade am PC, kannst du uns mal zeigen, wer die Bibel und die Thora geschrieben hat. Du hast ja gerade so schön gegoogelt. Zeig uns mal, wer die Bibel und die Thora geschrieben hat. Beides. Wenn man hier reinkommt, begrüßt man erst mal die Leute. Was hast du gemacht? Das wurde übertonet. Aber lenkt doch nicht ab. Ich wurde wirklich übertronet. Das hast du nicht gemacht. Alleine schon deine Arten. Bitte deine Quellen. Nichts, also danke schön, dass du da warst mit deiner Geschreihe. Wir wollen hier einen Dialog führen und keinen Schreiheiz hier drin haben. Auf Wiedersehen und ciao. Nochmal, Jibri. Sorry, du hast das Wort. Kannst nochmal reden. Sorry. Nochmal, genau. Auch bevor der Prophet Mohammed geboren wurde, sprach man in dieser Region Arabisch. Und in der arabischen Sprache heißt Gott, Allah, Ilah. Und dann bezeichnet man auch seine Statue als Gott, und zwar in der arabischen Sprache. Doch dann kam der Prophet Mohammed und klärte sie auf, es gibt nur einen Gott. Und das sind alles nur Statuen. Wie kannst du eine Statue anbeten? Okay? Okay. Ich würde jetzt zu. Das war's. Wurde die Frage jetzt beantwortet? Ja, es gab früher Götzen und man nannte sie Gott, aber es ist in der arabischen Sprache genau wie in der anderen. Wir haben auch noch mal, wie gesagt, ist ja immer noch wohl immer noch als Allah bezeichnet. Also was machen wir jetzt? Wie, 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 wie nochmal? Hubal wurde als Allah bezeichnet. Was machen wir jetzt? Genau, wurde, bevor den Prophet Mohammed, bevor er mit seiner Prophezeiung kam. Weil das ja die arabische Sprache nochmal. Sagen wir, es ist deutlich. Ich bin das gut, dass du deine Religion verteidigst. Ich meine, weil du glaubst ja auch, dass deine Religion die Wahrheit ist. Ich bin das, ganz ehrlich, ich würde niemals, ich beleidige auf keinen Fall. Nein, aber ich kritisiere. Aber, ahmad, ex-Muslimus, ahmad, wo ist ahmad? Ahmad, 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 ayu her? Nein, ist nicht hier. Okay, okay. Was, flex, hausst du, wer Hubal und Allah und Almanat und Al-Hussar waren? Oh, alles Dämonik. Man sagt, das waren die drei Töchter. Ach, das war auch dabei, ja. Aber, aber ich möchte, ich möchte trotzdem nochmal eine kurze Sache erwähnen. Leute, ich küsse eure Herzen, ich sehe euch. Also gut, all diese Dinge, ich finde es gut, du verteidigst den Islam. Es ist ja okay, wir fühlen ja auch ein ganz normales Dialog wie Beleidigung uns hier ja nicht. Aber meine Frage wäre jetzt, ja, was halt wirklich sehr, sehr ausschlaggebend ist. Ich habe das vorhin erwähnt gehabt, du konntest ja noch nicht darauf antworten, weil du vielleicht die Frage vergessen hast. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Also die Bibel prophezeit uns, es kommen falsche Propheten. Nummer eins. Nummer zwei, wenn ein Engel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, so sei er verflucht. So, Nummer zwei, hier sehen wir wieder eine Prophezeiung. So, wenn sie kommen und einen anderen Jesus predigen, ja, und das ist nicht der Jesus. Hier haben wir wieder eine Prophezeiung. Okay, so, all diese Sachen sind eingetreten. Sie versuchen Hirngespinste, diese Propheten, und falsche Weissagungen zu bringen, was der Herr nie, weil das Ding ist, wenn Gott dich zum Propheten ernennt, ja, der möchte ja Angesicht zu Angesicht mit diesem Propheten sprechen oder ihn einen Traum senden. So, jetzt gehen wir mal ganz tief in die Materie rein, ja. Wenn wir die Geschichte von Mohammed anschauen, dieser Mohammed sagte, ich habe einen Traum von Gott bekommen, ja, dass diese Sechsjährige mir zusteht, laut sunnitischem Bild. Ja, okay. Laut sunnitischem Bild. So, jetzt frage ich dich, welcher Gott würde dir eine Offenbarung geben und sagen, heirate eine Sechsjährige und tu die Ehe mit neuem komplett vollziehen? Das ist deins, die Neunjährige, das ist deins. Dann fragen wir uns eigentlich, warte, denn fragen wir uns eigentlich, was ist denn das für ein Gott? Ist das Gott einer Gelüste, der eigentlich nur auf das Einer hinaus ist? Oder warum denn eine Neunjährige, die Ehe mit neuem komplett vollzogen? Also, da fragen wir uns ganz ehrlich, das kann nicht von Gott kommen. Hast du recht? Okay, das ist schon, was? Da hast du komplett recht, das ist absurd. Ein Gott sagt einem anderen, du sollst ein Mädchen mit neuem heiraten? Das ist krank. Und ich glaube... Ja! Ich finde das gut, dass du... Aber ich finde das, Jibril, ich finde das sehr gut, dass du als Schia selber sagst, das ist krank. Ja, natürlich. Weil wenn ich das mit Sunniten erzähle, oh, das ist normal. Damals war das so, sagen die immer. Ja, und dann kommt aus... Und das Ding ist, wir beleidigen nicht, aber wir kritisieren es. So, und wenn wir jetzt tiefgründiger in die Materie reingehen, kein Gott der Welt, der heilig ist, würde dir einen Traum schicken und sagen, hey, mit sechs die Kleine gehört dir, mit neun kannst du die Ehe vollziehen. Das ist keine gesunde Lehre. In der Bibel finden wir selber, ja, wenn du eine Frau hast, sie muss über die Reife sein. Aber keine sechsjährige, keine neunjährige, keine 14jährige, sondern sie muss über ihre Reife sein. Ja, über ihre Reife heißt 18, 19, sie muss auf jeden Fall über die Reife sein, damit man sagen kann, okay, sie ist eine Frau. Genau, das ist die biblische Lehre. Aber wenn ich mir eure Schriften anschaue, also sunnitische Quellen, da kriege ich einen Schock des Lebens. Also, da frage ich mich, das kann doch nichts mit Gott gemeinsam haben. Meine Meinung, das ist meine Meinung. Das kann mit Gott keine Gemeinsamkeit haben. Plus, wenn wir jetzt biblisch schauen, was für Prophezeiungen wir haben, okay, nehmen wir all diese Prophezeiungen, die eingetreten sind, und jetzt nehmen wir den Koran. Jetzt frage ich mich, wo finde ich im Koran Prophezeiungen, die überhaupt eingetreten sind? Gerne. Keine. Doch, doch. Lass mich eine sagen. Also, wenn du jetzt sagst, ganz kurz, wenn du jetzt sagst, Mondspaltung, muss ich dich hiermit ganz schnell enttäuschen. Es hat noch nie eine Mondspaltung gegeben. Eine ganz andere. Okay. Im Koran, es gibt zwei. Einmal die, hier wird besagt, die Römer werden besiegt, und danach werden sie wieder über euch besiegen. Oder werden sie wieder über euch herrschen. Ich erkläre, also, das ist... Das ist ein biblischer Vers. Den gibt es im Koran, Habibi. Gibt es im Koran. Das ist ein biblischer Vers. Und den gibt es im Koran. Also, wer war zuerst da? Waren wir zuerst da, oder war der Islam zuerst da? Der Christentum. Ah, also. Das Evangelium war von, also doch wohl von Anfang an die Wahrheit. Wenn es bei euch vorkommt... Nochmal, da hast du mich nicht verstanden. Nochmal. Ich glaube nochmal, der Christentum ist wahr. Eine Religion von Gott, Gesandt von Gott, von Allah, durch den Propheten Jesus. Das ist der Unterschied. Wir glauben, es kann nicht sein, dass Gott sich vermenschlich hat und sich gekreutzt hat. Das ist dieser Unterschied. Aber natürlich glaube ich, dass der Christentum richtig ist. Er ist eine Religion von Gott. Es ist eine monotheistische Religion, die nur einen Gott anbetet. Ja? Kann ich was sagen? Liebe und Friedlichkeit, genau wie der Islam. Jetzt gibt es Muslime, die ganz komische Sachen machen, die Menschen ermorden, weil sie christlich sind, weil sie... Ich bin gleich wieder da. Rede weiter. Ähm, Frank, Frank übernimmt oder Marouche kurz. Ich bin gleich wieder da. Genau, das sind wir mal beide. Ja, rede weiter, Jibreel. Genau, der Islam natürlich ist ja, ähm, nee, wo war ich, sorry. Es gibt genau diese Prophezeiung, dass die Römer siegen, verlieren und nochmal siegen werden. Die Römer, das ist heute der Westen, der bis heute noch steht. Ja? Wenn man sich die Geschichte anguckt, die Araber sind ja bis, ähm, West... Lass mich kurz nachdenken. West, äh, Asien bis Mitte Asien und danach Nordafrika bis nach Spanien, ja? Ja, die sind sehr weit gekommen, doch danach wurden sie wieder besiegt von den Römern. Das ist eine, äh, Prophezeiung, die ist, die im Koran steht. Genau, es gibt auch noch eine, die sagt, dass die, ähm, ähm, dass die Israeliten Macht haben, Macht verlieren und wieder Macht haben und diese Macht wieder einmal ausnutzen werden. Und sie von den, von den Gläubigen, also von den Gläubigen wieder besiegt werden. Gebreil? Ja? Äh, ich spreche den Namen ja hoffentlich richtig aus, denke ich mal. Ja. Ähm, die Frage ist ja eigentlich, die meisten Sunniten, die versuchen ja immer klarzumachen, dass die Bibel verfälscht ist. Und du sagst selber, die Bibel ist schon wahr. Äh, ist das jetzt eine schiitische Denkweise oder kommt das jetzt speziell von dir? Nein, also, ich bin Schiite und ich, und der Schiitum sagt auch, der, die Bibel wurde verfälscht. Ich bin auch der feste Überzeugung, die wurde verfälscht. Aber es gibt noch einige Sachen, die sind noch richtig drin, weil, ist es, ich meine, stell dir vor, du willst ein heiliges Buch verfälschen, das jeder libt und jeder kennt. Da wirst du nicht eine ganze Seite rausreißen, eine ganze Kapitel, da wirst du kleine Sachen über die Jahrzehnte erinnern. Und einige Sachen werden bestehen bleiben. Nur, einiges dann halt wieder nicht. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ja. Ganz kurz. Sorry, ja, tut mir wirklich leid. Alles gut. Ähm, wenn die Bibel verfälscht ist, warum sind denn all diese Prophezeiungen denn eingetrieben, wenn es ja so verfälscht ist? Die ist ja nicht, sie ist ja nicht komplett. Nochmal, wenn ich, wenn ich ein heiliges Buch nenne, dann nennen wir, dann nennen wir mal eine Stelle, die verfälscht sein könnte. Dann bin ich mal gespannt. Nennen wir mal eine Stelle. Okay, hier muss ich leider zugeben, ich bin nicht vorbereitet auf das. Okay, ich habe also weiß, nochmal, weil es keine gibt, sonst würdest du es wissen. Weil du sagst, du bist fest davon überzeugt, aber sagst gerade selber oder bestätigst. Ah, da weiß ich aber jetzt nicht. Siehst du, du kannst nicht das nehmen, was deine Leute sagen. Weil deine Leute, diese Leute, die die ganze Zeit sagen, die Bibel sei verfälscht. Jedes Mal, wenn ich diese Leute darauf anspreche, bitte gib mir ein Vers, der verfälscht sein könnte. Auf einmal heißt es, ja, keine Ahnung. Ja, wie jetzt auf einmal keine Ahnung? Wie auf einmal keine Ahnung? Also wenn es ja verfälschte Stellen gibt, dann zeigt uns diese verfälschte Stellen, dann gucken wir das gerne zusammen an. Aber ich selber als Christ muss selber zugeben, die habe ich nie gefunden. Weil ich habe einen ganz klaren Verstand. Wenn ich wüsste, dass das Christentum so falsch und verfälscht ist, wäre ich schon lange ein Salafist, aber ein Hardcore-Salafist. Aber was für einer ich wäre. Ich glaube, ich wäre Dschihad schon lange. Ich bin der Erste, der in Dschihad gehen würde. Was komisch ist, vielleicht ist ja auch das, was komisch ist, auch das Flex, die sind überzeugt, dass die Bibel verfälscht ist. Etwas, was seit Tausenden von Jahren dokumentiert ist. Weil es gleitet sich ja ab von der Tora. Und trotzdem wissen sie dann nicht, was verfälscht sein soll. Das ist das, was du richtig sagst. Das ist das Paradoxum. Es passt nicht. So, jetzt wollte, glaube ich, das Ding was sagen. Ja, ich wollte was sagen. Hi, erstmals. Hi. Erstmal Gottes Segen, Marco, ich küsse dein Herz. Yes. Alright. Also ich bin auch Chris. Also ich glaube an Gott und die Bibel und alles, was dazugehört. Und ich finde es interessant, ich bin hier schon ein bisschen länger jetzt hier drin, habe zugehört und so. Aber leider sagen, irgendwie, keine Ahnung, kommt es mir vielleicht auch nur so rüber. Es ist so, dass der Herr, ich weiß jetzt nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Ich finde es toll, dass du geduldig bist, dass du auch im Gegensatz zu anderen so nicht gleich komplett ausrastest und irgendwie auch dann halt mit Sachen ankommst, sondern du bist irgendwie schon geduldig, bist auch verständlich, das finde ich ja toll. Ich finde, es geht so umeinander vorbei oder irgendwie auch voll um den heißen Brei. Aber du hattest ja zum Beispiel gefragt, du hast zum Beispiel behauptet, dass du glaubst, dass die Bibel, also Gott aus der Bibel oder Gott aus dem Koran, derselbe Gott ist. Aber es macht schon, wenn man normal nachdenkt, nicht Sinn, weil halt Gott aus Islam oder aus dem Koran sagt, Jesus ist nicht mein Sohn. Aber unser Gott sagt, Jesus ist Gott, also der Sohn meins. Also das macht keinen Sinn, wenn es derselbe Gott sein sollte, der aber zwei Meinungen haben, die so richtig komplett unterschiedlich sind. Das heißt, wenn man nachdenkt, müsste entweder der Gott irgendwie, keine Ahnung, mehrere Persönlichkeit haben oder er verändert immer wieder seine eigene Worte oder Meinungen. Und allein daran schon erkennt man, das kann nicht derselbe Gott sein. Also und warum wir Christen behaupten, dass ihr zur Hölle geht, also zur Hölle geht, ist ganz einfach. Die Bibel macht ganz klar und deutlich, dass keiner kommt zu Gott, es sei denn durch Jesus Christus, der er gesandet hat. Und wenn man ihn nicht als den Herrn annimmt, kommst du gar nicht in diesen Ort ran. Also die Menschen haben bereits versagt. Also wenn man die alte, wenn man sich den Alten Testament anschaut, erkennen wir, wir haben versagt. Adam hat versagt, er hat sich gegen Gott entschieden. Was denn? Ganz kurz, Bro. Rob Christian, mein Bruder, I see you are here. I accept my invite. Rob Christian, I need you here. Why? Because I want you to show the world one thing. Rob Christian, in the house, mein Bruder. I kiss your heart, mein Bruder. What's up, what's up, buddy? I'm doing very great, Rob. What about you? I'm good, man. Merry Christmas to everybody and soon a Happy New Year. In the name of our Holy Savior, Jesus Christ, His name above all names. You too. Thank you. Yeshua, Yeshua al-Masih is the winner, man. Yeshua Akbar! Yeshua Akbar! Takbir! Yeshua Akbar! Yeah, Rob, just give us two minutes because the sister is speaking right now and after that we can go deeper and I have very good questions. Tamam, Habibi. God bless you. Alright, alright, my brother. Okay, Crown, sorry if I have been interrupted. No problem, yes? Yeah, it's just simple. It's actually very simple. Adam und Eva, die haben gesündigt. Durch deren Ungehorsamkeit ist Sünde in die Welt gekommen. Und wenn Adam als der Träger von allen gesündigt hat, dann ist alles, was nach ihm kommt, auch Sünder. Das heißt, es wurde etwas angefangen, was nicht gestoppt werden kann, weil wir alle kennen Biologie. Wir wissen, der Mann ist der Samenträger. Und wir wissen, so wie ein Hund auch Welpen und dann auch genau dasselbe wieder gebärt. Genauso hat auch Adam und Eva dasselbe wieder herausproduziert und zwar Sünde. Das heißt, wir Menschen sind auf dem Weg zur Tod. Wir sind auf dem Weg zur Hölle. Und da musste Jesus Christus kommen, geboren von einem Jungfrau und hatte keinen Vater auf Erden. Warum? Weil er dann nicht ein, er ist nicht Teil von dem, die halt gesündigt oder die gefallen sind, weißt du, er ist nicht auf den natürlichen Wege gekommen, sondern sein Samen ist in Christus, also ist in Gott. So und dadurch ist er komplett rein. So er ist gekommen, er ist gestorben, er hat nicht gesündigt und er ist auch nicht Sein Fleisch, sein Fleisch ist gestorben. Genau, genau. Also er hat nicht gesündigt und er ist auch nicht als Sünder geboren. Und dadurch ist er komplett rein. So nennen die Bibel macht klar, er ist der erste Mensch gewesen, der komplett rein gestorben ist und dann wieder aufgestanden ist. Und dadurch können wir durch Jesus Christus zu Gott kommen. Das heißt, nur weil er gut war, können wir auch gut sein vor Gott. Und wenn du halt nicht durch den Weg Jesus Christus zu Gott kommst, dann hast du bereits versagt. Die Bibel macht ganz klar und deutlich in Johannes, also was Johannes 3,16, dass jeder, der errettet ist, der wird nicht verdämmt. Also alle, die nicht errettet sind, sind bereits, sie sind bereits beurteilt worden. Es gibt keinen anderen Weg dadurch, als durch Jesus Christus. Und deswegen sagen wir Christen, dass muslimische oder alle anderen Religionen, die nicht mit Christentum oder mit Jesus zu tun haben, ins Hölle geht. Also dass die nicht zu Gott kommen. Und daran liegt es. Und ich muss ganz ehrlich sein. Ich mache jetzt sogar einen kurzen Weg. Jibril, wer ist der Vater von Issa gewesen? Ich kenne mich leider nicht aus, ich bin nicht so gut, sorry. Aber wir müssen, oh, okay, das ist okay, okay, ich verstehe. Also ich würde gerne wissen, wer der Vater von Issa ist, würde mich sehr, sehr gerne interessieren. Ach von Issa? Ja, Issa. Achso, sorry, ich habe Moses. Okay, sorry, er hat keinen Vater. Issa hat keinen Vater? Nein. Aber ich dachte, der war ein Mensch, genauso wie wir. Deswegen, oh, das kann, okay. Ja, er ist ein Mensch, aber besonders. Kann ich Gott alles machen? Okay. Oh, oh, oh. Aber man muss alles sagen, ey, ey, Leute, if Rob sagt, oh, oh, dann hört sich das nie gut an. Oh, shit. Oh, shit. Warte, Jibril, Jibril, Bruder, ich küsse dein Herz. Okay, I kiss your heart. Okay, Bruder, wirklich, wenn ich dich irgendwie beleidigt habe, ich nehme, es tut mir leid, ja, ich entschuldige mich dafür. Ich entschuldige mich dafür. Ja, aber wenn er ja nur ein Mensch war, so wie wir, ja, der muss er doch Familie haben. Who was the parents of Issa and? Issa, yeah. Issa, right. Ja. Okay, Rob, Jibril said he doesn't know it. So, Rob, can you tell us who is the father of Issa, Issa, salam? Sure, sure. Okay, there are two answers. It could be Allah or Jibril, depends on which source you want to go to. So, let us open the camera and show the Islamic books. This is a very, very good question, by the way. Very, very good question, Flexer, brother. You did. Thank you for inviting me. I mean, I want to teach him that there is a problem in his book. So, that's why I asked him, does Issa have a father or a mother? And he said, and I said, if he's a human like us, he must have a mother or a father. So, let's see. There are two answers, so let us start with answer number one. And I hope he knows a little bit Arabic. Gabriel, nice to meet you, my friend. Jibril, kannst du Arabisch? Jibril, kannst du Arabisch? Ja, ich kann Arabisch, aber im Lesen bin ich ziemlich langsam, muss ich ehrlich sein. Aber du hast doch vorhin am Anfang gesagt, du kannst Arabisch sehr fließend. Ja, ich kann Arabisch fließend sprechen. Aber wieso kannst du es jetzt auf einmal nicht mehr? Doch, ich kann es. Ich kann Arabisch lesen, aber ich bin dann zum Beispiel so etwas langsamer als der Durchschnitt. Aber das ist sehr selten, weil du hast ja vor... Also, mein Mutti ist, man versteht es. Zum Beispiel, ich komme aus Ghana, ich kann meine Sprache sehr fließend sprechen, aber nicht lesen. Flexer, wir haben ja alle verständnis. Brother Flexer, you know why? Because Allah doesn't know Arabic in the Quran and I can prove it. So, don't be too hot. Okay, but let's do this one first. All fine, all fine. Chapter 66, Ayah 12. Write it down, Jibril, or you can open up from your side. 66, Ayah 12. I don't want to go to the English translation or any false translation because, you know, Quran came down in Arabic and often they will lie and I can show you why they lie. Look. What does it say here? And Maryam, Ibn Atumran, the one who guarded her private part, private part, means private part, in this case because it's a woman, so that means she is, it's talking about Fijayji, Firginia. Have you ever been to Firginia? Yeah, that. Firginia of Maryam, Ibn Atumran. And Allah says, And we move inside her, Farj. Inside her, yeah? Yeah. From our spirit. So, the question is, Jibril, the one who makes your mother pregnant, what do you call him? Father. Who made, who made Maryam pregnant, according to the ayah? God. That means God must be the father of your Isa, right? No. What? Let me explain it, okay? Now it's, okay. So, I have never heard of the translation, Farjah, means the female private part. What I know is, Allah subhanahu wa ta'ala has blowed, this is completely, this is the Quran, this is right. It's the room. He can get blowed into the, to Maryam, so she can get pregnant. Blow in where? Where did he blow in? In her womb. Womb. It means womb. No, 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 no. It doesn't say womb. It says private part. Farjah, I have never heard of it. But this is, I mean, the, you know. Yeah. Now, it's literally, it's not talking about womb. Yeah, we don't want to talk about it now online, but exactly. Yeah, it's false, false sister. Yes, exactly. Yeah. Womb in Arabic is Beit al-Rahm. Beit al-Rahm. Yeah. But this is Farj. Farj is private part. Yeah, yeah. I know what he means, yeah. So, he agrees that Allah blows. Blows where? In her Farj. So, again, when someone makes your mother pregnant, and I asked you, who is that? You said, father. If Allah made Maryam pregnant, that means Allah must be the father of Isa, right? But Allah isn't a human. But Allah isn't a human. Are you sure? Are you sure that Allah isn't a human? So, but then how? But then there is no... Brother, brother. You said you made another claim. So, I'm asking you, are you sure Allah is not a human? Yes. Can you prove it? Because I can. Can you prove that he's a human? Yes. How? We'll show you. Let us start first with the following. You accept, you're Sunni, right? I'm Shia. You're Shia? Yes. Ah, you're Shia. Blow of Deutsch. You're Shia. Pustin. So, you don't accept anything from Sunni side, right? No, not directly. It's not Hijjah on you, okay. Okay, that's going to be a difficult situation here. Difficult situation. Which tafsir do you use? Tafsir? Yeah. Do you mean translation? Tafsir, tafsir, not translation. Explanation, explanation. Of the Quran? Yeah, the exegesis. We call it in English exegesis or explanation. Exactly. So, you mean the explanation of the Quran? Mm-hmm. Well, I don't have that. I just have the Quran and I go to the mosque and I have my ima, the shaykh, and he explains it. I don't have. Let me show you what Muslims said about Allah. Anyway. You can take it. You don't want to take it. No problem. Look. Here is an Islamic book. You can take it. You don't take it. That's not my problem. I just showed you. I'm showing you what classical scholars said. Here is a hadith. Which means, as you see it's sahih, which means the following. If you don't know Arabic, no problem. I will provide the English translation. The Prophet said, and you see it's sahih. The Prophet said, I saw my lord in the image of a young man. Young what? Young man. That's what Mohammed said. With curly hair, wearing a green suit. Green garment. That's one. What do you think of this? So now I should say something? Yes? Yeah. I'm asking you. What do you think? What do you think about this? Who said that? This hadith is sahih. By who? By who was this? The tabi'een and the sahaba. Ibn Abbas. Look. Okay. I am shi'a. I don't. Ibn Abbas. The cousin of your Prophet. So Ibn Abbas, the cousin of your Prophet. The family of Mohammed. This is, by the way, family of Mohammed. It's not a... Imam Ali. No, no. Ibn Abbas is the cousin. Like Ali. Ali is cousin, but this guy is also cousin. Ibn Abbas. You know what Shab is? Ibn Abbas. Yeah. Allah Shabhliwa. But he has no beard. Allah has no beard. Allah basically looks like this, brother. Look. Curly hair. Allah has curly hair. No beard. Very handsome young boy. This is Allah. I have never heard of this tafsir and never heard of this hadith. Who was it again? By who was this published? This is by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Taymiyyah. I will write that down. Now, let me... Forget about this. Forget about this. What about the Qur'an? I would like to ask my Shaykh about this. Sure, sure. Let us go to the Qur'an to prove that Allah is a man as well. If we go to surah Yasin, al-aya raqam wahad, Yasin, ayah one, Yasin. Let's see what Yasin means. What do you think? Yasin, these are two aharuf. Ya unsa. Look, brother. Look. Let us go to the tafsir. Tafsir al-Qur'an al-Azim. Just a second, Habibi. Tafsir al-Qur'an al-Azim. By Ibn Kathir. Forget about website. I don't need websites. Ibn Kathir. Ibn Kathir al-Dimashqi. Tafsir al-Ibn Kathir, volume 6. I don't need websites like many people. I go straight to the books. Straight where? To the books. Yes. Okay. Page 563. 563. Here is the ayah. Yasin. Surah from the Qur'an, right? Yasin, al-aya raqam wahad. Yasin, ayah one. Right underneath, it says here the following. Inna Yasin bima'ana ya insan. Inna Yasin bima'ana ya insan. And here, right underneath it, Anzayd bin Aslam. Huwa ism min asma Allah Ta'ala. What does that mean, guys? Let me put the translation. Human. Human. Inna Yasin bima'ana ya insan. Means human. Ya insan. O human. That's the meaning of Yasin. But God is saying that, isn't that? No, these are the Sahaba and Ibn Abbas. Yeah, I'm talking about the Qur'an. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. 99 names and more. I know of 99 and I have never heard of Yasin. Also, if you want to talk about that, do you know that more than 26 names are missing in the Qur'an? It's not there. For example, Rashid is not there, but that's not the topic, brother. The topic is, you wanted me to prove from the Qur'an and from other sources, I showed you too, that Allah is a human. So, since it means, O human, and it's name of Allah, what does that make him? A human. Not a human, because I have never heard of somebody or anybody calling Allah subhanahu wa ta'ala a human. And it's not a part of the Habibi. It's a part of the Habibi. I have never heard of this scholar. I have never heard of this. And I'm Sunni. I think this was a Sahaba. Is that my problem? No, it's not your problem, but it's also not my problem. And it's also not my explanation. And it's not my definition. Okay? And also, go back please to the Qur'an. Yes. Who is saying Yasin? Allah subhanahu wa ta'ala is saying, O human. Allah is saying Yasin. When the translation means, O human, God is saying Yasin, O human. And then he continues. He's talking to... Yeah, but wait. But wait, brother. It's the name of Allah. It's not. It is. Look who is in Islam in Islam Allah. This person, I don't believe in him. I don't believe in his scholars. And I don't believe in his... This is Imam Malik, Habibi. Imam Malik. When he was in Medina, Imam Malik when he was in Medina, nobody would dare to issue fatwas. That's Imam Malik. Again, I believe in Rasulullah Muhammad and the Imam. I am Shia, and this is not a part of mine. And again, when you say... You see, I asked you before, brother, I asked you, what tafsir do you use? You could not give me a name. So I, you force me to go to big scholars like Ibn Kathir. So if you can't provide me, I will choose one, and I will show you from... I use the tafsir of Sayyid Ali Al-Khaminai. Sayyid what? Sayyid Ali Al-Khaminai. Khaminai? Never heard of him. Who is Khaminai? He's a great scholar. Khaminai. When did he live? When did he die? When did he live? Is he still alive? I want to say something quick on Jibril. So, Jibril, sind wir uns jetzt einig? Wir haben dir jetzt gezeigt. Wer ist der Vater von Issa? Er hat keinen Vater. Okay, aber wer hat den Geist eingehaut? Let's talk to, I want to talk with Rob, Chris. Yeah, that's Sayyid Ali Al-Khaminai. His name is Khaminai? Yeah. Okay. Yes. Okay. That's him? Yes. Last time I checked, he's called Ali Al-Khaminai. How did he become Khaminai? Sorry, it was my incorrect pronunciation. Ah, okay. So, guys, this guy literally died a couple years ago, and he knows Islam better. Hello, hello, wait a minute, he's still alive. He's still alive? He's in Iran, brother. Oh, he's in Iran. Are you all? Yeah. Okay, so this guy knows Islam better than Ibn Kathir and At-Tabari. I don't know, At-Tabari, I never heard of Al-Kathir again, I'm Shia, I'm Muslim, okay? And the source that you have claimed. So, so wait, we, we, wait, wait, one second, Rob Christian, one second, Rob Christian. I want to make myself big and I want to make some things here. Also, wenn der Issa keinen Vater und Sohn hat, wer ist Issa dann? Darf ich sagen? Gerne, gerne. Okay, ich habe auch einmal diese Frage gestellt, und zwar, mir wurde das so erklärt. Er Issa ist ein Mensch, aber er ist anders als wir. Okay, im Islam gibt es 124.000 Propheten, davon sind fünf besonders. Ja, ich weiß. Ich weiß. Nur die im Koran werden 24 erwähnt, weil deren Geschichten sind die wichtigsten, okay? Und es gibt fünf besondere. Und unter diesen fünf Besonderen ist Jesus. Und Jesus, sein Spitzname ist Ruhullah, übersetzt Seele Gottes. Okay? Warum heißt er so? Aber warte mal, warum gibt es so viele Propheten? Weil Gott es gerechnet hat, an jedem Volk die Chance gegeben, an Gott zu glauben. Und diese 124.000 Propheten, was haben die gepredigt, wenn ich fragen darf? Den Islam. Weißt du, was Islam bedeutet? Islam bedeutet, sein Leben Gott anzuvertrauen. Das heißt, genau nach den Regeln Gottes zu leben. Vor dem Propheten Mohammed hat man nicht fünfmal am Tag gebetet, sondern man hat so gebetet, indem man über ihn gesprochen hat. Über die Wunder, die er erschaffen hat, über das Leben. Das ist der Islam. Ja? So. Und der Prophet Jesus gehört zu den fünf besonderen Propheten. Und sein Spitzname ist Ruhullah, Seele Gottes. Okay, und was für Prophezeiungen haben diese 124.000 Propheten gebracht? What kind of miracles did those 124.000 Prophets bring into this world? I don't know them all, what I know. Well, do you want me to really memorize all 124.000? Okay, at least give me five. At least give me five. Whether you have Muhammad, you have Isa, you have Musa, you have Ibrahim, and you have... No, no, I mean, I mean, Propheties. What kind of Propheties did those Prophets bring? Just give me five. What is Islam? What do you mean, wait, wait. Also, du meinst, für dich ist eine Prophetie, wenn er sagt, ich bringe den Islam. Ist das eine Prophetie für dich? Der muss mir das ja beweisen. Weißt du, was eine Prophetie ist? Do you know even what a Prophetie is? Okay, Rob, are you there, Rob? Yes. Please take over, I am done. I am done. I am done. Everything is okay. It's really hard. Keine Beleidigung, I kiss all your heart, but I am done now. Rob, you take over, I make you big. You take over, I'm done. I'm done. You know, it's really hard to debate Shia. I have to be honest. Why? Because they have different books. They use even, as you see, they even use tafsir of people, as he admitted, of people who are still alive. They don't go back to the early people. Sorry, I have to make that short. English isn't my first language. And when you say tafsir, I really did not know what that means. In Shia, we have something. You have to choose your marja. Okay? Marja. My marja is Sayyid Ali al-Khaminai. Eh, Khumayni. Okay? Brother, you don't even know his name, bro. There is nothing called Khumayni. It's Khumayni. Mr. Happy Passion. I have a question. I don't understand this all. Is it actually your goal, now the Islam ready to make? Or do you want to continue to carry the word God with love? Because somehow I feel like your goal is not that we have here an unknown. Eh, 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 eh. Crown, crown, crown. We do our sisters and brothers to clarify, so that they don't go into the wrong place. And that's why we do it here. Das hat nichts mit Islam fertig machen zu tun, sondern ich glaube, du hast da was übersehen. Sondern wir klären ganz normal auf, wir decken auf. Ja, ihr deckt auf, schön und gut, aber ihr habt hier irgendwie 315 Leute, 300 Seelen, die da sind. Und die man einfach über das Wort Gottes leben könnte. Und so, aber irgendwie gefühlt, redet ihr hin und her und macht euch irgendwie gegenseitig, keine Ahnung, also, irgendwie, wenn ich, das kommt mir so rüber, kann sein, dass ich das falsch wahrnehme, aber es kommt mir so rüber. Du nimmst es auf jeden Fall definitiv sehr falsch wahr. What's her, uh, crown, whatever, what is she saying, I don't know. The crown said, uh, are we here to, uh, uh, um, you know, give the, uh, uh, Muslims a KO? Oh, I said, no, we are here to, uh, tell the Muslims that they're following, uh, something wrong and that's it. Yes, that's true. Because the Quran allows you to sleep with children, crowned. The Quran allows you to sleep with children if you go to chapter 65. Crowned, ganz kurz, wenn du, wenn du, wenn du ja die Bibel, ganz kurz, für die Bitte, 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 ähm, Crowned, wenn du ja die Bibel gelesen hast, denn wüsstest du ja eigentlich, was der Herr Jesus Christus gesagt hat. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wir sollen das Evangelium predigen, was wir auch machen, und, ähm, gleichzeitig die Dunkelheit aufdecken. Liege ich richtig oder falsch? Klar, das sollen wir machen, ich bin, ich bin ein Fan davon, auch alles klar, auch alles Dings, aber, äh, ganz ehrlich, also, am Anfang wurde er ausgelacht, wo er nicht mal auslachen werden musste. Ich finde einfach, da fehlt die Liebe. Ich, das ist einfach ganz ehrlich, ich bin klar und deutlich plänen. Aber wir sind, wir sind respektvoll gegenüber ihm. Crowned hat halt sehr viel Liebe, das ist halt ihre Dings. Aber, äh, ich möchte jetzt, ich möchte mich jetzt langsam verabschieden. Flex, mir war wichtig, dir ein frohes neues Jahr zu wünschen, ja? Ebenfalls, ebenfalls. Euch auch, allen hier, Crown, Jibril natürlich auch, und allen anderen, auch ein frohes neues Jahr, auch im Chat, und Flex, komm gut ins Neue, ja? Ja, und mach weiter so. Es ist echt klasse, was du von der Arbeit bringst. Immer wieder beeindruckend. Gut, an dem ich, Frank. Gottes Segen euch auch. Tschüss. Ansonsten, Crown, hast du noch eine Frage, weil, dann hole ich nochmal jemanden anders durch, wenn's okay ist für dich? Ne, ne, alles gut. Ich finde, ich euch auf jeden Fall auch nochmal, ähm, viel Spaß und so, aber wie gesagt, also, es ist toll, ihr habt so viel sehen, so viele Leute, die zuschauen, keine Ahnung, wenn man das einfach mal mit geduldiger und vielleicht auf die Fragen eingeht, der zum Beispiel gefragt hat. Habe ich schon am Anfang getan. Also, wir haben auch schon jemanden hier drin gehabt, denen habe ich das zu 100% richtig erklärt, aber er wollte das einfach nicht annehmen und irgendwann mal, ja, dann ist es schon anstrengend und, ja, bringt dann auch nichts, ne? Ja, ich verstehe, also, ich weiß, wie, wie es ist, mit muslimischen Leuten zu debattieren, die sind sturköpfig, die bringen Bibelversen eben raus aus dem Kontext und alles, aber der ist so einer, der ist so kalm und so alles, da kann man ja auch selber so ein bisschen nicht so passiv-aggressiv sein, sondern auch so ein bisschen... Aber, ja, wir sind doch nicht aggressiv gegenüber ihm, wir sind doch ganz normal. Ja, okay. Ja, okay. Darf ich kurz was sagen? Ja, aber, Crown, auf jeden Fall, danke, dass du da warst. Ja, ich danke dir auch. Und, wie gesagt, machen wir kurz weiter, ansonsten, wenn du keine Frage hast, machen wir kurz weiter, ne? Ja, ja, macht weiter. Alles klar. Ich passe euch. Dankeschön, Dankeschön. Ciao. Ähm, I just want to say something, äh, you know, I think she is basically against what we do, how we debate Muslims, right? That's basically, she doesn't like the way... She said, we have to not be too aggressive, and I said, oh, no, we're not aggressive. I mean, Jibril is a very respectful person, there's no need to be aggressive, and we are very normal. We're just trying to explain what's going on in these books, that they believe that there is a problem there. So, that's it, that's it. I am, you know, it troubles me when I see Christians, um, who want to be politically correct, who want to be basically like a bunch of even jellyfishes. That's what we call them in the West, because, uh, the Bible is very clear. We are commanded to expose, uh, false teachings. We are commanded to expose, uh, false dark curls. If you go to the book of evisions, the book of evisions... Let me translate to the people. Let me translate to the people. Also, Leute, Rob Christian ist wirklich genauso strenggläubig und sagt klipp und klar, die Bibel macht uns das klar, dass wir die Dunkelheit aufdecken müssen. Die Bibel macht uns das ganz klar. Also, es heißt, es ist egal, wie und was, wir müssen die Dunkelheit aufdecken, no matter what. Simple and easy. Sorry. Now you can talk. Uh, so, so, since the Bible command us to do so, and since we are calling ourselves followers of Christ, and we also know what the, uh, how aggressive actually the disciples were. Look at Paul. He wasn't always nice. Look at our Lord and Savior Jesus Christ. When he entered the temple, he literally took, uh, uh, a whip and he whipped people. He, he flipped tables on people's heads, right? When he saw how they turned, uh, the temple into a marketplace. Uh, so, should, uh, should we not act like Jesus? When we see that Islam literally allows you to sleep with children. And Jibrail, you know, you said the Quran doesn't allow you to do so. Are you sure? I'm not sure what Quran you were reading, but the Quran I have here in front of me does allow you. Look. Look what it says. In chapter 65, ayah 4. I'm not sure what Quran you use, but maybe you are using a corrupt Quran because you see a claim that the Sunnis did tahrif. They corrupted the Quran. So maybe this ayah is corrupted. I don't know. So 65 ayah 4, Surat At-Talaq ayah 4, allows you to sleep with the ones who did not bleed yet. Who are the ones who did not bleed or have a menstruation yet? The little babies. Look. And for those of your women who have no hope of menstruation. So these are the old women. Ayah speaks of three different women. Watch. Old women. This part is the old women. If you doubt, the appointed period is three months. Three months. So if you divorce an old woman in Islam, she's a Muslim. Let's say she's 50 years old and she cannot menstruate anymore. And you decide to divorce her. Her waiting period to marry another man is three months. And also for those who have not yet had menstruation. Please tell me who these type of women are, who did not have yet, not yet, menstruation. Small kids. Small babies. Babies. Kinder. Kleine Kinder. Wir reden hier von 6-Jährigen, 7-Jährigen, 8-Jährigen. Das ist ganz einfach zu verstehen in diesem Text. Da brauchen wir auch gar nicht mehr philosophieren, wenn ich ganz ehrlich bin. This is clear. That's type number two. And type number three are the pregnant women. So what Allah is saying here, He gives us three options. If you're an old woman and you get divorced, you have to wait three months. If you are a baby girl who did not have her menstruation yet, that's type number two. And type number three are pregnant women. If you divorce them, also they have to wait three months. Why three months? Because if you did dingy dingy to them, just to make sure that they are not pregnant, that before they can marry another man to not give problems. Let me translate. Let me translate, my brother. Also es ist hier ganz klar, bei Sura 65, Vers 4, sehen wir ganz klar, dass es erlaubt ist mit kleine, also ihr wisst schon, zu verkehren. Es sei vollkommen in Ordnung. Ja, und genau, das sehen wir hier einfach in diesem Vers. Und wie gesagt, da brauchen wir auch gar nicht mal wirklich viel philosophieren. Das sage ich jeden Tag. Aber jedes Mal sagen die Muslime, hey Flex, du lavers scheiße. Aber hier haben wir einen Arabisch Sprechenden, der selber den Islam gelebt hat. Und er kann das ganz kurz, Abdullah, ganz kurz. Und hier sehen wir ganz genau, dass er das auf Arabisch selber bestätigt. Ganz einfach, da brauchen wir eigentlich gar nicht philosophieren. Rob, I have a question. Rob, can you please read the Koran, the complete ayah in Arabic, please? You can do it as well, right? If you want guys, I will read it if you want. Yes. Okay. So, you can do that and it will be a bit of a better way from them. You can do it for three months. Three months to them. Three months. Three months. Three months. And they didn't do it. And they will do it, yes. And they will do it in the Zeit of Our Amality. Ich habe eine Frage. Jibril, 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 eine Frage, ich werde ehrlich sagen, ich liebe Sie, aber in diesem Text gibt nichts zu retten hier, denn es ist klar. Ich habe eine Frage. Ich kann nicht nur eine Ayah aus dem Kontext aus dem Kontext. Ich bin nicht ein Scholar, aber ich möchte einfach nur klarstellen. Ich bin ein Scholar. 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 Ja. Ich bin ein Scholar. Ich bin ein Scholar. Ich bin ein Scholar. Ich bin ein Scholar in der Ausbildung der Islam. Das ist mein Scholar. Aber du hast du ein Scholar für den Islam? Ja. Du hast du studiert den Islamischen Theologien. Ich habe. Sie Tyk coses! Sie ist als Schwarz und Scher. Ich bin eine�á des Schachtes, ich bin ein Schale. Ich bin ein Scha. Das entscheide ich Olimmes. Ich habe mein Schag. Ich habe mein Schia. Santes die Schola und die Schadale. Ich habe mein Schira. Mein Sch gerade ist ein Schatz. Ich habe mein Schale. Okay, let's go to the context, ya Habibi. Look. Okay, go to the tafsir. Gibbon's young children, in marriage is halal permissible. Baab al-nikah. Okay, look what it says here. Surat al-Talaq. Wallahi lam yahan. Faja'ala addataha thalathat ashhor. Qabla al-Bluh. Before puberty. So... Wait, stop, stop here. Stop here. Rob, one second. This is the tafsir, ya? Yeah, yeah. The nikah. Yeah, tafsir, yeah. Okay, explain him the tafsir, because I know the tafsir already. Yeah. By virtue of the statement of Allah Ta'ala, and for those who have no monthly courses, i.e. they are still... Immature. Chapter 65 of the Qur'an ayah 4, same ayah, same chapter. Boom. And the ida, the waiting period, the ida, for the girl, not a woman, girl, baby girl. Oh. 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 Before... What? Oh. Poverty. Oh. Knockout. Oh. 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 But the Islam also says you are only allowed to marry when you are above the bulugh. You have to be above the lit so you can marry. Oh. 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 Who says that? Which scholar? From who? This is Sahih al-Bukhari. Oh, I am Shia. We don't believe in that one. Oh. Throw him on the bus. Let's go. Throw. I don't believe in him. I am Shia, again. You have to clarify. So, Jibril, Jibril, do you think... Let me tell you about your Khomeini. Wait, brother. Let him tell... Let me tell him. Did you know that in the book of Khomeini that you love so much and you love to follow, he says literally the same? You can literally put your wee-wee, you can put your wee-wee between her legs and do... Quick, 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 quick. Show me. Don't, don't use this disrespectful and... No, no, I'm not disrespectful. He's saying it. You want me to show you? Please. Oh, okay, beautiful. Beautiful. Rob, Rob, give me one second, Rob. Abdullah, now, what can we do, my dear? First of all, what he says, is bullshit. 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 Bullshit is that for him, that's a chaos for him. Bullshit. Bullshit. He's angry. He's angry. He's angry, he's angry. Why are you angry? Don't me, dude. No, 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 stop. He's saying to me, what he said. When he says, he's angry. Okay, ganz kurz. Wir machen das einfacher. Abdullah, Abdullah, warte. Abdullah, your turn will come. Rob, Rob, warte mal. Abdullah, warte. Rob, you speak Arabic? A little bit, not much. Okay, speak to Abdullah Arabic. Er will mit dem Koran erzählen auf Arabisch, obwohl er gar kein Araber ist. Ich kann übersetzen, Leute. Ich kann übersetzen. Abdullah, Amalak. Was ist das? Amalak, Abdullah, Anafasarlak. Er hat doch keinen Araber. Er will mit dem Koran erzählen oder was. Zeig mal den Koran. Abdullah, Abdullah, ich mach dich. Ich mach dich. Ich mach dich. Ruh, ruh. Zeig mal den Koran. Ich will den Koran sehen. Anbefassro, anbefassro. Wir haben dich nicht attackiert oder angegriffen. Die sind nur erklärend. Anbefassro. Aber der soll mit dem Koran zeigen. Wer soll mit dem Koran zeigen? Ja. Okay, dann, Rob, show him where you read this. Er ist auch mit dem Koran. Wo ist das? Abdullah, Abdullah. Er wollte sehen. Ich spreche, ich spreche, ich spreche. Amahlak, ich spreche. Abdullah, Abdullah, du bist der Grund, richtig? Ja, richtig. Du bist der Grund. Okay. Das ist der Bukhari. Ich sage, Herr Bukhari, ich sage, Herr Bukhari. Ich sage, Herr Bukhari, ich sage, Herr Bukhari. Herr Bukhari, ich sage, Herr Bukhari? Ah, Rahimallah. Okay, you're a Sunni. Beautiful. Sahih al-Bukhari, Volume 7. Okay. 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 Wait, wait, one second, one second, one second. Abdullah, akzeptierst du die Hadith? Das kommt drauf an, was er übersetzt gerade. Was er gerade übersetzt? Ja, warte, das ist noch Arabisch. Wieso, was, worauf es draufkommt? Bitte, 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 bitte. Darf ich ihn mal was fragen? Frag jemand, was für ein Landsmann ist der? Ich spreche mit ihm Arabisch. Äh, was für ein Landsmann ist der? Rede mit ihm Arabisch. Ich will nicht mit ihm reden, weil der übersetzt ganze Zeit die ganze Zeit. Okay, er fragt, Rob, was ist das für eine Katastrophe? Er fragt, was ist dein Nationalrat? Abdullah, er fragt. Er fragt, wo ihr seid, was ist dein Nationalrat? Er fragt, wo ihr seid? Du musst wissen, es geht. Er fragt, wo ist deinem Nationalrat? Es ist okay. Wird, wird, ganz kurz, ganz kurz, Leute, ganz kurz, Abdullah, aber jetzt haben wir doch einer, der Arabisch kann. Jetzt willst du aber mit ihm nicht Arabisch reden. Warum? Guck mal, weißt du, warum ich nicht mit ihm reden will? Weil die ganze Kur'an... Stopp! 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 Die Frage ist, wenn er so mächtig im Koran ist, er soll mir den Koran zeigen. Okay, gerne, gerne, aber ich möchte trotzdem, dass ihr euch auf Arabisch interessiert. Das Problem ist, er übersetzt gerade über eine Frau, eine Frau, da muss eine Frau stehen im Koran, ein Mädchen ist doch kein Baby, was der gerade übersetzen hat. Okay, aber Abdullah, 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 ganz gut, ganz gut. Ich krieg mich gerade auch über so einen Käfer. Wait, 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 Rob, I wanna do something quick, give me... Oh, he's out. Brother, he has no knowledge, he doesn't know Arabisch, he's a joke, like his prophet. Anyway... Also Leute, ich hab ihn nicht gekickt, er ist alleine rausgegangen, ich wollte eigentlich nur was mit ihm, aber okay. Okay. Rob, I have a question. Can you please recite me the ayah and surah? 65, ayah 4. 65? Ayah 4. So surah 65? Yes. Surah At-Talaq, l'ayah 4. At-Talaq. Okay. At-Talaq. Now, you accept Khomeini, you said, right? Yes. Okay. Let's see what in the book of Khomeini, I'm looking for it, because we have the book of Khomeini. In the book of Khomeini, he explains... He explains beautiful stuff. So I want you to watch with me how we're going to dissect the book of Khomeini, okay? Who? The book of Khomeini. Watch. I hope... Tell me if the sound is good, guys, but just let me know if the sound is good, okay? It's perfect. It's perfect, my brother. Can you hear this? Can you hear this? Yeah, we're here. Okay, beautiful. All right. Here is the book of Khomeini. Watch. Here is the book of Khomeini in front of you on the screen. We have a scholar who is going to expose what the book of Khomeini says. Abdullah Afag Jibreel, I want you to listen carefully, okay? Listen carefully to this video clip. This is the book of Khomeini. Listen carefully. The child raping in the books of Imam Khomeini. A group of people came out saying, no, this is not true. Tawheed is lying. These are not the books of Khomeini. Trying to stick up for an absolute advocate for child raping. So how about I just show you the book? This here is Tahrir al-Waseela and it's volume number two. Tahrir al-Waseela, book of Khomeini. The Islamic Republic of Iran. We'll take a look at the license of the book published by the Institute. It publishes and spreads the teachings of Imam Khomeini. This is their email if you'd like to go and say thank you to them. These advocates for child rape. This is the book that I was forced to study in the Islamic Institute of Iran. This is the book of Sharia law. Come over here. The chapter of marriage. The ethics of conducting a marriage procedure. Page number 255. Sharia law number 12. Clearly he rules. This is his verdict. It is not permissible to sexually penetrate the wife before she finishes nine years old. Whether it be permanent or temporary marriage. As for other methods and means of sexual pleasure and entertainment. Like touching out of sexual lust and hugging out of sexual lust. Which basically means folding the thighs of the underage girl and penetrating her thighs. All of these. Touching her. Touching the baby girl with a sexual desire. Sexual lust. Hugging her with a sexual lust. And thaying her. There is no problem in that. No problem. There is no problem in that. Hatta Even 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 with the baby Girl Even with the baby girl. Did you catch it? This is your Even 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 You can put your wee-wee. And do Please Please Stay respectful. Now I am Muslim. She and I say What I have heard here. I don't believe in that. OK? Now OK. So Khomeini is a liar now, right? You might be a liar. I don't know who has made the video. This is a video. You know This is the book of Khomeini. This is the book of Khomeini. He showed you the page, volume 2, depends on which publishing company. It's page 241 or 250, what was it, something in the 250 range. So we are showing you the book. We are reading the Arabic for you. What was the page again, Habib? Please, what was the page? 255, 256 or 241, depends on the volume number. So, or sorry, the publishing company. So volume 2, the book of Khomeini, Tahril Wasila, right? You should know this book. This is a Sharia Shia book by Khomeini himself. Volume 2 depends, like I said, on the publishing company. Either page 255 to 256 or 241 and onwards. Depends on the publishing company. Okay. So you can literally marry a little girl. Okay. Just a second, but I'm talking. Then when you marry her, let's say at the age of six, for example, you have to wait until she's nine. Then you are allowed to penetrate her. But let's say you get married to a three-year-old, three-year-old baby girl who's maybe still sucking milk. Or maybe she's one-year-old. You are allowed, according to Khomeini, your Shia scholar that you're so proud about, you are allowed to put your carrot or your banana or maybe your egg. Why are you using these phrases? Let me finish. Let me finish. Let me finish. You can put your banana between her legs and do quick, 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 quick. Okay. I said this is Islam. I have never heard of this. I have never heard of this. And you have just... That's not my problem. Hey, that's not my problem. Let me then explain further. Because you're a jahil. Let me explain further. Please. You're making your problem my problem. It's not my problem. It's your jahil about Shia. Just let me explain, Hamibi. Let me explain, Rob. You have shown us a video. Okay? This nowadays you can do anything with videos. Also, he could just check out these pages and put it around this cover. Why don't you just... Let me just speak. Why don't you open in the internet the book of Sayyid Khamenei. Why don't you open it? You're the Shia, not me. I don't have the book. Why are you saying that? Because this is a video. This is a Shia scholar. This is a Shia scholar exposing Shia. He's Shia, by the way. His name is Imam Tawheidi. Imam Tawheidi. He's a Shia scholar. He doesn't like Khomeini like you like him. So he hates Khomeini because Khomeini, in his book, writes that you are allowed to do... Weak, 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 weak. Well, I'm against that. Okay. Well, that means you're against Khomeini. You're not a Khomeini follower. This might be... I don't know. You have to show me something and I will think about it. Just let me explain, Habibi. 255 pages in front of you. 256. Let me explain. 255 and 256. Okay? Or 241 to events on, like I said, which publishing company. Because often publishing companies have different pages. Right? So he gave you two different pages. Go read them. Come back. I want to say something quick. Ganz kurz. Let me make myself big. And by the way, brother, sorry, Flexa, Habibi. If you want to watch this video, guys, go to my YouTube channel. I did this three years ago. Do you see it? Yeah. Infants. Love for young girls and infant babies in Islam. You can go watch it in your time and see if we're lying. Love for young girls and we should. I forgot to add you on Skype. I will add you on Skype today. Okay, brother. Yeah. Give me one second. Jibril, hörst du mich? Ja, Jibril. Guck mal, all diese Quellen, die Rob Christian, die heute gezeigt hat, ähm, ganz kurz, kann ich dir eine Sache sagen? Diese Quellen habe ich tatsächlich hier drin. Das ist das. Okay? Äh, das ist von Christian Prince. Okay? Und all diese Quellen, die er gerade nennt, tatsächlich hat er sie heute genannt und das sind schiitische Quellen, mein Lieber. Und du hast ja vor, du hast jetzt gerade vor zwei Minuten, drei Minuten gesagt, ähm, nein, das akzeptierst du nicht. Aber mein Freund, das sind deine Quellen. Habibi. Ja, ob du, ob du willst, ob du willst oder nicht, es steht in deinen Quellen. Darf ich was dazu sagen? Ja. Äh, ich gebe dir der Recht, das steht in meinen Quellen. Ich habe, ich gehe, ich folge diesem, äh, Gelehrten. I follow this, ähm, uh, this scholar. I have never heard of this. And I am now very shocked about this. I have, this happened to me multiple times. When I've read the Koran, there are multiple, ähm, I have didn't understand. Now I have wrote everything down that has been claimed here. Okay? I am shocked too. Yeah. I'm very shocked too. Because I don't think that's right. All of us are shocked. All of us. Let me explain. Again, I am Muslim and I am more than just, ähm, show that our religion stands for peace. Lass mich, lass mich das ganz kurz auf Deutsch erklären. Also Leute, hier geht es einfach um eine Schrift, ja, um eine Übersetzung und, ähm, um eine Quelle, die es erlaubt mit, ähm, kleine Kinder, ja, ihr wisst schon. Und, ähm, das sind die schiitische Quellen, ja, ähm, und jetzt sagt er Jibril, er ist geschockt, dass es da drin steht und ich selber bin auch geschockt. Und, ähm, sogar sowas von geschockt, Leute. Der Wahnsinn, ne? Ähm, ähm, genau. Ähm, genau. Ähm, ähm, genau. Ähm, genau. Jesus ist gepredigt, denn das ist die Wahrheit. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich mache wieder groß auf Rob, wenn du was sagen willst, Jibril, sag ruhig, ne, wir hören dir zu. Äh, äh, Dankeschön, dass du mir nur das Beste wünschst, äh, was ich jetzt hier, also nochmal, ich bin 17 Jahre alt, ich bin Muslim, ja, ich bin kein Gelehrter. Ja, ich habe jetzt diese ganzen Quellen gehört, ich habe mir das alles auf einem Blatt aufgeschrieben, okay, und ich werde jetzt nachgehen. Mir ist es mehrmals passiert, dass ich einige Dinge zwischen dem Koran nicht verstanden habe. Ich bin leider nicht der hocharabischen Sprache hundertprozentig mächtig. Daher habe ich immer meine Gelehrten gefragt. Ich habe einen Iman und ich werde diesen ganzen Sachen nachgehen. Dankeschön, dass ihr mich darauf hingegeweist habt. Ich bin mir aber immer noch hundertprozentig sicher, dass der Islam eine liebevolle, äh, und wunderschöne Religion ist. Nein, nein, ich unterbreche dich. Der Islam ist... Bitte, bitte, das ist meine Überzeugung. Ich möchte diese Überzeugung nochmal klart sein. Richtig, ich will nur, ich will nur was dazu sagen. Ähm, es ist sehr schön, aber verdammt manipulativ, sorry. Das weiß ich sogar selber, weil ich diese Erfahrung, weil ich diese Erfahrung tatsächlich selber gemacht habe, Jibril. Und ich bin 30, ich rede aus Erfahrung, ja. Du bist ein sehr respektvoller Moslem, aber ich sage dir ganz ehrlich, ja, lass dich nicht täuschen. Denn, äh, äh, wirklich, ähm, er ist so wunderschön, aber sehr viele Täuschungen. Muss ich leider sogar selber zugeben. Sehr viele Täuschungen. Ja. Ja. Brauch kannst du mich bitte kurz Gruß machen? Ah, natürlich. Zeig ein Rob, Gott, 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 Gott. Hallo. Ich habe mich gar nicht. Aber ich zeige dir etwas. Rob, du weißt, du weißt, äh, Al Mabshud als Sarkasi? Wer? Hier ist, äh, Hanafi. Ähm, ähm, äh, äh, äh. I show you the name. I show you the name. It's the book of Al Mabshud vom Imam Al-Sarkasi. Sarkasi? Sarkasi. Sarkasi, ayo ayo. Achso, Sarkasi, Sarkasi. Sarkasi. Wie ein Mädchen, ich möchte schnell hin angehen, damit ich nicht gesperrt werde. Die aufgrund ihres sehr jungen Alters von niemandem SS begehrt wird. Das ist das große Mikrofon, hast du. Oh mein Gott. Äh, warte, ich hol ein Kopfhörer, ja? Dein Mikrofon ist, ähh, 2,000 Jahre lang. Bruder, ich hol ein Kopfhörer, ja? Warte mal. Mamma mia, Jesus Christ. These headphones are in the time of Jesus Christ. I mean, we have to make some little jokes. I mean, you know. Oh, yeah. So he's going to take some headphones and then he's going to be back. Now, guys, you know what find me what's funny or funny or strange? We are giving the Muslims their own books. We show everything on a screen. And when we show them the proof, they say, we never heard of this. We don't. Very weird. Very. This is very strange. In the whole world, they are the same. They are all the same. All of them. Let me show something. Yeah. Same. Same, same, same. All of them. Same. We show them the books. We show them even their scholars. Right. We show them everything on the screen and they just either they don't want to hear it. They don't want to accept it. Why? Because we are kuffar and they should not listen to kuffar. That's in the basic idea. Even if you show them as a kafir, as a Christian, you show them literally from their books. They won't accept it. Why? Because we are showing it. Right. Right. But if an Imam shows it, it's okay, Habibi. No problem. Yeah. That is very weird. Look how beautiful is Islam. Look, brother. Geht es mit meinem Mikro? Wir hören dich super gut. Now your headphones are from 2023. Now it's okay. Ja, you are. Ja, that's so funny, man. Look. Look. The Book of Al-Absurd von Imam al-Sahasi. Na, hier ist die Quelle. So. Und was die Strafe der SCX-Sehnsucht nach einem kleinen Mädchen hin angeht, die aufgrund ihres jungen Alters von niemanden SCX begehrt wird, es gibt keine Strafe. Es ist erlaubt und es ist auch erlaubt, sie anzufassen, selbst wenn ihr Körper und ihr Intimbereich noch nicht als ausgereift gelten. Oder, look how beautiful is Islam, look. Wenn ein Mann SCX mit einem kleinen Mädchen hatte und sie durch ihn seine Unschuld verlor, dann ist es keine Unzucht, weil die Geschichte hier, weil das Vergnügen empfinden kann und somit war der Mann mit dir nicht unzüchtig. Hier, die aufgrund ihres jungen Alters noch kein SCX-Vergnügen empfinden kann, somit war die Sache einseitig. How beautiful is Islam, they can have SCX with little girls brother. Ja, ja, for sure. Yes. It's okay. Brother, it's in Sunni, both of them. Yes, yes, yes. This is Sunni's sources. This is Sunni. Yeah. I want to say something quick for the people here that are watching this stream, ja, auf Deutsch. Ja, oops. One second. And then I'm going to let you guys talk. One second. So, ich wollte noch die Quelle haben. Die wollten noch die Quelle haben. Gleich, gleich bitte, ganz kurz. An alle, die hier zuhören, ja, ich bin sehr Gottfroh, dass ihr zu diesem Channel gefunden habt. Die, die natürlich auf der Suche sind. Ich habe auch gelesen hier in den Chats. Das Ding ist, ich kann halt nicht dazwischenreden, wenn die anderen gerade etwas zeigen und vorlesen. Ich lese die Chats mit. An die, die zu diesem Channel gefunden haben und hier zuhören und wirklich lange auf der Suche waren, ja, müssen die Wahrheit erkennen. Und deswegen haben wir diesen Channel hier. Und deswegen reden wir darüber. Wir haben unseren Bruder Rob Christian, der sehr viel Erfahrung hat in diesem Bereich. Und Urban, der auch sehr viel Erfahrung hat, der auch sehr viel aufdecken tut. Und wie gesagt, ich spreche gleichzeitig über das Evangelium und decke auch auf. Aber wenn die Brüder hochkommen, reden wir alle darüber. Das ist gar kein Problem. Also an die Muslime auch, die sagen, hey, wir labern scheiße. Ihr müsst euch diesen Scheiß hier auch nicht geben. Wenn ihr sagt, okay, dieser Channel ist eine Hetze für euch. Vollkommen okay. Akzeptieren wir. Aber dann müsst ihr nur hier hochgehen. Seht ihr das da oben? Und ihr müsst dann einfach auf Flex sperren. Und das war's. Dann seht ihr meinen Stream nie wieder. Aber solange wir hier sind, wie gesagt, wir tun eine ganz normale Aufklärung. Wir beleidigen hier nicht. Wir sind sachlich. Und bleiben bei der Sache. Aldo, du wurdest nicht gelöscht. Kann doch gar nicht sein. Keiner hat dich gelöscht, Aldo. Bitte, Leute, nicht die falschen Leute löschen oder so. Nicht, dass ihr die falschen Leute blockieren tut oder so. Nein, der meint die Nachrichten kaum nicht durch. Manchmal werden doch Wörter geblockt automatisch von TikTok. Das hat nichts mit uns zu tun. Ach so, okay. Es kann sein, dass gewisse Wortwahl gefiltert werden. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Wie kann ich hochkommen? Ich glaube, ab einer bestimmten Follower-Anzahl kann man hochkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich glaube, ab 200 oder so. 300. Ich weiß es gar nicht. Kann ich ganz schlecht sagen. Genau, Leute. Wir bleiben hier sehr, sehr sachlich. Und ich kann euch eine Sache sagen. Durch unsere Arbeit tatsächlich haben viele den Weg zu dem Herrn Jesus Christus gefunden. Und ich bin so gottfroh, dass wir diesen Weg auch oder das hier machen. Ich bin gottfroh. Küsst doch dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Und das Ding ist, wir müssen unsere Brüder und Geschwister aufklären, weil ansonsten, Leute, geht ihr den falschen Weg. Leute, wenn ihr wüsstet, was für einen Shitstorm ich bekomme, das ist der Wahnsinn. Aber wir bleiben trotzdem ehrlich. Die wollen es nicht hören, dann bitteschön. Ihr müsst es nicht hören. Aber wir sprechen hier weiterhin die Wahrheit. Das heißt also, wir decken hier weiter auf. Wir reden drüber, warum wir wollen nicht, dass unsere Brüder und Geschwister was in die Irre geführt werden. Und deswegen machen wir das. Wir haben sogar ein Inder, der konvertiert ist. Ich werde jetzt seinen Namen hier nicht nennen. Wir haben Inder, die konvertiert sind. Hier in meinem Channel. Und mir geschrieben haben. Und gesagt haben, wow, das ist krass. Passt eins zu eins zusammen. So, alle mal einmal ein Amen. Kiss your heart, guys. You guys are amazing. Yes. Bruder, ich habe... Let's go back to English. Marouche, was hast du gesagt? Ich wollte nur sagen, leider trauen die sich hochzukommen. Aber ich habe drei, vier Afghaninnen, die überlegen zu konvertieren. Zwei sind schon konvertiert. Und eine Syrerin, die kurz davor ist. Aber sie hat halt Angst wegen der Familie. Durch meinen Channel hier oder wie? Ja, sie sind ab und zu hier dabei. Und bei anderen Brüdern und Schwestern. Und haben mich privat angeschrieben. Und ich habe ihnen ein paar Sachen erklärt. Und sie sind kurz davor. Also sie sind hier immer auf Adacava mit Fake-Accounts drin. Ah, guck mal. Seht ihr es? Der Wahnsinn, ne? Rob Christian, where are you? Der kommt gleich wieder, Bruder. Er hat geschrieben. Er kommt gleich wieder. Ah, okay. Oder kann ich die Quelle, weil alle schreiben gerade, zeigt die Quelle, zeigt die Quelle. Die Quelle kannst du, ich mache dich auch gleich groß und dann kannst du gleich die Quelle zeigen. Ich möchte nur noch mal, auch die Leute, die hier drin sind, aus Respekt ist auch ganz wichtig, dass ich auch die Leute unterhalte. Und wie gesagt, ich muss mal ein Remix machen. Genau, Leute, es ist wirklich äußerst wichtig, was wir hier machen, Aufklärung hier. Und ich finde das eigentlich auch gut. Viele haben den richtigen Weg gefunden. Warum? Denn das Evangelium war von Anfang an die Wahrheit. Ja, und das Evangelium, wenn wir das auch lesen, dann sehen wir auch, wie das Evangelium uns vor gewissen Dingen warnt. Also wenn das Evangelium sagt, hey, vorsichtig, sie predigen einen falschen Jesus, ja, und es steht in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 4, ja, steht es da drin, dass sie einen falschen Jesus predigen werden. Die, all diese Sachen sind eingetreten. Also fragen wir uns eigentlich, wie kommen die darauf, dass die Bibel verfälscht ist, wenn die Bibel von Anfang an die Wahrheit gesagt hat. Und all diese Prophezeiungen eingetreten sind. Also wie kann die Bibel dann falsch sein? Hm, sehr seltsam. Das muss ja wirklich ein mächtiger Gott gewesen sein, also ein mächtiger Gott sein, der das alles weiß. Aber komischerweise sagen die Muslime, hey, die Bibel ist verfälscht. Aber komischerweise sind alle Prophezeiungen eingetreten. Was uns, also die Bibel warnt uns. Und all diese Prophezeiungen eingetreten ein. Wahnsinn. Oder weißt du, dass Allah einen Propheten hatte, der für Allah die Evangelien auf Arabisch geschrieben hat? Wahnsinn, ich glaube, ich kenne das sogar. Ich kann euch zeigen dir das. Komm, ich zeige dir das. Wir hatten einfach einen Propheten. Ganz kurz, Rob Christian, are you here, my brother? Because there are so many people here, I can't see you, my brother. Where are you? I hope you're here, Rob Christian. Oh, Super Saiyajin. Lex, he said he's gonna come back. Er kommt zurück, hat er gesagt. Er kommt zurück. Gottes Segen. Ja, ja. Gottes Segen, Flex. Ganz kurz, ich muss Oban kurz groß machen, er will was zeigen. Also Oban, Gott sei Dank. Erstmal die Quelle für alle, die das haben wollen. Füllt jetzt mit, ich gehe die Quelle lang. 3, 2, 1. Das Buch von Al-Absurd vom Imam al-Sakasi gedruckt im Jahr 1985. Veröffentlicht von Dar-Tiba Band 5, Kapitel 10, Seite 155. Und die zweite Sache ist Al-Absurd al-Sakasi, Band 9, Seite 75. Da habt ihr das, Bruder. Und jetzt, sie sagen doch, unsere Bibel ist verfälscht und bla, und bla, und bla, bla. Wie geht es um einen Lieblingspropheten? Waraka ibn Naufal. Naufal, ja. Ben Abdul-Oza bin Hosei. Waraka, was das war? Guck mal, was ist passiert, Bruder. Ich zeige dir das. Kurz, ich zeige euch beim Muslimen lehnen ab. Sie sagen, Waraka war nur eine Erfindung. Waraka gab es nicht. Weil wir lesen, als Waraka gestorben ist, hatte Mohammed drei Jahre lang keine Offenbarung. 6, 9, 8, 2. Ich muss nur kurz die Stelle finden, weil der Hadith ist lang. Es gibt keine sieben Testamente. Was für, wieso habt ihr dann sieben? Ja, sieben, Bruder, was ist das denn? Oh mein Gott. Die Leute, die Leute haben keine Ahnung, was die schreiben. Das ist der Wahnsinn, ey. Bruder, du kannst sehr gut Englisch schreiben ohne Gehirn, weißt du? Guck mal. In der vorislamischen Bibliothek. Sorry, sorry, Urban. Panna, ich habe gelesen, du bist zum Islam konvertiert und Gott sei Dank, ich bin so froh, dass du in diesem Channel bist und es selber auch gesehen hast, was die Wahrheit ist. Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Follower, aber hör weiter hinzu, denn es gibt sehr, sehr wichtige Sachen, was hier besprochen wird. Sorry, Urban, wenn ich dich unterbrochen habe jetzt. Alles gut, Bruder, alles gut, alles gut. Guck mal. In der vorislamischen Zeit wurde Waraka ein Christ and he used to write in Arabic writing and used to write the Gospels in Arabic. Also er hat die Evangelien auf Arabisch geschrieben, richtig, Bruder? Mhm. The Gospel in Arabic, yeah. As much as Allah wished him to write. Mhm. Verstehst du das? Mhm. Du musst es auch auf Deutsch übersetzen, weil wir haben auch deutschsprachige Leute hier, die wollen das auch gerne wissen. Das ist ganz wichtig. Allah hat Waraka ibn Aufal beauftragt, die Evangelien auf Arabisch zu schreiben. Wozu dann noch der Koran? Mohammed wurde nie von Allah hat den Auftrag gehalten, einen Koran zu schreiben. Mohammed hat nie mit Allah gesprochen. Oh, ich glaube nur, okay, nur, okay, der hat sich schon gestimmt. Alles gut. Ähm, was ich wirklich an dieser Religion sehr, sehr bewundere, generell das Evangelium, ja, ähm, weil ich mich auch sehr gut damit befasst habe, jetzt auch. Du hast dein Leben lang Zeit, ähm, zu den Herrn Jesus Christus zu finden, okay? Du hast dein Leben lang Zeit. So, daran merken wir auch, dass Gott wirklich Liebe für uns empfindet. So, aber wenn ich jetzt in den Hadithen, ja, mir die Schriften anschaue, okay, steht da ganz klar in den Hadithen, ich muss nochmal gucken, welcher Hadith, welcher Bukhari das nochmal war. Ja, steht da ganz klar und deutlich, who doesn't embrace Islam, put him in chains, till he embraces Islam. Das heißt also, kettet ihn an, bis er was den Islam angenommen hat. So, und dann gibt es nochmal, ähm, ein Hadith, ja, da steht drinne, whoever leaves this religion, do this with him. Nun, also, nimm es mir nicht böse, aber würde ich, äh, aber ganz kurz, würde ich in dem Evangelium so etwas lesen, ja, dass wer den Christentum verlässt, kriegt den hier, oder wer, äh, ihr müsst so angekettet sein, bis ihr das Christentum annehmt, wenn ich sowas lesen würde in meiner Schrift. Ich würde sofort, sofort, ohne Wimpern zu zucken, meine Religion verlassen. Sofort, weil das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Null. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Und da ist schon der Punkt, wo ich sage, man muss lesen und verstehen, weil es gibt gewisse Sachen, die musst du verstehen und die musst du annehmen und du musst wach werden und sagen, oh, das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Jetzt darfst du reden, also, das ist... Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich bin, ich bin hier hochkommen zu dir, ich bin hier hochkommen zu dir, ich bin auch gar nicht jemand, der so das Wissen hat, um mit dir jetzt, mit dir darüber zu reden oder sonst irgendwas. Nur, ich, vielleicht nicht von dir selber, aber ich habe auch oft gesehen, dass, das hat mich gestört, so ein bisschen, dass die hier drin sind, so ein bisschen, ihr habt das ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und das verletzt einen, verstehst du, wie ich meine, so? Nicht, dass du... Was nervt dich denn? Nein, nein, wenn man... Stell dir mal vor, ich würde jetzt, zum Beispiel, nervt dich das nicht, wenn man sagt, dieses mit Dreijährigen und so? Verstehst du, wie ich meine? Das nervt, man zieht das ins Lächerliche. Was meinst du, Dreijährige? Mit Rebecca. Zum Beispiel, so, weiß ich, ich habe dir jetzt nur ein Beispiel gegeben, so, ich höre den ganzen... Der Pero, der, 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 wo ist der, das fliegende Pferd oder was da war, bei Gott würd ich nicht... Nein, Pero, Pero musst du raushalten, die hat nichts gemacht, also, die hat ja nichts getan. Ich meine, Pero, Pero sitzt bei mir im Channel, alles gut, die sagt ja gar nichts. Wer ist Pero, Bruder? Aber du hast doch gerade Pero gesagt. Ich sage, die sagen hier, Pildo und so, auf unseren Propheten bezogen. Ja, aber, aber guck mal, nun, lass uns mal sachlich bleiben. Nein, das Problem ist, wie, das Problem, ich habe gar nicht das Wissen, um mit dir darüber zu reden. Mir ging es einfach nur um dieses, so mach dein, 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 wie nennt man das, deine Vorträge, verkünde deine, deine Religion. Mach, verstehst du, wie ich meine, sagt keiner was. Aber so, das wäre korrekt, wenn du, wenn du, wenn du die Menschen um dich herum, oder die mit dir live gehen, so, wenn du, wenn du einschreitst, wenn die respektlos werden, verstehst du, wie ich meine? Soweit keiner dich beleidigt oder deinen Propheten oder dein Geist beleidigt, dann bitte ich euch, so macht das auch nicht, verstehst du mich? Nein, das verletzt mich wirklich. Also, ich kann nicht verstehen, aber auf der einen Seite musst du halt sehen, der Flex macht nur Aufklärungsarbeit, um, um die Muslime das auch, ähm, auch zu zeigen, weil, wenn ich, ähm, zum Beispiel sage, ähm, Mohammed war ein Kinderschänder, dann ist es ja keine Beleidigung. Verstehst du, was ich meine, nur, weil das ist halt die Tatsache, ähm, dass Mohammed eine Sechsjährige geheiratet hat, das war ein kleines Kind, und das ist keine Beleidigung, das sind Fakten, nur, verstehst du? Guck mal, guck mal, guck mal, ich sag dir das, ich sag dir das nur, damit wir uns beide so, damit du weißt, was ich meine, was, ich weiß dazu nichts, ich weiß dazu nichts, aber ich bin blind fest der Überzeugung, dass er kein Kinderschänder war, verstehst du, wie ich meine? Leider schon, leider. Aber, 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 guck mal, guck mal, lass uns, lass uns mal ehrlich sein, ähm, meine esidischen Brüder, ich küsse eure Herzen, Kurmanji, ich seh dich, ich seh dich, Bruder, ich seh dich, ähm, ja, guck mal, nu. Guck mal, ich hab ein Prozent, ne, wenn es ausgeht, dann weißt du Bescheid, ne? Alles gut, alles gut, guck mal, lass uns ehrlich sein, lass uns ehrlich sein. Also, wenn wir in die Überlieferungskette reingehen und sehen, sie war sechs Jahre alt und mit neun wurde die Ehe vollzogen, ja, das ist ja nicht gelaber, sondern das lesen wir ja. Ja, so, das ist das eine, aber, ähm, wenn jemand sagt, ich habe von Gott einen Traum bekommen, dass diese Sechsjährige mir zusteht, okay, und mit neun tut er mit ihr die Ehe vollziehen, nu, du kannst nicht sagen, dass das normal ist, bitte. Guck mal, kein Gott, guck mal, kein Gott gibt dir einen Traum, eine Sechsjährige zu nehmen und mit neun zu heiraten, das gibt es nicht. Nun, wenn wir, guck mal, stell dir mal vor, ich bete zu Gott, hör, jetzt musst du gut zuhören, ich bete zu Gott und sage Gott, oh, ich wünsche mir eine, hm, 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 und, äh, ja, ich hoffe, dass das mal so passiert und dann auf einmal siehst du eine Neunjährige auf der Straße und, äh, würdest du, würdest du die Nähe, äh, Bro, bitte, bitte. Das ist gegen den Menschenverstand, also, ich finde, das ist gegen den Menschenverstand, bitte. Ich finde, nur, wenn du eine Frage an dich, nur, also, dings, ähm, ganz kurz nur, also, glaubst du auch an die Hadithen, nur? Ich glaube an die Sahihazis, ja, hundertprozentig. Genau, in Sahih M. Al-Bukhari, also, äh, 5158, das, äh, das kannst du dir dann im Aufschreiben, also, das stimmt wirklich so, in Sahih M. Al-Bukhari 5158, ich lese mal vor, damit du es auch, äh, du selber auch prüfen kannst, es ist sehr, sehr wichtig, immer zu prüfen, ich lese mal vor, Sahih M. Al-Bukhari 5158, und das ist Sahih, da heißt es, Danke, Leute, ich rufe eure Herzen. Lese mal vor, da heißt es, Sahih M. Al-Bukhari 5158, die zuhören, Leute, ich küsse eure Herzen, Leute, ich küsse eure Herzen, sag nichts. Sehr sauer bin ich, Bero, richtig sauer, ich sag dir ehrlich, ich sag jetzt gar nichts. Die muss arbeiten. So, jetzt nehmen wir mal Larry hoch, Larry möchte hochkommen. So. Guten Morgen, Larry. Einen wunderschönen guten Morgen erstmal an alle, die hier drin sind. Wieso, habe ich was verpasst? Nein, ihr habt nichts verpasst. So, kleinen Moment. Darf ich mal eine Frage stellen, kurz? Also, an dieser arabischen Schrift, wenn ich noch einmal sehe, dass du die Esiden beleidigst, dann hast du ein Problem, mein Freund. Egal, du wurdest jetzt sowieso stumm geschaltet, das passt. Keiner beleidigt die Esiden, sonst gibt es ein Problem hier. Genau. Larry, jetzt Larry, mein Lieber. Also, dankeschön. Also, ich war jetzt mehrfach hier, wir waren ja auch, ich war jetzt schon auch einmal oben und war letztes Mal oben und war dann aber direkt wieder weg, weil die Thematik war. Also, bei mir ging es darum, dass ich eigentlich als überzeugter Agnostiker wissen wollte, weil mich jemand davon überzeugen konnte, mit empirischen Beweisen, mit das betende Menschen. Also, ich weiß, dass ich mit Religion besser leben könnte. Richtig. Aber ich kann mich nicht selbst belügen und nach meiner Meinung nach glaubt ihr an alte Bücher und ihr könnt das tun und dürft das tun und jeder Glaube und so. Ich kann das als Naturwissenschaftler nicht. Ich würde aber gerne, jetzt kann ich mich natürlich nicht selber anlügen, weil das klappt ja nicht. Ihr glaubt, weil ihr überzeugt seid. Ich kann nicht sagen, ich glaube, wenn ich nicht überzeugt bin. Also, ich muss dem Ganzen ja auch wirklich, ich muss ja auch dahinter stehen. So, jetzt habe ich aber wissenschaftlich... Nein, Moment, Ine, du. Guten Morgen. Aber jetzt habe ich wissenschaftlich wirklich Belege dafür gefunden, dass wenn anscheinend viele Menschen sich zusammentun und für jemanden beten, dass da sowas wie, ja weiß ich nicht, entsteht. Und ja, nicht nur sowas wie ein Placebo-Effekt, sondern es wurde ein Heilungseffekt. Ja, und das wurde unter 3000 Menschen empirisch untersucht und hat zu einem Beweis geführt, zu einem empirischen Beweis. Ich kann dir auch sagen, was das ist. Daran merkt man auch, dass Jesus Christus wahrhaftig wirklich unter uns ist, ja. Wirklich der wahrhaftige, lebendige Gott ist. Ja, ich habe tatsächlich sowas schon mal erlebt, live, wo ich selber dabei war. Ja, und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es ist krass, ja. Und daran erkennen wir auch, dass er wirklich wahrhaftig unter uns ist, ja. Es besteht kein Zweifel, es besteht wirklich kein Zweifel, Jesus Christus ist wahrhaftig. Er ist wahrhaftig. Er ist wahrhaftig. Und ich kann dir nur eins ans Herz legen, du wirst auch niemals einen Christen sehen, der dir sagt, hey, du musst jetzt das Christentum annehmen. Nein, lass dir deine Zeit, lies einfach, aber lass dich nicht manipulieren. Das heißt also, wenn jemand ein falsches Evangelium predigt, musst du sehr, sehr vorsichtig sein, weil es gibt auch die andere Seite, die hört sich super schön an, aber die Bibel ist sehr sachlich und direkt. Und das ist der Unterschied. Dann möchte ich noch mal kurz, ich habe, nachdem ich hier war, hat mir nicht jemand was geschickt, aber hat sich irgendwie mir gefolgt. Und ich bin eben, habe dann geguckt und der hat nur eins präsentiert. Und da stand dann irgendwie drin, ich weiß nicht, wie der Urvater hieß, der hätte, der war 85 Jahre alt, wer ist das? 85 Jahre alt, von wem redest du? Ja, sogar im Alten Testament so eine Geschichte, der hatte dann, seine Frau konnte kein Kind kriegen. Ah, äh, 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 Isak, äh, sorry. Sein Kind hieß, Isak, sein Kind hieß, Isak. Der hat sein Kind hieß, er hat wirklich gesagt. Du redest von Rebekka, die nicht schwanger werden konnte. Und, ja, wie hieß er, äh, ist er egal, wie der Mann ist. Auf jeden Fall hat er, Isak. Nee, ich glaube, Isak hieß, das Kind hinterher wirklich. Ja, Gott, Abraham, 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 Abraham. Abraham hat eine Frau und die kann nicht schwanger werden. Okay. Und die haben Sklaven, ne? Und seine Sklavin soll, dann sagt, äh, irgendwie, die Sklavin, ey, da wird mit Sklavenhaltung, Prostitution, Kindesentführung und all diese ganze Argumentation dahinter, kapiere ich einfach nicht mehr. Also, äh, ne, also, und dann geht die zu einem, dann geht die angeblich zu einem Brunnen und ich denke mir ja, ja klar, eine Sklavin unter Zwangsprostitution wird durch die Wüste, rennt, flieht durch die Wüste, ist völlig, äh, hydriert, dehydriert, ist an irgendeinem Brunnen, trinkt ein bisschen Wasser, findet ein bisschen Leben wieder und dann erscheint ja eigentlich irgendwer und der sagt, ja, geht dein Kind ab. Das war Jesus Christus. Ja, wer auch immer. Also, ne, ja, ja, irgendeine Engel, glaube ich, stimmt. Und dann, dann geht's aber weiter. Dann sollte nämlich Isar Arte Zeug sein und dann ging's wieder weiter mit Zwangsprostitutionen und sie soll dann einen Stamm erschaffen und ihr Sohn wäre dann ein, ein, der, der Sohn wäre dann angeblich sowas wie Löwe gewesen, der sich gegen alles auflehnt, rebelliert und Kriege führt, Kriege führt und, 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 mit ganz viel Gewalt und, und, und wird argumentiert. Esau, Esau, Esau und, ähm. Ich weiß wirklich nicht, wie die mit Namen heißen, mein, mein, Etau und Jakob, die waren ja, 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 ich weiß, okay. Ich weiß nicht, wie die mit Namen heißen, aber ich frage mich, warum soll ich, selbst wenn es diesen empirischen Beweis des Betens gibt, dieser alten Sache von, die ja Gott sei Dank abgeschafft ist, und du hast ja letztens selber gesagt, dass es da irgendwo in Palästina, ne, so für farbige Menschen einen ganz schlimmen Ausdruck gibt für eine Minderheit oder so, die Gottessklaven. Ja, da gibt es so Al-Abi, Al-Abi. Ja, 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 genau. Aber warum, warum steht sowas in einem Buch und ich soll daran glauben und selbst wenn das damals so war, dann ist das schrecklich, schrecklichst. Ja, das stimmt, das stimmt, absolut, absolut, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ja, es gibt in Palästina tatsächlich eine Minderheit, also Afro-Palästinenser, die, ähm, in einem Ort quasi leben und, ähm, das ist Al-Abi und wenn wir das übersetzen, heißt das Sklave. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das ist echt hart, also ich konnte das echt nicht glauben. Ich hab mir auch, ähm, ich hab mir auch Videos angeschaut, was die dunkelläutige Community dazu sagt und, ähm, die bestätigen das wieder und das gibt mir schon wieder, äh, diese Bestätigung, wo ich sag so, okay, alles klar, ne, aber einen kleinen Moment, äh, Dinero, jetzt, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Hi, äh, ein Moment, ich bin ja noch mal in zwei Stunden bin ich ja sowieso noch mal wieder, dann, okay, ich verabschiede mich erst mal ein... Ja, 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 ist kein Problem, aber ist gut, gut. Genau, ne, altes Testament, ne, das versteht nicht jeder, das ist immer so die Sache. Also, äh, aber altes Testament muss jeder wissen, das gilt für das Haus Israel, ne? Genau. Altes Testament gilt für das Haus Israel und, äh, wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen, Gott kann mit der Sünde einfach keine Gemeinsamkeit haben, ne? Und, ähm, wir müssen auch verstehen, dass, äh, wir einen Gott haben, der auch gerecht ist, ja? Amen. Genau, und deswegen, wir müssen auch verstehen, hey, ähm, ihr könnt nicht sündigen und gleichzeitig mit Gott eine Gemeinsamkeit haben, das funktioniert nicht. Du kannst nicht, wenn du, äh, ins Paradies gehst, kannst du nicht mit Sünden im Paradies sein, das funktioniert nicht. So, das heißt also, wenn Gott dir ein mosaischen Gesetz oder ein Gesetz gibt und sagt, hey, du, hör mal zu, ich liebe dich von ganzem Herzen, ja? Bitte halte dich dran, Bero, ich küsse deine Füße. Bero, danke schön. Und, und wenn da, wenn der Herr sagt, ähm, bitte, 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 ähm, halte dich an dieses Gesetz und du aber dich nicht dran hältst und meinst, du müsstest einfach weiter, äh, äh, sagen wir mal, sündigen, dann, hey, dann ist der Lohn für die Sünde der Tod. Ganz einfach. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Ja, amen. So, Dinero, jetzt. Genau, und zwar, äh, ich hab eben dann mitbekommen, du hattest da irgendwas gesagt wegen, keine Religion, also sowas macht ja keine Religion, dass man irgendwie eine 6-Jährige heiratet oder eine 9-Jährige, ich glaub, das war jetzt die, äh, Anspielung auf den, äh, Propheten Mohammed, dass er quasi eine jüngere, also ein jüngeres Mädchen geheiratet hat, ne? Ja, äh, guck mal, du musst es ja, du musst es ja so sehen, dann kannst du auch gleich reden, alles gut. Und, ähm, ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt hier drinnen bist und zugehört hast, aber du musst dir ja mal vorstellen, ähm, sagen wir mal, ein Prophet ist da, egal welcher. Wir beziehen das jetzt nicht auf Mohammed, ja? Wir beziehen das jetzt mal auf jemand anders. Ein anderer Prophet ist da und er sagt, ah, ich habe einen Traum bekommen, dass ein Kind in einem Bettlaken ist, ja? Ja, oh, jetzt gehe ich mal zu der Family und sage, hey, ich habe einen Traum bekommen, diese 6-Jährige, ja? Die steht mir zu. So, mit 6 kennengelernt, mit 9, ja, say, ich küss dein Herz für das Abo, ich küss dein Herz, Bruder. Auf dich komme ich auch gleich zu. Ähm, du musst dir ja mal vorstellen, dann siehst du dann plötzlich, äh, äh, diese 6-Jährige, diese 6-Jährige und du sagst der Familie, hey, ich habe einen Traum bekommen, diese 6-Jährige steht mir zu. Und mit 9 tust du die Ehe vollziehen. Äh, Dinero, das ist nicht gesund. Ich glaube nicht, dass Gott uns einen Traum gibt und sagt, hey, hör mal zu, diese 6-Jährige steht dir zu. Das ist krank. Dinero, du kannst mir, du kannst mir nicht ums Verrecken sagen, Dinero, dass das normal ist. Ich flehe dich an. Ich möchte ja mit dir diskutieren, ne, also, guck mal, die Sache ist so, man muss ja gucken, das ist ja alles eine frühere Zeit gewesen und jeder Prophet hat Offenbarungen von Gott bekommen. Genauso wie, äh, Jesus, genau, wie Moses und alle anderen, ne, und dadurch sind, die haben ja auch viele Sachen nur durch Offenbarungen getan, ne, die die von Gott bekommen haben, sonst werden sie ja keine Propheten. Ähm, Axel, äh, dürfte ich irgendwann, äh, das klingt erstmal. Warte, Jeremy, warte, Jeremy, lass ihn bitte nur kurz weg. Das klingt natürlich alles erstmal, äh, in der heutigen Gesellschaft, klingt das komisch. Du musst dir ja vorstellen, früher, die allgemeinen Ehen wurden viel früher vollzogen. Allgemein, das gilt ja, das gilt, das ging für die gesamte Gesellschaft. Weil, es ist ja einfach Fakt, dass eine Frau, also besser gesagt, eine weibliche Person, ist ab dem Moment eine Frau, biologisch gesehen, ab da, wo sie ihre Periode kriegt. Und ich sehe dir bei den Frauen tatsächlich im Alter von 9, 10, 11, bei der Mann schon früher, bei der Mann schon später, ab da ist sie biologisch gesehen, eine Frau, ne, und früher haben sie auch sehr früh geheiratet. Lass mich, lass mich die heute, also heute ist ja ein Gesellschafter, die Gesellschaft ist ja ganz anders, ne, dass du, das, deswegen ist, ist schwer zu vergleichen, weil du tust, okay, vergleichen mit der heutigen Gesellschaft, das ist, okay, ich muss dich komplett korrigieren. Ich muss dich komplett korrigieren. Das rechtfertigt aber nicht, es rechtfertigt aber Evangelium. Ich küsse dein Herzbruder, wirklich küsse dein Herzbruder. Ihr seid ja heute komplett am eskalieren hier. Bist du evangelisch, christlich oder? Ich bin evangelisch, also ich glaube fest an die Bibel und wie gesagt, ich glaube auch an die 66 Bücher. Und an die Apokryphen, da bin ich raus. Aber ich glaube fest an die 66 Bücher. Wie gesagt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich egal. Sei es orthodox, sei es katholisch, sei es evangelisch. Wir sind trotzdem alle gleich. Ich möchte niemanden spalten. Warum? Wir müssen in der Liebe bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können nur voneinander lernen. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, genau, es rechtfertigt aber nicht, dass sie sechs Jahre alt war. Okay, so. Das sind ja auch nur Schätzungen. Ganz kurz, Leute. Jetzt gehen wir mal tiefgründiger in die Materie rein. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an. Sie hat mit Puppen gespielt. Ja. Und sie hat auch ihre Menstruation nicht erreicht. Ja, so. Genau. Wir dürfen auch, wir dürfen auch nicht vergessen, dass eine sechsjährige ganz bestimmt nicht wie eine 18-Jährige ist. Natürlich. Ob es eine damalige Zeit war. Ob es eine damalige Zeit war. Okay, lass es damals sein. Kann ich verstehen. Es rechtfertigt aber nichts, dass sie sechs Jahre alt war. Das kann man ums Verrecken nicht verteidigen. Aber guck mal, Dinero, wenn du wahrhaftig zu dir selber bist, ja, nimm mal deine eigene Tochter oder deinen Sohn in die Hand und überleg mal, wenn jetzt ein 53-Jähriger Mann kommt, 54-Jähriger, wir sagen einfach 50, okay, und der kommt in deiner Family und sagt, hey, dein Kind steht mir zu. Dinero, du würdest niemals dein Kind hergeben. Du kannst mir nicht sagen, dass wenn diese Person vor dir steht und sagt, ich habe eine Erleuchtung von Gott bekommen, denn dieses Kind steht mir zu, dass du das machen würdest. Das würdest du niemals machen. Das ist, heutzutage wird das keiner machen. Natürlich. Vollkommen recht. Aber du musst ja auch so sehen, dass das mit Gott keine Gemeinsamkeit hat. Wenn jemand sagt, hey, ich habe einen Traum bekommen, diese Sechsjährige steht mir zu und mit neun tut er die Ehe mit ihr vollziehen. Und dann gibt es noch Hadithe, wo sie mit Essen zugestopft wird, damit sie einigermaßen wie eine Frau aussieht. Und dann gibt es Hadithe, wo ganz klar drin steht, Aisha hat mit Puppen gespielt. Oder das kann man nicht rechtfertigen. Also ich lese jetzt diesen Hadith, also jetzt hör genau hin, Dings Dinero. Sahih al-Bukhari 6130, bitte alle aufschlagen. Sahih al-Bukhari 6130, da heißt es, ich spielte im Gegenwart des Propheten mit den Puppen und auch meine Freundinnen spielten mit mir. Wenn Allahs Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, meinen Wohnort betrat, versteckten sie sich. Aber der Prophet rief sie dazu auf, sich mir anzuschließen und mit mir zu spielen. Das Spielen mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten. Aber für Aisha war es damals erlaubt, da sie ein kleines Mädchen war und noch nicht das Pubertätsalter erreicht hatte. Das ist Sahih, Dinero, Sahih. Das ist sogar Sahih, ja, ich kenne diesen Hadith. Weil das Ding ist, Dinero, das ändert ja nichts an der Sache, dass das ein kleines Kind war, was ihre Pubertät noch nicht mal erreicht hat. Guck mal, wenn wir jetzt in der Bibel reingehen, Dinero, ja, ich sage dir mal, was eine gesunde Lehre ist. Eine gesunde Lehre, Dinero. Guck mal, ich habe jetzt gelernt, wenn ich mich mit euch unterhalte, mit Moslem, deines Gleichgesinnten, dass ich auf keinen Fall was tue, Marc, ich küss dein Herz, Lena, ich küss dein Herz, was ich gelernt habe, euch nicht zu beleidigen. Das heißt also, wenn ich mit dir einen Dialog führe, beleidige ich auch nicht dein Glaube, aber ich kritisiere dein Glaube. Warum? Weil man sieht gewisse Sachen, die nicht schön sind, ja. So, ähm, worauf ich hinaus möchte, ist einfach nur, in der Bibel, ja, haben wir sogar Verse, wo ganz klar und deutlich drinne steht, und das ist für mich eine sehr gesunde Lehre. In der Bibel steht drinne, die Frau muss über die Reife sein. Über die Reife heißt 18, 19, 20, 21, 22. Das ist ja Interpretationssache. Guck mal, hier ist gerade viel Interpretation. Wir können ja nicht festlegen, dass die da sechs Jahre, also wir können ja niemals hier alle ein gewisses Alter festlegen, wo wir sagen, ja, die war zu 100 Prozent. Ja, ja, aber guck mal, aber guck mal, wir dürfen nicht vergessen, in der Bibel, die Bibel lehrt uns aber, die Frau muss über ihre Reife sein. Über ihre Reife, über. So, so, aber bei euch in den Hadithen ist die Frau Aisha ganz klar. Sechs Jahre alt und mit neun wurde die Ehe vollzogen. Sechs Jahre steht da nicht drinnen. Doch, 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 darf ich jetzt mal vorlesen? Kann ich vorlesen, Schlechter? Ja, ich lese mal. Ich lese mal vor, okay. Das ist auch Sahih, ich schlage dann auf, in Sahihabuchare 5, 1, 2, 8 und danach will ich es übersetzen. Schreibt es auf, da steht, warte, ganz kurz, eine Sekunde, ich über, ganz kurz, ich muss noch, ich muss noch eine Sache kurz erwähnen, an die ganzen, äh, Leute, die hier drinnen sind, ich küsse euer Herz, ich habe sieben, äh, Modis zu vergeben, ne, ich glaube, Sugar Melon, du, du hast noch kein Modi, gell? Du bist noch da, Sugar. Ja, ich bin da. Ich bin da. Jetzt möchte ich mir vorlesen, da steht in Sahihabuchare 5, 1, 5, 8. Bitte alle aufschreiben, Sahihabuchare 5, 1, 5, 8. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, schrieb den Ehevertrag mit Aisha, als sie 6 Jahre alt war und vollzog seine Ehe mit ihr, als sie 9 Jahre alt war und sie blieb 9 Jahre lang bei ihm, das heißt bis zu seinem Tod. Und da steht in Sahihabuchare 5, 1, 5, 8. Mohammed heiratete Aisha, als sie 6 Jahre alt war und vollzog die Ehe mit ihr, als sie 9 war und sowas ist einfach nicht normal, am Dinero. Verstehst du, was ich sage? Wie gesagt, ich kann nur sagen, meiner Meinung nach, das ist halt eine andere Zeit gewesen, das muss man auch... Das war nicht eine andere Zeit, sowas kann nicht von Gott sein. Okay, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das... Ganz kurz, Dinero. Wir machen das, wir machen das so. Dass ihr das nicht für gut empfindet, ne, aber... Okay, aber guck mal, Dinero, Dinero, ganz kurz, ganz kurz, guck mal, Dinero, okay. Okay, sagen wir mal, das war eine andere Zeit. No problem, wir nehmen das jetzt mal so an. Es war eine andere Zeit, so. Die Generation von damals geht ja nicht zurück, sondern die Generation wird ja immer besser. Die Generation geht ja nicht weiter runter, sondern die Generation geht ja immer weiter höher, so. Wie meinst du das? Wenn ich jetzt auf der Straße gehe, ganz kurz, wenn ich jetzt auf der Straße gehe und ich ein 6-jähriges Kind sehe, denke ich mir so, ach du Scheiße, das ist einfach nur ein Kind. Wenn ich mir eine 9-Jährige anschaue, denke ich mir so, ach du Scheiße, das ist einfach ein Kind. Ja, klar. Also eine 9-Jährige sieht ganz bestimmt nicht aus wie eine 18-Jährige. Natürlich. Eine 6-Jährige... Nein, Dinero, das ist doch Schwachsinn. Nein, ich mach mir doch nicht. Natürlich habe ich ihm zugestimmt. Warte doch, bevor du dich gegen mich schießt, Alter, berück dich mal. Natürlich habe ich dem Kollegen gerade zugestimmt. Und ich verstehe schon, was er mir sagen will. Das ist nicht das Ding. Es geht nur darum, das sind, wie gesagt, ich sage, das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne eure Meinung haben. Deswegen bin ich ja hier mit euch zu diskutieren. Ich will euch ja nicht überzeugen oder sonst was. Ich wollte nur ein bisschen mit euch reden, gucken, wie eure Ansichten darüber sind. Natürlich, wenn du jetzt durch die Straßen rennst und du siehst ein 6-Jähriges Kind, 8-Jähriges Kind, 9-Jähriges Kind, denkst du dir halt einfach ganz normal, das ist ein Kind. Und du kannst dir niemals vorstellen, mit dir zu heiraten. Ist ja logisch. Wir sind in einer ganz anderen Zeit. Ja. Das ist halt das Ding. Man kann viele Sachen falsch interpretieren. Ihr habt jetzt gewisse Hadithe genannt, wo ihr sagt, okay, wenn ich mir das so durchlese, dann denke ich mir, okay, das kann mit dem Islam, das klingt für mich nicht schlüssig. Das berührt mich nicht. Das klingt für mich sogar erschreckend. Das ist ja sogar erschreckend. Also das ist nicht euer Ding, sage ich mal in dem Sinne. Man kann ja dasselbe aber auch jetzt über die Bibel sagen. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Das ist ein Verboten. In der Bibel steht sogar ganz klar, die Frau muss über ihre Reife sein. Richtig. Und wenn wir in den Alten Testament gehen und wenn wir sehen, wie die Töchter den Vater verführt haben, dass er so benommen war, dass er es nicht mal gemerkt hat, dann kann der Vater ja nichts dafür. Denn die Kinder waren ja sozusagen die Dummen sozusagen und haben ja diesen Fehler gemacht. Ja, sowas gibt's nicht. Ey, Sugar, ja. Geht es dir gut? Mir geht's hervorragend. Ich küsse dein Herz und dir. Elhamdul Jesus. Ich wollte nur was sagen kurz, weil ich kann mir das nicht zuhören. Immer kommen sie mit. Ja, früher war das normal. Leute, ich sag's euch. Also die Bibel war schon vor dem Koran da. Also wenn es, wenn die Bibel schon da war vor dem Koran und wenn Jesus auf dieser Erde war, war es nicht normal. Ihr könnt mir nicht sagen, 650 Jahre später, wenn der Koran gekommen ist, auf einmal war das normal. Weil wie Flex gesagt hat, wir gehen einfach mit den Generationen gehen wir auf. Also normalerweise sollten sich manche Sachen bessern und wieso bei Jesus Zeit war es nicht normal und bei Mohammed Zeit war das normal auf einmal. Auch wenn es spätere Generationen waren. Wie kann das möglich sein? Das ist doch schade. Ihr könnt sagen, bei uns ist das normal, aber ihr könnt nicht sagen, damals war das normal. Weil Jesus hat gesagt, wir sollen Kinder nicht anfassen. Richtig. Danke, Sugar Mellon. Danke, dass du das erwähnt hast. Jesus sagte selber, fass kein Kind an. Danke. Matthäus 18, Vers 6, sagte der Jesus Christus, wer bei irgendeinem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt, für den wäre es besser, dass ein Müllstein um seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Danke. Bitte. Danke. Bitte, Matthäus 18, Vers 6. Ja, und dann kommt Gohan. Die Bibel lügt nicht. Die Bibel sagt und prophezeit alles. Wehe ihr fest ein kleines Kind an. Ganz einfach. Da müssen wir gar nicht mal viel drumherum machen. Und wenn wir jetzt die andere Seite anschauen, sehen wir ganz genau, dass das leider vorkommt. Das kommt einfach vor. An die ganzen Abonnenten könnt ihr mal bitte für die Esiden und auch für unsere Arameer und für unsere Armenier mal diese ganzen Flaggen hier reinposten. Ihr könnt ja die Flaggen immer wieder reinposten. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen. Einfach mal Flaggen reinposten, das wäre nicht so schlimm. Das wäre perfekt. Ich habe auch weitere Hadithe, wo der Abu Bakr sogar schockiert war darüber. Ja, gut. Und zwar gibt es. Gibt es. Gibt es. Sahih Abu Khari 5018 bedarf schreiben. Sahih Abu Khari 5018. Da ist es. Der Prophet bat Abu Bakr um Aishas Han zu heirat. Abu Bakr sagte, aber ich bin dein Bruder. Du bist mein Bruder in Allas Religion und seinem Buch, aber Aishas ist mir erlaubt zu heiraten. Abu Bakr sagt, aber der war schon so tief darüber. Super. Also ich finde, sowas ist nicht normal. Darf ich kurz reinreden? Ich habe nur gesagt. Erstmal, erstmal, erstmal begrüßt man in der Runde. Erstmal alle. Hallo gesagt. Ich habe doch hallo gesagt. Okay. So, also, ich gehe mal kurz ein. Ich habe wirklich nicht lange Zeit. Ich rede ganz kurz. So, die ganzen Hadithe, Sahih Buhari, Sahih Muslim und so weiter. Es gibt mehrere Hadithe, mehrere Bücher. Es ist authentisch und es ist auch nicht authentische Sachen da drin, okay? Alles was Sahih Muslim ist, Hassan, Sahih Buhari, Tirmidhi, Ibn Dawud, warte, Ibn Dawud sind alle authentisch. Warte, warte. Außer wenn die Überlieferungsquelle nicht daif, wenn die daif ist, dann sagen wir, okay, nehmen wir nicht an. Aber alles was ich hier genannt habe, alles authentisch. Pass auf, pass auf. Zum Beispiel hier sind jetzt gerade 227 Leute drinnen, ne? Also das heißt, wenn ich was sage, können 226 Leute irgendetwas bezeugen, stimmt's? Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Person, sagen wir, nur du und ich hier drin sind und du sagst zu den Leuten, er hat so gesagt, dann ist es eine schwache Überlieferung, stimmt's? Ja, okay. So, ihr nehmt nur Sachen, warte, ihr nehmt Sachen raus, guck mal, ihr seid alle gleich geschult ungefähr, aber es ist sehr schwach geschult. Warum? Weil die versucht immer, warum redet ihr immer über den Koran, wenn ihr keine Muslime seid? Redet doch über, über Injil, über, über eure Bibel. Okay, jetzt werde ich dich, jetzt werde ich dich hier kurz stoppen. Jetzt ganz kurz. Ich muss dich jetzt ganz schnell stoppen, weil du eine Aussage getätigt hast, die eigentlich meiner Meinung nach, und jetzt musst du mir auch gut zuhören. Das ist auch keine Beleidigung. Ja, ich sag das nur von meiner Sicht aus, das ist eine sehr, sehr hohle, ähm, Aussage von dir zu sagen, nur ein Moslem kann den Koran lesen. Nein, das stimmt nicht. Also, du hast gerade eben, warte, du hast gerade eben eine Aussage getätigt, die für mich sehr, sehr hohl ist, und ich werde dir auch erklären, warum. Ja, du kannst kurz dabei reden, ganz kurz. Ich bin noch nicht gleich, gleich, du kannst gleich. Okay. Gott hat dir einen Verstand gegeben, zum Lesen und Verstehen. Okay. So, jetzt nehmen wir mal einen Vergleich, und daran merken wir auch, dass der wahrhaftige, lebendige Gott auch wirklich die Wahrheit sagt, ja. Also, wenn du jetzt, abgesehen von Bibel, Koran, wir lassen mal alle beide Bücher weg. Okay. Jetzt haben wir ein Gesetzbuch, ja, in diesem Gesetzbuch steht drin, hey, Kerle, hör zu, wenn du da gerade ausgehst, dann ist es eine Straftat. So. Brauche ich für diese Erklärung jemand, der mir das erklärt, was da drin steht, obwohl ich das eigentlich verstanden habe? Nein, dafür brauche ich nicht. Nein, natürlich brauchst du das. Nein, brauchst du nicht, weil du hast es doch gelesen und verstanden. Du hast es doch, du hast es doch gelesen und verstanden. Für was brauche ich nochmal jemanden, der mir das erklärt? Obwohl es ganz ausführlich drin steht. Das ist eine perfekte Antwort. Ja, na, bitteschön. Okay. Sagen wir mal, du studierst Medizin. Du liest in den Büchern, wie du zum Beispiel ein Herz operierst, wie du ein Bauch operierst, wie du ein Gehirn operierst. Da steht viele Sachen drin, aber wenn du jetzt zum Beispiel praktisch vor dem Ding stehst, vor den Personen stehst und du musst jetzt sein Herz operieren, muss es dir doch jemand zeigen, oder? Deine Aussage, du musst da auch wirklich ausführlich auch sagen, wie du das meinst. Und das, was du... Nein, du musst das, du musst es schon viel besser erklären. So, wenn du diese Aussage tätigst, ich gebe dir vollkommen recht, aber deswegen wirst du ja für diese Sache ja geschult, damit du auch weißt, um was es geht. Genau. So, aber du kannst es jetzt nicht mit das operieren, weil Operation und Lesen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst doch nicht sagen, Operation, ja, wenn du jemanden operierst, ist es genau wie Lesen. Lesen bist du ja gleich da vor Ort und du liest ja, du kannst ja verstehen, was du da lesen tust. Dafür brauchst du keine Erklärung. Wenn du jemanden operierst, ja, also operieren tust, natürlich musst du da geschult werden. Das ist ja was ganz anderes. Ja, du musst aber... Weil hier geht es um Menschenleben und nicht ums Lesen. Menschenleben und Lesen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, mein Freund. Genau, im Koran, guck mal, im Koran wurde ganz anders geschrieben. Weißt du, wie im Koran geschrieben worden ist? Von Vers zu Vers geschrieben. Nicht alles auf einmal, von Vers zu Vers. Warte, zu dem Thema Frau. Okay, Kind, wo dir sagt, ja, die waren noch ein Kind, die waren noch sechs, neun Jahre alt. Guck mal, ich sag euch, wie es genau war, okay? Das war, ich kann euch natürlich auch mit jetzt, ich schick dir das mit der Linke, okay? Die war, die war, wohl die versprochen worden waren, ja, war sie noch sehr jung. Die war zwischen sechs und neun Jahre alt. Aber, nach diesem Koran, als einer der ersten Verse rauskam, nach sechs Jahren, haben die dann eine richtige Ehe begangen. Warum? Die war dann 15 Jahre alt. Und damals war 15 Jahre alt, wie jetzt die Köpfe von dem Menschen, 30. Wer war 15 Jahre alt? Die Aisha? Nein, die war sechs. Okay, stopp, 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 stopp. Die wurde nach sechs Jahren später richtig in die Ehe reingebracht mit unseren Puppen. Warte mal, warte mal. Kerle, 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 nimm's mir echt nicht übel, aber deine Überlieferungsketten lügen nicht. Aisha war sechs, mit neun wurde die Ehe vollzogen. Aisha hat mit Puppen gespielt. Du kannst diese Sachen nicht leugnen. Ich leugne das ja nicht. Warte, warte, ganz kurz. Lass mich mal bitte ganz kurz drinnen. Lass mich bitte ganz kurz drinnen. Du musst lernen, andere ausreden zu lassen. Ja, bitte, bitte. Guck mal, du versuchst Aisha zu verteidigen. Es ändert nichts an der Situation, dass dieses kleine Mädchen sechs Jahre alt war. Okay? Und wenn wir jetzt in der Geschichte zurückgehen. Sagen wir mal, sechsjährige war damals schon viel, viel reifer. Alles gar kein Problem. So. Wenn die sechsjährigen Kinder damals so reif waren, dann frage ich mich, warum... Die waren nicht so reif. Die waren nicht so reif. Lass mich bitte zu Ende reden. Dann kannst du auch gerne reden. Das ist kein Problem. Weil du kannst das nicht verteidigen. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Weil wir analysieren jetzt dieses Thema. Keine Sorge. Okay. So. Wirklich, das kann man nicht schön reden. So. Wenn wir jetzt diese sechsjährige anschauen, Leute. Jetzt müssen... 240 Leute, die hier drin sind, hört mir ganz gut zu. So. Jetzt schauen wir uns mal diese sechsjährige an. Okay? Und gehen jetzt mal ganz zurück. Okay? Und sagen, okay, jetzt Generation wird ja immer besser. Etc. PP. So. Dann müsste jetzt die sechsjährige Kinder, die wir heute kennen, dann müssten sie alle aussehen wie 18. Wie 19. Wie 20 sogar. Leute, das könnt ihr doch nicht... Das ist... Leute, das ist doch peinlich. Das ergibt jetzt keinen Sinn, Bro. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Natürlich. Natürlich. Weil die sagen, mit sechs sah sie schon aus wie... Als wäre sie 14, 15. Sorry. Das kannst du nicht... Das kann man nicht schön reden. Glaubt ihr... Welche Art von Christen seid ihr? Seid ihr Christen von Trinität? Oder seid ihr an einem Gott? Ich glaube, wir glauben immer noch an denselben Gott und Trinität. Okay. Weil du sagst Trinität und derselbe Gott. Du hast hier zwei verschiedene Sachen gerade angesprochen. Nein. Was ist denn für dich Trinität? Was hast du in der Trinität verstanden? Okay. Die Trinität ist, dass es den Vater gibt, den Sohn Jesus und den Heiligen Geist. Und wer sagt sie? Ich glaube aber, dass diese drei Personen sind einer, sagt ihr. Aha. Und... Okay. Und jetzt ganz einfach erklärt, wenn ich dich jetzt angucke, bist du dreimal oder bist du einmal? Ich bin einmal. Also Körper, Seele und was hast du noch? Und ich meinte Geist oder wie? Ja also. Also bist du eins, oder? Darf ich dir was dazu sagen? Also bist du eins, oder? Nein, das stimmt nicht was du sagst. Du vergleichst es falsch. Was vergleiche ich da falsch? Du bist doch einmal, du bist doch nicht dreimal. Nein, du sagst doch, Jesus ist der Sohn vom Vater, oder? Also Gott ist sein Sohn, stimmt's? Du sagst doch... Du sagst doch... Du sagst doch... Und euer Gott, also den ihr meint, Vater, er sagt zu mir, wie könntest du auf der Erde nicht daran glauben, dass ich, Gott, auf die Erde gekommen bin als Mensch und den Menschen richtig geleitet habe, aber die mich getötet haben und gekreuzt haben. Stimmt das? Sagen wir, er sagt es zu mir, okay? Und ich sage als Muslim, ja mein Gott, wie soll ich daran glauben, dass du allmächtig bist, dass er alles hier erschaffen hat, alle Menschen, alle Tiere. Wie konnte ich nur daran glauben, dass du so schwach bist, dass die Menschen dich töten? Okay. Darf ich jetzt antworten? Jetzt kommt die zweite von eurer Sicht. Stell dir mal vor... Lass uns eine Sache erstmal durchgehen. Eine Sache... Ich will ja eure Antwort hören, weil ich habe ja jetzt geantwortet, ich will ja eure Antwort hören. Ja, aber du hast mir diesbezüglich der Trinität, hast du mir gar keine Antwort gegeben. Ist aber auch nicht so schlimm, wir gehen jetzt mal auf diese Sache rein, wo du gesagt hast, wie kann der Gott sich töten lassen, okay? Ja, genau. Genau. Eine Frage. Liebt dich Gott, ja oder nein? Inshallah. Okay, danke schön. Schon mal die erste Bestätigung. So, würde Gott alles für dich tun, ja oder nein? Wenn ich seinen Weg gehe, Inshallah. Also, das zweite Mal hast du es mir bestätigt. Ich habe dir Inshallah gesagt, wenn er will, habe ich gesagt. Warum, wenn er will? Weil Gott würde alles... Wenn er das alles entschaffen hat, dann weiß er ganz genau, was er mit mir macht, oder? Okay, egal. Zweimal, okay. Das dritte. Warum tust du Gott einschränken? Er liebt dich so sehr, dass er gekommen ist, wegen deiner Sünde. Warte mal. Ist am Kreuz gegangen. Er hat sich erniedrigen lassen. Ach so. Nur weil er dich über alles liebt. Nur weil er dich über alles liebt. Würde er dich nicht lieben, dann würden wir auf Ewigkeiten verdammt sein. Wir könnten mit Gott keine Gemeinsamkeit haben, mein Freund. Okay, eine Frage. Hätte Gott das gebraucht, hier auf die Erde zu kommen? Ja, natürlich selbstverständlich. Weil er die Liebe zeigt. Er zeigt ja die Liebe dir. Das stimmt nicht. Ihr tötet ihn in einen Traum rein, auf die Erde. Warum tötet ihn? Warum tötet ihn? Ich sage, er ist allmächtig. Er braucht das. Er braucht ja nicht. Und der ist überall. Okay, okay. Ich habe eine Frage von dich. Also ganz kurz. Kann Gott Mensch werden, wenn er will? Nein. Warum sollte er sowas machen? Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig und Gott ist auch in der Lage zu dann auch Menschen sein, weil Gott ist ja allmächtig. Aber mal. Wenn du sagst, ganz kurz, weil wenn du sagst, Gott kann kein Mensch werden, dann sagst du automatisch, dass Gott nicht alles machen kann. Ich sage zu dir, warum sollte Allah das machen? Weil Gott, weil du schränkst ja Gott ein, weil komm mal. Ich schränke mich ein, ich mache ihn allmächtig. Ganz kurz, ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz bitte. Schau mal. Der Herr Jesus Christus ist 100% Gott und 100% Mensch und das Wort Gottes sagt, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und 1. Petrus, Brief Kapitel 3, Vers 18, sagt das Wort Gottes die Bibel ganz klar, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten. Welche? Welche? Warte doch mal kurz bitte. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 heißt es. Ach so, dieses Neue Testament, ja. Warte bitte mal kurz bitte, warte bitte. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 heißt es, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Das heißt, der Herr Jesus Christus ist als Mensch gestimmt, aber durch den Geist ist er wieder lebendig gemacht, sagt das Wort Gottes. Ganz einfach und deutlich. Okay, und jetzt kommen wir zu eurer Sache. Stell dir mal vor, Flexabrenja heißt du, gell? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Flex, sag einfach Flex. Okay, Flex. Jetzt sagen wir mal, du stirbst als Christ, okay? Du stehst jetzt vor Allah, als allmächtigen Gott. Und er sagt dir, wie konntest du daran glauben, dass ich der allmächtige Gott das alles erschaffen habe und dass ich mich so klein und naiv wie ihr Menschen gemacht habe? Stimmt euch mal alle. Stimmt euch mal ganz kurz alle und dann erkläre ich mal meine Sicht. Alle kurz stumm. Auch du. Genau, ich habe ja gefragt. Ich habe dich ja jetzt gefragt. Alles gut. Alles gut. Ich gehe auf die Punkte ganz, ganz speziell ein. Also du musst jetzt, alle müssen sich stummen. Alle. Bitte auch du, inklusive du. Warum? Du bist ja auch nicht gestimmt. Wir sind doch gerecht, oder? Nein, nein. Ich möchte reden. Alle sind gestimmt. Du bleibst auch kurz gestimmt. Ich rede ja nicht. Ich halte zu. Alles gut. Aber ich muss dich trotzdem kurz stummen, weil alle sind gestimmt. Bitte. Aus Respekt. Okay? Okay, komm. Okay. Also, Leute, ich mache das jetzt ganz kurz und knapp. Also Leute, wenn wir uns die Bibel anschauen, merke ich einfach, dass es wirklich der wahrhaftige, lebendige Gott spricht, ja, in diesem Evangelium einfach, wir fangen jetzt einfach mal so an. Die Bibel prophezeit falsche Propheten. Nummer eins. Die Bibel prophezeit, dass sie einen anderen Jesus predigen werden, ja. Die Bibel zeigt uns, dass falsche Weissagungen kommen werden, ja. Dass sie Hirngespinste erzählen werden, dass sie das Evangelium, ja, verdrehen, ja. All diese Sachen sind eingetreten, ja. So. Und wenn wir sogar noch tiefgründiger in den Schriften gehen, ja, sehen wir auch in der Bibel, ich glaube, das war der Korinther Vers oder Jeremiah Vers, ich muss nochmal ganz genau schauen, steht da ganz klar drinnen, sie werden einen Stein haben, in einem Land aufstellen und das ist schon Götzendienst. Sogar das hat die Bibel prophezeit. Und all diese Dinge finden wir in der Bibel. Das heißt also, wenn das Evangelium mich schon vor 600 Jahren gewarnt hat, warum sollte ich dann ein falsches Evangelium an einen falschen Evangelium glauben, der 600 Jahre später kommt? Wenn die Bibel zu 100 Prozent all diese Sachen vorausgesagt hat. Wie soll einer mich überzeugen, der 600 Jahre später gekommen ist, der gar keine Prophezeiungen hat, keine Nächstenliebe in seinem Buch drin stehen hat? Wie soll ich denn so jemandem folgen? Wenn das Evangelium von Anfang an die Wahrheit gesagt hat, wie soll ich ein anderes Buch folgen, was gar keine Prophezeiungen hat, was gar keine Nächstenliebe drin stehen hat? Sorry, it's not gonna work out. I'm sorry, es geht nicht. Das ist meine Antwort. Okay, warte, also du hast mit Gott geredet und du hast ihm erzählt von dem, was er alles erschaffen hat, stimmt's? Also du tust den Gott recht leiten, wo du vor dem stehst? Also ich glaube... Aber warum machst du in deinem Kopf Antworten so noch? Schau mal, der Islam kam ja, also ganz kurz, schau mal, der Islam kam ja 600 Jahre später und Mohammed war in einer falschen Botschaft und angeblich sollte ein Engel ihn erwirkt haben. Dreimal wurde Mohammed von einem Engel erwirkt, aber wir erwirken ganz klar, das war ein Dämon, weil das Wort Gottes sagt, Nein! Warum steht in der Alte Testament, einer der ersten Testamente die rausgekommen sind, dass Ahmed kommen wird und... Da steht nichts, while ... Du kannst kein Griechisch, also wir lesen Johannes 14 und 16, da geht es darum, Jesus prophezeit, ich will euch einen anderen Beistand sein, der Tröster, der Geist der Wahrheit, er wird in euch drinnen wohnen, es ist ein geist mein lieber ich habe eine frage jesus sagte baruch barabbasem adonai shema israel adonai eluhenu adonai echad ihr muslime ihr habt ja die surah al-fatih a'udu billah minashitam rajim bismillahi wachman wachim alhamdulillah aber die juden haben das berescheid berescheid barra elohim et haschamayim weta ares weta harris heiter dohu war wo die juden haben die äthora das alte testament mein lieber und das ist eine frage eine frage sagt ja dass eure religion die wahrheit ist die wahrheit jetzt so wenn du jetzt wenn ich jetzt zum beispiel so überlegt ist wird auch von euch bewiesen dass die bibel nicht direkt von von jesus geschrieben worden ist stimmt also jesus christus hat die jahre beantworten sei doch mal ganz kurz leise was los mit dir sei doch mal ganz kurz leise bitte ich will die frage beantworten ich will die frage beantworten dass er doch mal bitte leise weil du hörst nicht so lange weil ich will dir die frage beantworten dann sei doch mal verdammt doch mal ganz kurz leise bitte ok also der herr jesus christus sagte den jüngern der heilige geist wird an euch alles erinnern was ich zu euch gesagt habe die vier evangelien matthäus und johannes waren augenzeuge von jesus und die haben sich alles daran erinnert was der herr jesus christus zu denen ja gesagt hat und johannes war ein augenzeuge und johannes war sogar bei der kreuzigung dabei aber der islam hat kein augenzeuge über jesus christus weil der islam predigt einen fake jesus ist nicht jesus der name jesus christus auf arabisch heißt er ist so das ist der wahre name von jesus auf arabisch mein lieber also also gut also du kannst du dich bestätigen dass jesus die bibel geschrieben weil wir er nochmals geschrieben haben die bibel geschrieben aber bei und seine jünger wurden vom heiligen geist inspiriert mein lieber meine jünger war die kummer und der prophet ist erst dann gestorben als koran zu ende war okay dann habe ich mal so eine frage sondern ich wieso war euer prophet verhext was heißt dann verhext für dich verzaubert glaubt ihr an zauberei zauberei ist eine sünde gegen die bibel glaubt ihr an flug was also ich muss ich muss ganz kurz ich muss ganz kurz einschreiten an den kollegen also ich kann jetzt ich weiß ich weiß jetzt nicht wie ich deinen namen aussprechen soll wie heißt du wenn ich fragen darf das ist bruder okay wie gesagt ich bedanke mich dass du da warst und dass du mit uns wie gesagt reden konnte ist und dankeschön aber aber ich sehe hier keine hoffnung also verstehe mich nicht falsch ist alles okay wir können uns gerne also wenn ihr in der nähe von frankfurt wohnt können wir uns gerne zusammensetzen dann holen wir auch noch stärkere gelehrte du holst eine stärkere gelehrten wir können uns gerne zusammen auf den tee trinken sehr treffen und trinken ist doch gar kein problem du bist doch auch muss auch mein bruder weißt wir leben alle hier auf dieser erde wo ist das problem wir können miteinander reden wie ja natürlich alles gut ich habe ja ich habe ja auch nie gesagt ich habe ich habe ja nie gesagt dass das nicht reden können natürlich können wir das ja machen das ist gar kein problem auf jeden fall wie gesagt ich bedanke mich dass du da warst ähm ja da hat einer geschrieben ja klar treffen und die trinken und dann kopfhacken nein nein gott schnell nein niemals niemals würde ich doch ein bruder jetzt so tik tok sportlich tik tok niemals niemals wie gesagt gott wirklich noch mal ein bruder ich hoffe möge jesus christus dich recht leiten dass du zerkennst nicht leiten kein menschland ist alles land wird sich in die ewige hölle führend der islam alles gut nur als oder ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen tag pass auf leute ich hoffe ihr seid mir nicht böse ich gehe ganz kurz noch was holen okay ist ganz ganz wichtig mal gucken kleinen moment leute ich küsse doch eure herzen moment ich muss jetzt erst mal gucken zweimal jetzt bin ich wieder zurück ich muss kurz was holen ich würde dann einfach circa noch mal in der stunde oder so noch mal kommen leute oder in 211 zwei stunden bin ich wieder da er kauft feuerwerk nein ich brauche kein feuerwerk und ich kann dir auch sagen warum warte nee nee das zeige ich nicht alles ich brauche kein feuerwerk ich mache andere sachen aber das ist das ist für silvester das ist für silvester also nicht falsch verstehen leute das ist für silvester so ansonsten leute genau ich küsse eure herzen und genau nachher will ich über den befleckten panther und das schwarze moor sprechen weil die muslime benutzen sehr sehr oft dieses wort und sagen hey das n-word wird hier erwähnt über dieses thema werde ich nachher noch mal ansprechen das kann ich machen wenn du willst ich weiß ja ich weiß es auch ich weiß auch oder wenn du willst wenn du willst komm rein dann kannst du das gerne erklären sie wieder da so circa eine stunde so ungefähr ich möchte noch kurz was das ist perfekt wundervoll aber da habe ich noch einen wichtigen vers zeigen behalte das für nachher okay alles klar ich möchte nur noch was zu den leuten sagen wirklich leute ihr seid wundervolle menschen und an die leute die hier reingekommen sind und zugehört haben auch die atheisten ich küsse eure herzen und an alle die hier drin sind vielen vielen dank für den support ja durch euch wachsen wir hier wirklich sehr sehr stark wir sind wirklich sehr sehr stark bin ich ganz ehrlich wir wachsen gemeinsam als eine community und wie gesagt ja sind einfach langsam langsam wie gesagt wir wachsen hier wirklich sehr sehr groß und genau hoffen wir dass wir besser werden noch besser und dass wir das evangelium auch verkünden können auch leute erreichen können und einfach weiterhin in der liebe bleiben leute ja und ganz ganz wichtig ja wir dürfen nicht vergessen wir werden weiterhin über die unsere esidischen brüder sprechen ja unsere esidischen brüder über die werden wir auch sprechen ist ganz ganz wichtig dass wir die minderheit ansprechen und sehr wichtig ist wir werden über nigeria auch sprechen ja wir werden über die aramea sprechen ja die auch verfolgt wurden sind aufgrund der glauben und armenien ja das sind alles sind alles länder die sollte man unterstützen also ich unterstütze die sieben zu 100 prozent sage ich immer wieder ja genauso genauso auch die anderen länder die in der minderheit sind genau also leute ich küsse eure herzen vielen vielen dank dass sie alle da wart na so circa in der stunde bin ich wieder da na ich küsse eure herzen vielen vielen dank für den support leute ich hoffe dass der liebe gott euch zehnfach mehr belohnen tut als mich bin ich ganz ehrlich sag das aufs ganzen herzen und und genau leute ne bis später raschow leute raschow 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 gottes segen also gottes segen leute ciao ciao bis später ich küsse eure herzen bis später sabrina ciao tschüss sie wurde bis zum tode sagen wir mal ja richtig ja genau ihr wisst schon was ich meine und ich bin auch ganz ehrlich das hat dann nichts mehr mit gott gemeinsam ich sag's euch immer wieder ja Ja, sie versuchen uns Christen mit Gewalt, dass wir zu einem Glaube konvertieren und ich finde das irgendwo schon ein bisschen traurig. Die Videos, die ich gesehen habe, wirklich, das ist mehr als nur traurig, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, also mir fehlen da die Worte, bin ich ganz ehrlich, mir fehlen die Worte, aber ich werde zu diesem Thema nochmal kommen. Hey, Karaman, oh, da ist der Bruder Karaman. Karaman, wenn du hochkommen möchtest, komm hoch, mein Bruder, ich küsse doch dein Herz. King Puta nehme ich auch hoch. Wir Esiden stehen hinter euch, egal was passiert. Bruder, ich küsse die Herzen aller Esiden. Und ich meine das auch ernst. Jedes Mal, wenn ihr seht, dass ich die Esiden als Hintergrund habe, merkt euch eine Sache, das ist, weil ich euch liebe. Und deswegen mache ich das. Oder oder. Das mit Nigeria. Du bist noch auf der Arbeit, Karaman. Ja, kein Problem, Karaman. Ich bin heute Nacht auch nochmal live, das ist gar kein Problem. Ich bin um 0 Uhr, 1 Uhr bin ich nochmal da. Ich wollte jetzt nochmal ein bisschen live kommen und ein bisschen reden, ein bisschen sprechen mit euch und auch ein bisschen über das Evangelium sprechen. Und wir haben das Thema Altes Testament. Moment, da hat mich der Bruder Stash jetzt gefragt, so, ja, warum Steinigung, warum dies, warum das und dies. So, im Alten Testament müssen wir eine Sache beachten. Ja, und da haben wir auch eine Antwort in Hebräer. Jeder kann es aufschlagen. Ja, wir sehen uns später, Karaman, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Jeder kann, jeder, der jetzt eine Bibel da hat, kann es aufschlagen. Ja, dazu habt ihr auch die Antwort. Aber ich will, dass ihr diese Antwort schon mal parat da habt. Okay, das heißt also, jeder schlägt bitte Hebräer, Kapitel 10, Vers 29 und 30 auf. Ja, kurz, eine Sekunde, Hebräer, noch mal, Hebräer, Kapitel 10, Vers 29 und 30. In diesem Gesetz Mose, oder? Es geht immer noch um das alte Testament. Ja, ich wusste, dass er, da hat er, musste mich auch darüber angesprochen, ne, wirklich. Ja, eine Sekunde, ich hab's gleich. Warte, ich geh gut auf mein Problem. Weil ich will schon gerne lernen. Das ist ein Problem, wir lernen, wir lernen gemeinsam. Ich bin nicht allwissend, aber ich befasse mich mit dem Alten Testament extrem. Okay, wenn du möchtest, kann ich das auch vorlesen? Nein, noch nicht, noch nicht. Achso, noch nicht, okay, alles klar, alles klar. Genau. Ihr müsst euch ja vorstellen, ja. Im Alten Testament sehen wir, wie das Haus Israel gesündigt hat. Hey, Lamoke, ich küsse doch dein Herz. Wir haben gesehen, wie das Haus Israel gesündigt hat. Das heißt also, Gott schau zu, die Leute sündigen, sündigen, sündigen und sündigen und hören gar nicht mehr auf. Die Lösung dafür ist, okay, der Herr schickt mir ein Gesetz. So, der Herr sagt, halte dich bitte an diesem Gesetz. Ja, hey Henker, wie geht's dir? Du hältst dich aber nicht dran. Du sündigst weiter. Du tust weiterhin Götzen, die in Lamoke, ich küsse doch deine Herzschwester. Nimm den Kaugummi von deinem Mund, bro. Karaman, jetzt wo du es gesagt hast, ich nehme das aus meinem Mund, okay? Karaman, ich höre auf dich. Nimm Kaugummi auf den Mund, bro. Du bist der Boss-Karaman, das ist unser Onkel. Das ist unser Onkel. Wenn Karaman redet, Leute, wenn Karaman redet, alle ruhig. Ich habe Kaugummi aus meinem Mund genommen, Karaman. Das ist unser Onkel im Stream, deswegen, Leute. Hey, Leute, ich sage euch, wenn Karaman redet, alle ruhig. Ich habe jetzt Kaugummi aus meinem Mund genommen. Ich muss auf ihn hören. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss, ja? So, also, jetzt gehen wir nochmal zurück. Wenn wir uns die Geschichte anschauen im Alten Testament, sehen wir ganz genau, das Haus Israel hat gesündigt. Wir sehen, dass die Eltern, die Family, Götzen gedient haben, okay? Götzen haben sie gedient. Sie haben Menschen umgebracht, Kinder, etc. pp. So, sie haben auch Kinder beigebracht, Götzen zu dienen. So, jetzt sehen wir hier ein Riesenproblem. So, Gott schickt denen das mosaische Gesetz. Sie müssen sich an die Gesetzmose halten. So. Es müssen alle stückwahlen. Irgendwie hört man ganz komische Geräusche im Herd. Was hört man? Es sollten sich gleich mal alle stummen. Okay, okay, wenn möglich, dann sollten sich alle stummen. Das wäre nicht schlecht, okay. So, Gott schickt ein Gesetz. Okay, Gott schickt ein Gesetz. Und was macht das Haus Israel? Das Haus Israel tut weiterhin sündigen. So, die sündigen weiter und hören gar nicht mehr auf. So, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und wisst ihr warum? Ich erkläre euch das. Gott kann mit der Sünde keine Gemeinsamkeit haben, Leute. Das ist selbstverständlich, dass all diese Plagen und all diese Dinge geschehen mussten. Ja, und das ist ganz klar. Du kannst ja nicht ins Haus Gottes kommen und mit voller Sünde sein. Leute, das funktioniert so nicht. Gott duldet keine Sünden. Das funktioniert. Das geht einfach nicht. King Kutterbruder, Herzen muss dich ganz kurz stummeln, weil man hört die ganze Zeit einen Rauschen im Hintergrund. Okay, warte mal kurz. Ja, das finde ich sehr, sehr nett. Also, das heißt also, wer sich an das mosaische Gesetz gehalten hat, der ist nicht davon betroffen. Aber die, die das Gesetz nicht respektiert haben, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Ihr müsst euch mal vorstellen, Gott ist so gut und sagt, hey Leute, hört mal zu. Bitteschön. Das ist ein Gesetz, bitte halte dich dran. Ja, und deswegen sagt er hier, bitteschön, ihr hält euch aber nicht dran. Und dann, wenn wir in den Hebräer Kapitel 10, Vers 29 gehen, du kannst Gott nicht mit den Füßen treten. Warum? Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Er richtet dich nach deinen Sünden. Also, was erwartest du? Natürlich landest du im Feuerkelch. Das funktioniert so nicht. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Ganz einfach. Ich möchte, dass Abu Schenks den Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30 mal vorliest. Kein Problem. Ganz kurz, ja. Ganz kurz. Ich lese euch vor, meine lieben Geschwister. Nochmal an alle, die neu beigetreten sind. Hebräer 10, Vers 29 bis 31. Ich lese. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes durch ihn geheiligt wurde, für gemein achtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist meine, ich will vergelten. Sprich der Herr. Und weiter. Der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So, jetzt, Abu Schenks, erkläre mal, Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30, was du da gelesen hast. Also, was ich jetzt gelesen habe? Boah, ich kann nicht so gut erklären, aber... Dass der Herr zum Beispiel... Boah, wie soll ich das erklären? Weil hier steht, wie viel schlimme Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und im Blut des Bundes durch ihn geheiligt wurde, für gemein achtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Also, hier geht es darum, dass ein Mensch, der den Sohn Gottes ablehnt und mit den Füßen tretet, ihm beschmutzt, dass seine Strafe höher ist, als das, was er jetzt gerade begeht. Beispiel durch... Beispiel... Töten oder... Irrbruch oder... Andere Sünden. Wer den Sohn Gottes ablehnt, hat somit eine hohe Sünde begangen, als das, was er da gerade gemacht hat. Beispiel jetzt... Irrbruch oder sonst irgendwas. So, dann lesen wir, denn wir kennen ja den, der sagt, die Racheis, mein will ich vergelten. Spricht der Herr! Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ab Vers 31 habe ich es so verstanden, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Meint man damit, die Leute, die an Jesus glauben, dass die fallen werden? Okay. So habe ich es verstanden. Richtig. Das heißt also, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Warum? Die Leute haben sich nicht an diese Gesetze gehalten. Also ist ganz klar, ja, sie landen wo? Im Feuer. Ganz einfach. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und der zweite Tod ist was? Was ist der zweite Tod? Der zweite Tod ist das, dass der Gericht wird und in der Hölle landet oder nicht? Also ewige Hölle. Richtig. Ganz einfach. Ganz einfach erklärt. Ganz einfach erklärt. Und dafür haben wir auch den Hebräer Kapitel, der das natürlich erklärt. Und das ist eigentlich ganz easy zu verstehen. Das ist sowas von einfach zu verstehen. Weil du musst wissen, Flex, du musst wissen. Wenn die Muslime doch sagen, Gott kann mich doch, Gott kann doch mir doch einfach so vergeben. Nein. Ihr habt was eins vergessen, liebe Muslime. Der liebe Gott ist gerecht. Er ist gerecht und haltet dich auch daran. So. Und das Ding ist, du kannst nicht sagen, bitte Gott, vergebe mir doch. Der sagt, nein. Du hast meine Gebote gebrochen. Nicht gehalten. Richtig. Du hast meine Gebote gebrochen. Also musst du jetzt dafür deine Schuld bezahlen. Fertig. Das war's. Das war's. Die Bibel sagt sogar, wenn du sogar ein Gebot brichst, wirst du sterben für Ewigkeit. Genau. Weil Gott möchte, Gott hat ja ein Zeichen gesetzt. Er hat gesagt, hey, hört mal zu. Haltet euch bitte dran. Denn ich möchte euch haben. Haltet euch bitte dran. Du hältst dich nicht dran. Du tretest weiterhin mit den Füßen zu Gott. Also hey, wundere dich nicht, wenn du im Feuer landest. Also wenn Gott mir ein Gesetz geben würde und sagen würde, hey Flex, hör mal zu, halte dich dran. Ansonsten landest du im Feuer. Ich sag dir ganz ehrlich, ich muss mich dran halten. Weil ansonsten ist der Lohn für die Sünde der Tod. Ganz einfach. Ganz einfach. Genau. Und wenn die Muslime jedes Mal mit das Alte Testament kommen, weil sie natürlich nach Fehlern suchen. Ja, es ist einfach so. Also die Muslime suchen ja im Alten Testament nach Fehlern. Aber wenn wir in den Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30 gehen, haben wir die Antwort drauf. Also können wir ja nicht immer alles aus dem Kontext ziehen und sagen, ja, aber so ist es. Ah, guck mal, hier geht es um, man muss den Kontext dahinter verstehen. Götzen, Dienerei, Menschen um, das geht einfach nicht so ganz. Ich zeig dir was. Boah, warte, warte. Ich hab den Vers nicht in meinem Kopf, aber ich such den gerade. Es ist ein, Alter. Ah, da ist er doch, guck mal. Mach mich mal kurz groß. Ich will was zeigen. Dieser Vers ist stark. Warte mal. Ich muss kurz meine Kamera drehen. So. Wo steht er? Ah. Kann das jemand sehen? Okay. Wir legen in drittem Buch Mose, Kapitel 26, Vers 1 bis 3. Vers 1. Hier. Ihr sollt keine Götzen machen, ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten. Das ist wie heutzutage in der Kirche oder in der Moschee oder in der Synagogen zum Beispiel. Auch keinen Stein mit Bildwerk in eurem Land aufrichten. Super, lass mich das erklären. Ja. Lass mich das erklären. Sehr, sehr gut, dass du das auch gemacht hast. Das kenne ich ja schon. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, all das hat Gott ja prophezeit. Gott hat uns ja prophezeit in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 4. Denn welcher, der zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündigt, ist natürlich was? Das falsche Evangelium. Und wenn wir uns diese ganzen Geschichten anschauen, wenn wir auf die andere Seite schauen, dann gucken wir uns ja die Geschichte ganz genau an, was die da machen. Die predigen was? Einen falschen Jesus. Sie erzählen Hirngespinste. Sie verdrehen das Evangelium Gottes. Und da sehen wir schon mal zwei Fehler, was die natürlich machen. Und was sehen wir bei uns? Wir sehen die Prophezeiung. Dass die Bibel all diese Dinge prophezeit und uns das auch in der Bibel erklärt. Vor allem das Evangelium. Und dann sehen wir auch noch, Gott warnt uns ja schon davor und sagt, hey, vorsichtig, Stein in einem Land, was sie aufstellen werden, in einem Haus etc. pp. und dienen Götzen. So, all das prophezeit uns ja schon die Bibel. So, da fragen wir uns jetzt eigentlich als Christen, ja, wie soll uns der Islam, wie soll uns der Islam überzeugen, wenn die Bibel all diese Sachen schon prophezeit hat? Bitteschön. Wer das verstanden hat, der wird niemals, niemals, das sage ich euch ganz ehrlich, wer das verstanden hat, der wird niemals das Christentum verlassen. Das ist Fakt. Warte mal, ich habe was. Darf ich kurz was, alles gut. Abu Shanks, das war doch dritter Mosevers, äh Quatsch, doch dritter Mosevers, 26 war das, was du eben vorgelesen hast, oder? Ja, ja, genau. Ja, das haben wir mal eine Zeit lang sonst studiert, daher habe ich es nicht vergessen. Wirklich? Ja, na klar. Boah, sehr, sehr krass, sehr, sehr stark, ehrlich. Ja. Da, der eine schreibt, du ein Pirat? Nein, ich bin ein Mensch, Bruder. Wegen, wegen einem Profibel, glaube ich, ich weiß nicht. Ja. Oder das ist eben ein türkischer Familienvater. Du ein Pirat, Bruder? Du ein Pirat, Bruder. So, ganz zurück nochmal zu Stash, habe ich dir deine Frage beantworten können, zwecks, äh, den Alten Testament, eigentlich habe ich dir das beantwortet, oder? Ja, ja, schon. Ja? Ja. Ja, okay. Deswegen, das musst du dir sehr gut merken, der Lohn für die Sünde ist der Tod und in den Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30 hast du dann auch schon die Erklärung dazu. Ja, lass dich niemals manipulieren von einem falschen Evangelium, denn das, was die machen, die predigen, ein falsches Evangelium. Wir haben sogar in der Bibel stehen, wenn ein Engel zu euch kommt und euch ein anderes Evangelium verkündigt, so sei er verflucht. Und was haben wir bei dem gesehen? Da kam ein Engel, der drückte ihn plötzlich, gegen die Brust drückte er ihn und sagt dreimal zu ihm, hey, äh, sag es jetzt. Ne, dreimal. Ja, und da sehen wir, da sehen wir schon mal, da ist ein falsches Evangelium im Spiel. Und wenn die Bibel uns schon davor warnt, wie soll uns ein Moslem überzeugen, den Islam anzunehmen? Ja, wenn wir jetzt in dem Buch bei denen drin schauen, sehen wir keine Nächstenliebe. Also ich finde im Koran keine Nächstenliebe. Das ist leider die Wahrheit. Da brauchen wir nichts schön reden. Ich finde da keine Nächstenliebe. Wir finden da drin auch keine Prophezeiung. Null. Ich sehe null, niente, nada. Sehe ich da eine Prophezeiung. Und ich finde da auch, wie gesagt, keine Nächstenliebe. Denn frage ich mich jetzt eigentlich, wie soll ein Moslem mich überzeugen, seiner Religion beizutreten, wenn die sagen, unsere Religion ist falsch. Wenn unsere Religion ja falsch ist, frage ich mich, wie kann es sein, dass die Bibel all diese Sachen prophezeit und sie treten noch wirklich, das passiert. All diese Sachen passieren. Da frage ich mich, wie wollen die mich überzeugen? Ja, das ist so krass, wenn ich so jetzt darüber nachdenke, wie du sagst, im Koran steht wirklich keine einzige Prophezeiung. Wenn man einfach nur mal kurz seinen Kopf anschaltet, ist es schon heftig, unglaublich. Genau. Weißt du, was noch krass ist? Alex. Ja. Ja, das ist komplett der Knockout von den Mosleuten. Guck mal, warte, ich mach mal eine Kamera an. Haben wir einen Moslem als Gast hier? Nee, ne? Jetzt mal nicht. Warte. Ich hab die Gte. Warte. Müsli. Nein, nicht beleidigen, nicht beleidigen, alles gut. Nicht beleidigen. Ja, was? Also nicht wieder. Kann man ihm mal erwähnen? So. Fünfte Mose, äh, Kapitel 18, Vers 20, ja. Ich lese, ich lese, doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. So, jetzt, Leute, erkläre ich diesen Vers. Wenn wir, äh, in der Bibel reinschauen, Leute, ich gebe jetzt einen richtigen Knockout, Leute. Ja, lasst mich kurz, oder egal, ich mach das kurz hier. So, hier sehen wir wieder eine Prophezeiung. Was hat Gott gesagt? Er hat gesagt, ein Prophet, der in meinem Namen lügt, ja, und all diese Dinge nennt, obwohl ich es ihm nicht gesagt habe. Soll er was? Hat Abu Schenks gesagt, soll er sterben. So, wenn wir uns den Propheten anschauen, nicht mal Gott konnte ihn helfen in dem Moment. Warum? Er hat ein falsches Evangelium gepredigt, ja. Und deswegen kamen auch diese Plagen und deswegen haben sie ihn auch vergiften können, ja. Und ein Prophet, der selber im Sterbebett sagt, ich weiß nicht, wo ich hingehe und ich weiß nicht, wo du hingehst, ist schon eine klare Antwort, dass er was ist. Ein ganz klarer, falscher Prophet ist. Fertig, Punkt, aus. Dieser Prophet hat nie ein Wunder vollbracht, noch nie, also nicht, dass ich wüsste, nie ein Wunder, wenn du die fragst, oder fragst, sorry, was für ein Wunder hat den dieser Prophet gebracht, sagen die, der Islam, hä, was ist denn das für ein Wunder? Also ich kann morgen auch ein Buch bringen und sagen, hey, das ist ein Wunder, guck mal, ich habe ein Buch rausgebracht. Ist das ein Wunder? Das hat doch nichts mit Wunder zu tun. Ich glaube, die verwechseln das, die wissen gar nicht mal, was wirklich ein Wunder bedeutet und die Definition dazu. Hier, Bruder, wenn 72.5 vorne Männer sind. Warte, Sheikh Albani, wenn du verhaftet bist, komm mal hoch. Ich will mal deinen Hebrisch mal hören. Du hast ja studiert, komm mal hoch. Dann soll mal hochkommen, bin ich mal gespannt. Der schreibt, was soll ich mit euch reden, ich kann Hebräische und habe studiert. Ey, den kenne ich doch, den Sheikh Albani, das ist doch der Andi. Ihr habt kein Wissen, ihr habt kein Wissen, okay, dann komm mal hoch, ich will dann Hebrisch mal, dann komm mal hoch, dann komm mal hoch, dann versuchen wir mal einen schönen Dialog zu führen. Ah, nee, den kenn ich nicht. Du sagst du sogar einen Hebrischen Bibel mal lieber, komm mal hoch. Komm, komm hoch, Sheikh Albani, ich schmeiß sogar alle runter und dann können wir einen ganz normalen Dialog zusammenführen. Dann schauen wir mal, ob du was drauf hast. Ja, oder wir könnten uns auch studieren. Okay, dann soll man hochkommen. Ja, Sheikh Albani, komm mal hoch. Wir kennen uns ja auch ja stumm, so schlimmstenfalls. Der Islam wird siegen. Oh, Mann. Ja, komm hoch, Sheikh Albani. Bruder, der Kackstift malt schon bei ihm. Ja, Leute, übernimmt mal ganz kurz meinen Stream, ich bin gleich wieder zurück, okay? Alles klar, dann werde ich paar Biele fährten. Ich muss ganz kurz mein Dinger hier stummeln, ich bin auch gleich wieder da. Mach ich meinen City-Fan, hörst du mich? Ja. Weil irgendjemand macht das ganz komische Geräusche im Hintergrund. Das ist King Puta. Das ist King Puta. Das ist doch bei mir, Mann, das gibt's doch nicht. Okay, ich steck Kopfhörer. Nein, mein Lieber, das sind, glaube ich, deine Kopfhörer, du trägst Kopfhörer, kann er sein? So, mein. Das sind, glaube ich, deine Kopfhörer, kann er sein? Jetzt hat es ja wie so eine Big Mac-Packung, als ob du in so eine leere Big Mac-Packung so reinredest. Das sind seine Kopfhörer, deswegen, das hält man. So, was soll ich denn vorlesen? Moment, Moment, Moment. Aber Abu Gheng, das ist schon heftig, ne? Also ganz ehrlich, die Bibel kam zuerst 600 Jahre vor dem Koran. Also jeder Mensch, der so ein bisschen nachdenkt, ne? Oder nachdenken kann, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht. Ich bin ein Jesid. Ich bin ein Jesid. Ich habe mal eine Frage. Bevor der Jesu bekreuzigt wurde, gab es in der Bibel oder nach seiner Bekreuzigung? Ja gut, also bevor er gekreuzigt wurde, gab es halt das alte Testament. Der Zahn auch, ja, der war schon da. Okay. Wir haben keinen Muslim hier, gell? Bist du Sheikh King Puta? Ich bin ein Ried, nein, ich bin... Hamri, mirin auch. Ja, ja, ja. Ich habe eine Frage, eine Frage, wirklich. Habt ihr Jesiden ein Gottesbuch? Man nennt das ein Schwarzen Buch, ja. Du weißt, bis manche Jesiden, die ich auch selber gehört habe, die meinten, wir haben kein Buch. Doch, wir hatten mal einen Schwarzen Buch gehabt, aber... Wir haben es verloren, oder? Wir haben es gut genommen. Okay, alles klar. Also, im Moment, ich lese euch was. Was kann ich denn lesen? Ah, ich mache meine Kamera an, aber ich muss aufpassen. Also, Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedenfürst. Du kannst doch was aus dem Psalm lesen. Psalm? Ja, es gibt so tolle Psalm, 23 zum Beispiel, der gute Hirte. Moment, ich kann dir das mal... Überall prophezeit schon Jesus, krass. Warte. Hier gibt es so viele Prophezeiungen an Jesus, ne? Und trotzdem gibt es so Muslime, die wollen da so verleugnen. Boah! Merkt ihr doch nicht, im Moment auf der Welt, ich sage immer, die Liebe der Menschen erkaltet. Ihr seht doch, dass alles nur noch voller Hass ist. Keine Liebe mehr ist in den Menschen. Und ja, Psalm 91, auch super, unter Gottes Schutz, das ist auch einer meiner Lieblingspsalmen, sehe ich hier gerade. Psalm, was hast du nochmal gesagt? 23, der gute Hirte. 23, Vers 1, Kapitel 1, ne? Ja, einfach, das ist nicht viel, kannst du ja alles lesen. Ich frage mich, was haben die eigentlich Moslems gegen Christentum? Kann ich dir sagen, die können unsere Wahrheit nicht ertragen. Ja, guck mal, guck mal, Jesus von seinem Gebot bis zu seiner Bekreuzigung war ja ein guter Mensch, hat nur Gutes getan. Nirgendwo ist geschrieben, dass er irgendwas Schlimmes getan hat. Von seinem ersten Atem bis zum letzten Atem war dieser Mensch oder Gottes Sohn war ein guter Mensch gewesen. Ich frage mich, wie kann man so einen Menschen oder so eine Religion hassen? Das ist doch der beste Mensch. Jesus ist der beste Mensch, der jemals gelebt hat. Das ist der beste Mensch. Das will ich nicht bestreiten, das sage ich doch. Das bin ich doch vollkommen bei der Meinung. Ich bin ein stolzer Jeside, ich liebe meine Religion, aber ich sage trotzdem, Jesus war ein perfekter Mensch. Aber wie kann man so eine Religion hassen oder nicht mögen? Begreife ich nicht. Indem die einfach bei uns die Wahrheit sehen und so viel Liebe sehen. Deswegen wollen die einfach in jedem Preis unsere Religion schießen. Das ist Neid, Bruder, Neid einfach. Die wollen überbeweiden, dass Jesus... Bei einem Moslem gewesen hat er Mohammed nicht Kriege gehabt. Er hat gesagt, für Gott und für seine Religion, Gottes Kriege, war das nicht so gewesen? Doch. Klingt gut, aber viele sind so ausgewachsen, ne? Ja, aber ich kann doch nicht mit deinem Lüge leben, hallo? Guck mal, ich sage, ich verteidige Jesus auf jeden Fall mit meinem Glaube zu meiner Religion. Ich sage es nochmal, dieser Mensch sang, erste Atmen bis zum letzten Abend war er perfekter Mensch gewesen. Ich frage mich wirklich ernsthaft, wie kann man so einen Menschen in christlicher Religion nicht mögen? Ich habe noch eine Frage an die Zuschauer. Nehmt jemand von euch den Stream von Flex auf? Nee. Aber die kannst du nachgucken bei YouTube meistens. Okay. Hört ihr mich? Ja. Leute, ich küsse doch eure Herzen. Aber Leute, tut mal alle mal gemeinsam richtig stark mal liken. So random, Brot. Alle mal richtig liken hier. Na, ein bisschen typisch. Da haben wir leiten, Brose. Nein, 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 nein. Wie gesagt, das sollen die Leute alle freiwillig machen. Hier nicht zum irgendwelche Spendeaufrufe machen. Das möchte ich nicht. Sollen die Leute alle freiwillig machen. Das ist viel, viel gesünder und ehrlicher, wie wenn man sowas macht. Ja, all das Testament haben wir ja schon durch. Genau, wenn wir uns diese ganze Geschichte anschauen. Ähm, ich finde, ähm, gibt Kamera, bin, ich bin's, Junus. Okay, ja gut, dann lass mal Junus mal rein. Ich glaube, Junus will mal hochkommen. Felix, ich wünsche dir einen schönen Abend dir und dein Gäste und du dich beschroren gebracht hast. Einen schönen Abend, ja? Klingt gut, ja, macht's gut. Ja, Gott sei mit euch. Bleibt mir nix. Moin, Flex, Bruder. Ja? Servus, wie geht's dir? Servus, bei dir auch? Ja, mir geht's gut, ich kann mich nicht beklagen, hofft dir geht's auch gut. Ja, das freut mich, das freut mich. Äh, Flex, hab nur eine Frage, haben wir. Äh, erklärst du uns mal bitte, weil ich bin, ich weiß es wirklich nicht. Wenn du mich fragst, ich, ich hab gar keine Ahnung, ich hab wirklich gar keine Ahnung davon. Wirklich, wenn du mich jetzt erwischen willst, dann erwischst du mich hier. Aus was besteht überhaupt Silvester? Was, was ist der, was ist der Grund oder, oder was wie, was wir hinteren ist, steckt hinter diesem Silvester? Weil die Leute so, ja, du, wirklich, ich weiß es nicht, wenn du mich hier erwischen willst, dann machst du mich hier platt. Ich weiß es wirklich nicht. Nein, du, es geht doch nicht darum, es geht ja nicht darum, die platt zu machen. Nein, nein, es geht wirklich gar nichts davon. Okay, also, Silvester hat ja nichts mit dem Christentum zu tun. Weißt du, wen da gefeiert wird in Silvester, Bilal? Wie ich gerade gesagt habe, ich habe keine Ahnung, gar nicht, ich weiß es. Guck mal, in Silvester wird der Dings gefeiert von dem Papst, der verstorben ist, dem wird gefeiert. Und wenn du eine Rakete schießt, dann treibst du somit Geister weg. Aber das glauben die Christen ja gar nicht. Ja, weil der Einzige, der Einzige, der helfen tut und der Einzige, an dem man sich widmen tut, ist der Herr Jesus Christus und nicht jemand anders. Und nicht durch irgendwelche Feuerwerke, um irgendwelche Geister zu vertreiben, denn derjenige, der das macht, ist der Herr Jesus Christus. Meine Familie feiert sowas, also mit Raketen und so weiter. Also tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Also ich werde nicht mit Böllern rumschießen, aber ich schieße mit was anderem rum. Wie jetzt? TikTok sportlich. TikTok sportlich. Also morgen gibt es alles Mögliche bei mir. Mit was schießt du denn so? Also was heißt es? Ganz gefällig. TikTok sportlich. Also es besteht jetzt, dieses Silvester, das hat mit Christentum überhaupt gar nichts zu tun. Gar nichts, das hat damit nichts zu tun. Nein. Nein, 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 hat nichts mit Christentum zu tun. Aber das ist doch von, wie der gerade hier erzählt hat, das heißt von einem Papst. Ja, aber der Papst hat nichts mit dem Christentum zu tun. Aber der Papst, aber der bezieht sich doch damit dann, mit der Religion oder nicht? Nein, nein. Guck mal, man darf das nicht falsch verstehen. Wenn die sagen, ja, damit wird der verstorbene Papst gefeiert oder so, sollen sie es ja machen. Aber solange ich diese Dinge nicht in der Bibel finde, ja, ist es vollkommen okay. Guck mal, wie er sich eine hier nennt. Allah schiebt Bein. Schiebt Bein. Ganz kurz, Bilal. Ganz kurz, Bilal. Solange diese Dinge nicht in der Bibel stehen, läuft es nicht. Aber darf ich mal kurz, nur eine Frage, Flex, bitte. Warum beleidigst du jemanden hier? Warum beleidigst du jemanden hier, den Gott, obwohl er dich erschaffen und obwohl er dich alles gibt? Warum muss man jemanden hier beleidigen? Warum wer beleidigt denn jetzt hier? Ich nenne hier, hier. Er hat sich so einen benannt mit diesem Namen. Allah Mishibain. Das meine ich, Flex, dass die Leute haben kein Benehmen und wollen jemanden im Christentum mitziehen. Obwohl der 90 Prozent von einem Mensch, wenn du siehst, ist sein Benehmen. Wie er sich benehmt, so wirst du auch mit ihm handeln. Aber wir haben das nicht verstanden. Hey, Bilal, eine Frage. Bitte. Warst du nicht schon mal hier oben, vor irgendwie so einem Monat oder so? Der war, der war schon irgendwo. Ich bin schon mit Flex, fünf, sechs Mal Flex, ja, ne? Ja, ja, ich erkenne dich an deinem Profilbild. Du hast doch irgendwie so debattiert, gell? Nee, also mit Flex kann ich debattieren. Weißt du warum? Weil Flex, er glaubt, er ist überzeugt von seiner Religion. Der ist sehr überzeugt über seine Religion, was er verfolgt. Und bei uns im Islam, man nennt das, wir folgen unserer Akida und meine Akida ist in meinen Herzen und du kannst das nicht rausnehmen. Und ich bin von meiner... Okay, darf ich eine Frage stellen, Bilal? Ja, natürlich, Bruder, bitteschön. Okay. Das ist eine einzige Frage, die ich dir stelle. Natürlich, bitteschön. Und dann bin ich gespannt, was du davon hältst oder was du sagst. Bitteschön. Was für ein Wunder hat denn der Islam gebracht? Oder noch besser gesagt, was für Prophezeiungen habt ihr denn im Islam? Erstmal, erstmal, eine Wunde bei uns. Ich rät, die da buchen du. Erstmal eine Wunde heißt das bei uns, bei den Muslimen, ne? Das ist bei uns eine Wunde. Wenn Beispiel, es ist mir passiert, Flex, wirklich. Das ist mir passiert mit meinem... Nein, nein, äh, äh, äh. Ja, ich sag dir doch, ich sag dir die Wunde von dem Islam. Warte, 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 warte ganz kurz, Junus, ganz kurz. Alle, die hier drin sind stumm aufs Dash, bitte ganz kurz und nur ich und Junus, bitte. Und bitte alle, die in den Kommentaren sind, bitte bleibt respektvoll. Ich küsse doch eure Herzen. Ähm. Lass uns ehrlich sein, Bilal. Und lass uns einen Dialog führen. Keine Debatte, sondern einfach nur einen Dialog. Okay? Ich möchte wissen, was für ein Wunder hat der Islam bisher gebracht? Ja, ich sag dir doch gerade, ich will dir doch sagen, was, was, was ich dir, mit mir, heißt es, es geht um meine Familie hier. Das ist der Wunder von Islam. Beispiel mein Bruder, ne? Ich rede jetzt über meinen Bruder, meinen kleinen Bruder. Beispiel, er hat viele Scheiß gebaut. Das ist bekannt, das weißt du selber, das ist, das ist nichts, um zu verstecken. Das ist bekannt. Er hat geraucht, er hat gekifft, er hat gemacht, er hat getan, alles drum und dran. Bis er sich mit dem Islam beschäftigt hat. Nur, dass du mich verstehst. Ja, aber du hast meine Frage nicht verstanden. Doch, doch, ich komme zu deiner Frage jetzt. Ich komme zu deiner Frage, Felix. Okay. Bis er sich mit dem Islam wirklich zusammen hingesetzt hat, um zu gucken, wirklich, was der Islam mit ihm gemacht hat. Er raucht nicht mehr, er trinkt nicht mehr, er bohrt keine Scheiße mehr. Durch was? Durch den Islam. Weil diese Wunder, wenn er sich nicht mit dem Islam beschäftigt hätte, er würde das Gleiche weiter und weiter und weiter machen. Aber der Islam hat ihn ein anderer Mensch gemacht. Das ist der Wunder von Islam. Ganz kurz, Yunus. Bitte, nimm das auch nicht falsch. Nein, nein, ich finde das nicht falsch, Bruder, alles gut. Okay, du weißt, ich bin, Bruder, ich bin entspannt bei sowas. Bruder, ich bin das nicht so. Okay, okay. Weil du weißt ja, ich nehme dich ja immer wieder hoch und ich führe mit dir einen normalen Dialog. Ich lache dich nicht aus. Ich führe mit dir ein ganz normales Gespräch. Was ist denn eine, kannst du mir Wunder definieren, eine Definition geben, was ein Wunder für dich ist? Definiere mir mal ein Wunder. Oder Prophetie. Definiere mir mal bitte Prophetie. Guck mal bei uns in Islam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat den Himmel gespaltet. Ist das kein Wunder? Okay. Das ist ein Wunder von Gott. Okay, gut, dass du es erwähnt hast, spalten. Okay, er hat den Mond gespaltet. Er hat den Mond gespaltet. Also, Kuhn feiert, Kuhn. Okay, kein Problem. Wir gehen jetzt mal darauf ein. Das ist nicht mal so lange her. Wenn ich ins Planetarium gehe und mir diesen riesen Fernglas nehme, das sind so spezielle Fernglas, das ist ganz speziell, und zum Mond schaue. Ja, und wenn ich auch Experten frage, auch andere Leute, die in diesem Wissensstand wirklich sehr, sehr mächtig sind, und ich frage, hey, hat sich der Mond denn wirklich gespalten? Stimmt das? Dann gucken sie mich alle an und sagen, sag mal, bist du irre? Und ich so, das ist nur eine Frage, hat sich der Mond jemals gespalten? Gibt es eine Wissenschaft, die auch sagt, dass der Mond sich jemals gespalten hat? Alle gucken mich an und sagen, nö, hat es noch nie gegeben. So, und wenn ich mir selber das anschaue, ich sehe nirgendwo, dass da sich ein Mond gespalten hat. Nirgendwo hat es gegeben, in der Geschichte. Es gab noch nie eine Mondspaltung. Noch nie und wird es auch nie geben. Sex, soll ich dir was sagen? Ja. Du hast ja nichts gesehen mit Spaltungen, ja, aber die Nase hat was entdeckt, und zwar, es ist ein sehr, sehr langes Riss, und deswegen wollte ich den Muslimen bestätigen, dass der Mond gespaltet wurde. Also Meteoriteneinschläge ist auch kein Riss, wollte ich nur mal so erwähnen. Meteoriteinschläge ist kein Riss, das da jemals eine Mondspaltung gegeben hat. Guck mal, Flex, Bruder. Auf deine Antwort zu kommen, der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wenn er was macht, er macht das mit dem Wundern von Allah, subhanahu wa ta'ala. Er macht das nicht von sich selbst, weil der ist nicht mächtig, Muhammad. Bei uns ist mächtig nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir Menschen, wir haben keine Macht, weil bei uns in Islam sagt man, Es gibt keine Macht und es gibt keine Kraft, außer bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Nur Gott hat die Macht. Und wenn Gott verspaltet, ja bitte. Okay, weißt du, wenn du sagst, er hat den Mond gespalten, also ich weiß zu 100 Prozent, es hat noch nie eine Mondspaltung gegeben, aber wir lassen es mal so stehen. Was ist denn der zweite Wunder, was im Islam denn vorkommt? Der zweite Wunder. Ein Wunder ist für mich eine Prophezeiung, dass du etwas voraussiehst, was in zehn Jahren dann passiert. So, in der Bibel, ich erkläre dir, was eine Prophezeiung ist. Also die Bibel hat uns gewarnt, es werden falsche Prophetien kommen, sie werden einen anderen Jesus predigen. So, ich schaue mir jetzt mal John, Mark, Luke, all diese Augenzeuge von Jesus Christus an, die Jesus Christus gesehen haben, ja, die über das Leben von Jesus Christus berichten können, ja. So, jetzt kommt aber jemand 600 Jahre später, der Jesus noch nie gesehen hat und es sind so viele Jahre vergangen, sind 600 Jahre vergangen, er hat Jesus noch nie gesehen, er kennt nicht mal das Evangelium wirklich, ja, und sagt aber, Jesus wurde was emporgehoben. So, jetzt frage ich dich eigentlich, wie sollen wir an so jemanden glauben, der nicht mal eine Prophezeiung gebracht hat, der nicht mal Wunder vollbracht hat, was noch dazu kommt, dass die Bibel uns doch schon vor diesen Menschen schon gewarnt hat. Das steht sogar in der Bibel. Falscher Prophet, er wird versuchen, das Wort Gottes zu verdrehen, was er tut und stellt euch keine Steine in euer Land und dient diese Götzen. Und das steht sogar in der Bibel. All diese Prophezeiungen sehen wir was in der Bibel. Das sind für mich Prophezeiungen, die eingetreten sind. So, jetzt frage ich dich, Yunus, wie willst du mich jetzt überzeugen, deine Religion beizutreten, wenn die Bibel aber all das prophezeit hat und diese Prophezeiungen sind aber eingetreten. So, jetzt. Die Bibel schon bei euch über den Dajjal, weißt du, was Dajjal ist? Warte, Yunus, wir müssen, besprechen wir erstmal diesen Punkt. Ja, ja, ich sag dir doch, bei uns ein Wunder ist, dass unser Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, bei uns wird es geben, es wird Isa alaihi wa sallam kommen, Oh, Bilal, es wird kommen, Entschuldigung, mein Sohn, Entschuldigung. Es wird Isa alaihi wa sallam kommen in Syrien. Und es wird kommen in eine Moschee, die diese Moschee nie da war. Aber es da ist, erst mal, es wird kommen da und es wird an die Moschee kommen und es wird ein Mann mit einem einzigen Auge kommen. Warte, Junus, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Tut mir leid, wenn ich dich unterbreche. Geh mal auf meine Punkte ein und dann kommen wir auf den Dajjal. Versprochen, ist kein Problem. Aber ich möchte nur, dass du auf meine Punkte eingehst, die ich dir genannt habe. Das ist keine Debatte um Himmels Willen. Das ist keine Debatte, soll auch keine Debatte sein. Das sage ich offiziell hier vor 300 Leuten. Das ist keine Debatte. Aber ich möchte nur, dass du auf diesen Punkt eingehst, den ich dir genannt habe. All diese Prophezeiungen sind eingetreten, weil man behauptet ja, die Bibel verfälscht. So, wenn dieses Buch ja verfälscht ist, frage ich mich, warum treten dann diese Prophezeiungen dann ein? Aber welche Prophezeiungen sind bei euch dann eingetreten? Welche Prophezeiungen sind bei euch dann aufgetreten? Beispiel, nennen wir eine. Nennen wir Beispiel eine. Also nennen wir Beispiel eine, nur einen in mir. Okay, dass sie einen falschen Jesus predigen werden, das ist immer die erste Prophezeiung. Und Isa im Islam ist nicht unser Jesus. Und der Herr hat uns schon vor genau das gewarnt. Er hat gesagt, sie werden einen falschen Jesus verkündigen. Sie werden mit einem falschen Jesus kommen und sie werden was tun? Das Wort Gottes verdrehen, das Evangelium verdrehen. Und sie werden in meinen Namen kommen und was tun? Das Wort Gottes verdrehen. Ich komme sofort wieder rein. Okay, kein Problem. Kein Problem. Alles easy. Alles easy. Leute, hier sehen wir ganz genau, die Bibel ist einfach die Wahrheit. Weil wäre die Bibel nicht die Wahrheit? Ja. Wäre die Bibel nicht die Wahrheit? Bruder, ich habe mich gerade kaputt gelacht. Alle. Flex. Flex. Shalom, ihr Lieben. Ich wollte mich. Shalom, shalom. Shalom. Könnt ihr mir sagen, was das für ein Bild ist? Oh, das ist ein Schienbein. Bruder, die Karte. Oje, oje, oje. Leute, ey. Was ist das für ein Bild, Mann? Ein Schienbein. Bruder, ich kann nicht mehr. Ey. Also, ja. Das ist so kaputt gelacht. Eine junge Minderung schreibt, oh, du. Oh, man. Also, Leute, ganz ehrlich, ja. Ich will euch einfach nur zeigen, ja, also was ich sehe und was wir hier lesen, wir sehen einfach, die Bibel ist einfach die Wahrheit und fertig. Da ändert sich auch nichts dran. Darf ich noch etwas sagen, gleich? Okay, du darfst reden, ja. Okay, ich bin nicht R. Kelly. Ich bin die Rosa. Oder Rosa. Hallo Bruder, Gottes Segen. Gottes Segen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen nochmal die Bibel gelesen und mir ist in Lukas 24 nochmal was ganz, ganz Tolles aufgefallen. Ja. Und das war, dass Jesus selber dort bestätigt, dass in Mose, in den Propheten und in den Psalmen alle Prophezeiungen auf ihn eintreffen, also er sagt es selber, wo die, wo die, nach der Auferstehung gehen die Menschen rum und erzählen von dieser Sache, von der Kreuzigung und er erwähnt, dass alle Prophezeiungen auf ihn zutreffen. Das ist der Hammer, dass er das nochmal selber bestätigt, ja, dass er ganz bewusst Mose erwähnt, die Propheten und die Psalmen, das erwähnt er alles extra und sagt, das ist alles das, was auf mich eintrifft. Und das fand ich so heftig, wenn man dann nochmal den Zusammenhang sieht, dass das Alte und Neue Testament zusammengehören, weil viele sagen ja so, ja, viele meckern ja und sagen immer so, ja, aber das ist von den Juden und dies und das, ne? Boah, die Kasten waren aber immer noch die, die Update gesagt haben dazu. Ganz einfach, ganz einfach, die Bibel ist die Wahrheit und da wird sich auch nichts dran ändern. Das Ding ist, die, die, die Muslime suchen ja in der Bibel nach Fehlern, speziell altes Testament, die gehen rein, die gucken. So, ganz kurz, wer möchte hochkommen, denn ich habe zwei andere Leute, keine Ahnung. Also ihr müsst schon, wenn dann schon eine Anfrage stellen, Leute, wenn ihr hochkommen möchtet, ne? Ansonsten wird ein bisschen schwierig, ne? So, ganz kurz, all face Isaac, was kann ich denn für dich zu, mein Lieber? Ja, hallo, ich habe nur kurz zugehört, ne? Wer ist denn das Thema, zu diesem Thema? Ja, servus. Was gibt's, was gibt's denn, alface? Na ja, also ich gebe dir recht, ne, dass die Bibel die Wahrheit ist, aber ich habe nur kurz eine Frage erzählt, ne? Wieso behaupten einige Muslime, dass die Bibel gefälscht sei? Ja, sie bringen auch keine Beweise. Diese Frage habe ich so oft gestellt, bring mir eine Bibelstelle, wo da drinne steht, oder was halt, ähm, ähm, was halt daran gefälscht ist. Die sollen mir irgendein Vers geben, was gefälscht sein könnte. Keiner kann eine Antwort. Aha, okay. Weißt du, also sie stellen eine Behauptung in einem Raum, obwohl diese Behauptung, ähm, ähm, äh, gar nicht mal existiert. Sagen wir mal, die plappern einfach, wenn ihr so sieht, alles nach. Also sie haben eigentlich gar keine Ahnung, die plappern alles nach, was ihnen gesagt wird. Das war's einfach. Okay, was ist doch am besten beschrieben. Das ist halt, wie so. Gott und Segen, wie Geschwister, der Friede ist, okay, und nun steht auch im Koran, dass Jesus Gott ist oder so. Wie wird er? Steht es, steht es vielleicht im Koran, dass Jesus Gott ist? Tatsächlich, ähm, kommt die Trinität davor, ja, Sura 27, das kann jeder aufschlagen, sie, äh, das Geist, äh, an Issa. Warte, warte, warte. Wo ist der Geist? Sura 2, Vers 87. Warte, schreibt es. Und, äh, dann werden, äh, dann werden die Muslime jetzt sagen, halt, 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 stopp. Heiliger Geist ist, was? Ist Jibril. Okay. So, jetzt muss ich aber korrigieren. Heiliger Geist ist Jibril? So, jetzt nehmen wir mal das Wort, jetzt nehmen wir mal das Wort, Heiliger Geist, und schauen uns mal das Wort, Heiliger Geist mal an. Erstens, Heiliger Geist ist biblisch, wer kam zuerst? Das Evangelium kam, und erst 600 Jahre später kam ja was? Der Islam. So, also, jetzt nehmen wir mal das Wort, Heiliger Geist. Heiliger Geist, Definition, die Dreifaltigkeit. Die Dreifaltigkeit sind was? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also jetzt fragen wir uns eigentlich, von wo nehmen die das Wort, Jibril wäre der Heilige Geist? Hä? Von wo nehmen die das? Von wo nehmen die dieses Wort, dass der Heilige Geist Jibril ist? Von wo? Das ist, das ist biblisch. Heiliger Geist ist biblisch. Damit geben sie eigentlich quasi ihr eigenes Buch eigentlich einen richtigen Knockout. Hast nicht verstanden. Okay. Wer hat so ein Mikrofon im Hintergrund am Laufen, weil es ist so, wer ist das? Das ist beim Fremd, glaube ich. Bei wem? Bei stage, glaube ich. Was? Guckst du was am Hintergrund? Bitte, bitte wer nicht redet, dann stummen. Okay. Ja, ja, nur stummen. Genau, und hier sehen wir schon mal, dass da schon mal ein Fehler ist. Heiliger Geist ist kein Jibril. Sorry. Heiliger Geist ist biblisch. Ja, und wie, und ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, ja? Die sagen ja, die Bibel ist verfälscht, aber komischerweise haben sie sehr viele kopierte Stellen, was die Bibel genau ähnelt. Sehr, sehr seltsam. Ja, also die Bibel ist verfälscht, aber die haben auch Bibelstellen im Koran. Hä? Finde ich auch komisch. Sehr seltsam. Ja, also, lasst uns mal ehrlich sein. Ja, all diese Sachen werden prophezeit in der Bibel. Ja, wir sehen, dass die Bibel die Wahrheit ist. Wir sehen, diese Prophezeiungen sind eingetreten. Also, wie kannst du behaupten, dass die Bibel gefälscht ist? Keine Ahnung. Also, ich glaube, die werden halt, es gibt ja diese YouTube-Videos vom Islam, ich glaube, die werden desto gelehrt, glaube ich, oder? Ja, und so wie der SCK geschrieben hat, der Satan ist leider nicht allmächtig, er macht Fehler. Genau. Dämonen machen Fehler. Dankeschön. Der Satan macht Fehler. Er kann die Bibel nicht eins zu eins nachahmen. Das geht nicht. Funktioniert nicht, wird niemals funktionieren. Das Wort Gottes kannst du nicht zu 100% nachahmen. Da werden Fehler kommen. Und das hat uns ja auch die Bibel bewiesen. Ja, die Bibel hat uns bewiesen, hey, vorsichtig, denn sie kommen mit einem was falschen Evangelium. Amen. Fertig. Fertig. Da brauchen wir gar nicht philosophieren und sagen, ja, aber und aber, wir haben einen gerechten Gott. Wir haben einen barmherzigen Gott. Ganz einfach. Die Leute in den Channel. Ich küste eurem Herzen. Ich danke für deine Antworten, ne? Ja, kein Problem, Bruder. Ja, haben wir sehen, was mal. Ja, danke, danke, Alphys. Ob das gar nicht gut ist, ja, wenn ich sehe, Gott sei Dank. So, du Köpfeck. Oh, ich werde sogar noch beleidigt. Wisst ihr, warum die beleidigen? Ich werde euch mal, ich werde euch mal sagen, was das Problem ist, warum die beleidigen. Das Problem ist, der liebe Flex, der liebe Flex hat sie richtig hops genommen und die kommt darauf nicht klar. Ja, ich habe die richtig hops genommen und deswegen kommen dann auch so Beleidigungen. Schade. Man könnte reinkommen, man könnte mit dem Flex ganz normal reden. Die Wahrheit tut halt richtig weh. Es ist einfach so. Ich glaube, in anderen Accounts, in deren Streams reingehe und nur zuhöre, wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Leute? Die reden nur noch über mich. Und wisst ihr, warum? Das tut weh. Die Wahrheit tut weh. Oh. It hurts. The truth hurts. Das tut weh. Aber die lernen von dir. Sie kennen mittlerweile ihren Gott schon gar nicht mehr. Die reden nur noch über mich. Du gehst in jedem anderen Stream. Oh, Flex da. Oh, Flex da köpfig. Oh, Flex hier. Ah, Flex, komm, den Posten sein wird. Oh, Flex da. Oh, Flex hier. Die sind so verletzt. Was tut einfach nur weh. Die kennen ihr Gott schon gar nicht mehr. Ich bin ihr Gott. Die machen sogar noch Werbung für mich. Das ist so geil. Die kennen mich mehr wie ihr eigener Gott. Allah. Das ist der Wahnsinn. Ich kann noch mal sowas. Ich kann nicht mehr. Ihr werdet niemals in meinem Stream sehen, dass ich diese Leute poste. Und wisst ihr warum? Ich sag euch warum. Die interessieren mich nicht. Egal wann ihr in meinem Stream kommen werdet. Ihr werdet niemals sehen, dass ich diese Leute hier poste und für diese Leute Werbung mache. Und wisst ihr warum? Sie interessieren mich nicht. Mich auch, ne. Was sagen du, da? Und wisst ihr warum? Und wisst ihr warum? Wir sind in der Liebe. Ganz einfach. Diese Menschen interessieren uns gar nicht. Die brauchen uns auch gar nicht interessieren. Die haben mit Gott nicht mal eine Gemeinsamkeit. Das ist einfach so. Amen, Bruder. Ich wollte kurz was sagen. Und zwar steht ja auch geschrieben, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das haben wir doch schon lange. Himmelzwillel, das haben wir doch schon lange. Genau. Und wenn wir so voller Hass sind und so böse und beleidigen. Ja, weil ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, sagt der Herr. Ja, deswegen. Ja. Richtig. Na? Ist einfach so. So. Da möchte jemand hoch. Okay. Gleich. Mal eins nach dem anderen. Ganz kurz. So. Delal Esi. Ich küsse doch dein Herz. Schon alleine, wenn ich höre. Esi. Die küsse ich dein Herz. Und das ist die Sieben. Safe. Gottes Segen. Hallo. Gottes Segen, Delal. Gottes Segen. Dein Herz. Flex. Was geht da? Flex. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ein paar Isis. Ich verfolge Ex-Muslim und dich sehr. Weil ihr seid halt geil. Man kann euch zuhören. Geiler Typ. Man fühlt sich bei allen bestätigt. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen die Bibel gekauft. Und möchte jetzt in meinen freien Tagen, ich habe jetzt fünf hintereinander, die Bibel lesen. Und gerade eben habe ich von dir gehört, dass da in der Bibel steht, dass ein falscher Prophet kommt, etc. Wir wissen ganz genau, wer gemeint ist, etc. Da stelle ich mir aber die Frage, dann heißt es ja aber letztendlich, das ist geplant gewesen alles, ja, von Gott, oder? Ist es ja so, Gott, Gott weiß, dass all diese Dinge geschehen wird und deswegen stehen diese Dinge auch in der Bibel und deswegen warnt uns schon der Herr davor. Das heißt, der Islam hat seine Daseinsberechtigung, oder? Gott hat alles prophezeit, steht alles in der Bibel drin, deswegen ist auch die Bibel die Wahrheit und wird auch immer die Wahrheit bleiben. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Was kannst du mir ans Herz legen, so als Bibelanfänger, sage ich mal, ich bin jetzt hier sicher, was ich ans Herz legen möchte, was für eine Bibelversion hast du, damit du das natürlich einfacher verstehen kannst. Deswegen frage ich, welche Version, ich würde die empfehlen, die Schlachter, die ist perfekt. Ich habe mich vorher informiert, natürlich, ich habe die Schlachter. Super, sehr gut. Warte ganz kurz. Die Schlachter erklärt alles super gut, ich sage es dir, Schlachter ist gut. Wenn ich was dazu sagen darf, am besten auch hier, das hat man mir gesagt, als ich zum Glauben gekommen bin, dass ich mit dem Johannes-Evangelium beginnen soll, also mit dem Neuen Testament. Ja, ich würde, ich würde aber trotzdem empfehlen, Delal, ist ganz, ganz wichtig, lese trotzdem das Alte Testament zuerst, damit du weißt, warum das Alte Testament da ist. Du musst es lesen. Das Alte Testament, okay. Warte mal, es zeigt immer, was ich schaue. Und immer, achte auf den Kontext. Nicht, dass du einmal siehst, oh, töten, oh, das, oh, du musst wissen, um was es geht. Gerne, genau. Muss man gerade schauen, wie es die Kamera anmache, ich bin nicht so oft live, tatsächlich. Kann ich das überhaupt? Habe ich die Berechte? Ja, ich mache dich groß, also wenn du deine Kamera drehen möchtest, gerne, kein Problem, ich mache dich groß. Und an die Muslime, die sagen, die Bibel hat Updates, bringt mir mal bitte eine Stelle in der Bibel, die verfälscht sein könnte. Können wir gerne drüber reden. Die kommen immer mit Jeremia im Kapitel 8, 8, Vers 8. Was ist denn da? Die kommen mit Jeremia, 8, Vers 8, und darüber hatte ich ja schon letztes Jahr ein Video gemacht, aber leider wurde ich letztes Jahr jahrelang gesperrt auf TikTok. Die habe ich gemeldet von A bis Z. Die sagen, Jeremia, schlag mal auf, die sagen angeblich, in Jeremia 8, Vers 8 soll das Wort Gottes verfälscht sein, aber es geht um was ganz anderes. Jeremia, Kapitel 8, Vers 8, ich heiße auch Jeremia, jetzt mal mit uns Prophet. Jeremia, Jeremia, Kapitel 8, Vers 8, da heißt es, So, mit diesem Vers kommen die und sagen die ja, dass das Wort Gottes verfälscht wurde, aber hier geht es darum, dass die das Schrift falsch ausgelegt haben, sozusagen, und nicht, dass das Wort verfälscht wurde. Und das ist das Problem, was die Muslime endlich verstehen. Die suchen sich irgendeine Bibelstelle raus, aber die lesen da nicht weiter. Ich sag dir, von wem die das alles haben. Die haben viel auch von Pia Vogel, die haben viel von... Und von Ahmed Dedat. Achmed Dedat hat man ja gesehen, was im Sterbebett mit ihm war. Der hat den Herrn herausgefordert, was ist mit dem Kerl passiert. Der war komplett stumm und lag im Bett und war am Sterben. Zehn Jahre. Wusstest du das für zehn Jahre? Ich weiß. Er hat doch, er hat doch, er hat doch, er hat doch den Gott in der Bibel herausgefordert. Und jetzt haben wir auch gesehen, was der Lohn dafür ist. Ja, wenn du den wahrhaftigen, lebendigen Gott herausfordern möchtest, tja, der Lohn für die Sünde ist was? Der Tod. Man fordert keinen Gott heraus. Ganz einfach. Wir haben einen wahrhaftigen, lebendigen Gott. Das ist das Problem halt, weil die Muslime, also wo sagt Jesus Christus, ich bin Gott, bete mich an. Die Muslime haben das auch von Ahmed Dedat und von Dr. Zakir Naik. Weil der Hamdi plappert alles von Ahmed Dedat nach, von Zakir Naik und auch von... Aber die wissen ja, die wissen ja, was mit dem Ahmed Dedat ja passiert ist. Die wissen ganz genau. Ja, aber trotzdem klammern die sich ja immer noch an diese Lügen. Das heißt also, without lies, Islam dies. Simple and easy. Without lies, Islam dies. Islam wird am Ende untergehen. Also früher oder später wird der Islam dem Bach runtergehen. Die Muslime fragen mich zu mir, ja, welche Bibelübersetzung liest du so eigentlich? Ich habe die Muslime gesagt, guck mal, es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, aber das heißt nicht, dass die Bibel so verfälscht wurde. Ich habe die Muslime gesagt, ich habe zu Hause die Schlachter 2000, die Elberfelder Bibel, Bockhaus und Höckeswagen, aber am meisten benutze ich die Elberfelder Bibel und die Muslime sagen, ja, alle Bibelübersetzungen haben Fehler, Schwachsinn. Fragen immer die Muslime so. Das kann ich echt nicht verstehen. Without lies, Islam dies. Without lies, Islam dies. Es ist nicht böse gemeint, aber das ist halt einfach meine Sicht. Müssen wir auch einfach ganz ehrlich sein. Wir beleidigen auch nicht um Himmelzwillen, aber man kann nicht die ganze Zeit Zucker in den Mund schmieren und die ganze Zeit seine eigenen Leute belügen, denn wir müssen einfach sachlich bleiben, ehrlich sein. Ja, und das finden wir leider in diesem Buch nicht. Also, ich finde es nicht. Ich wünsche dich auch nicht, die Liebe da drinne finden. Ich finde aber da drinne keine Nächstenliebe. Ganz kurz ist Abu Schengs, Abu Schengs, Abu Schengs, I'm there, you're not there, my brother. Delal, mein Bruderherz, jetzt wollte ich noch was sagen und dann gehen wir alle mal kurz durch und dann kann ich auch neue Leute hochholen. Ja, ich wollte nur sagen, das ist jetzt kein Geheimnis, dass die, also ich jedenfalls aus dem Irak bin, also das Hauptland von uns Jesiden ist eben Irak wegen Lalisch, unser heiliger Ort und 2014 habt ihr alle mitbekommen, was da abgegangen ist. Und was mir halt aufgefallen ist, speziell ist von den Erzählungen und was ich halt so familiär mitbekommen habe, ist, als es so richtig heiß wurde mit uns, dass wir tatsächlich von unseren Nachbarn, die auch Muslime waren, die am Anfang ganz freundlich waren, ganz korrekt, ja, man kennt sich, Nachbarschaft etc. Als die IS kam, plötzlich wurde man verkauft, da sind sie, also wie damals, wie die Juden verfolgt worden sind, ging es uns halt auch so. Und ob das jetzt wegen der Religion war, dass die halt Muslime waren und gesagt haben, ja, wir müssen die verfolgen, weil das sind ja auch Muslime und die verfolgen die, das hat seine Berechtigkeit. Oder ob die wegen Reichtum, ja, der Nachbar, der hat ja so viel Gold und Geld gehabt, komm, das nutze ich jetzt aus, diesen Moment, ich verpfeife den, da kriege ich sein Geld, sein Esel, was auch immer. Ja, egal, auf welchen Gründe, du hast gesehen, dass es überwiegend die Muslime waren. Und dann auch die Peshmelgas, die Armee von den Kurden, die haben uns auch verkauft, die sind vorher durch die ganzen Dörfer, bevor die IS einmarschiert ist, haben die ganzen Waffen, die die Jesiden hatten vorher, eingesammelt und gesagt, ja, ihr braucht das ja gar nicht, wir schützen euch, wenn die kommen, schützen wir euch. Und dann ging es natürlich total nach hinten los. Die Leute, die ihre Waffen abgegeben haben, waren machtlos. Das, was die gemacht haben, das war die ekelhaftste Aktion. Und guck mal, ist dir mal aufgefallen, keiner von denen ist damals auf die Straße gegangen und hat gesagt, wir sind 47. Nein, keine Fahne. 0, 0, aber wirklich niemand. Ich bin wahrhaftig. Ich bin wirklich wahrhaftig und ehrlich zu mir selber. Ja, wenn ich die Liebe für diese Flagge nicht hätte, dann würde ich diese Flagge auch nicht posten. Aber weil mein Herz für diese Flagge brennt, warum? Weil ich weiß, was da damals passiert ist. Bruder, ich habe mir Videos angeschaut. Einfach mal ganz in Ruhe. Hinsetzen, in mein Bett hinlegen und einfach mal das Video anschauen. Und das, was ich gesehen habe, das ist so widerlich und ekelhaft, was die da gemacht haben. Bruder, ganz ehrlich, eigentlich sollten die, also so hart ich das jetzt sagen muss, davon aber auch nicht falsch verstehen, würde ich mir wünschen, dass die Kreuzzüge kommen. Aber wir wollen nicht fleischig sein. Ja, das wollen wir nicht. Ja, wir wollen ja trotzdem in der Liebe bleiben. Da denke ich mir so, Alter, das geht wirklich nicht. Also das, was sie da gemacht haben, das geht einfach. Ich möchte noch was sagen. Ich habe bisher, egal welchen E7 ich hier getroffen habe auf TikTok, ich habe keinen einzigen E7 gesehen, der einmal mich beleidigt hat, der einmal das N-Wort gesagt hat, kein einziger. Oder warum nicht so viel Rücken gegeben? Wenn ein Eside mich gesehen hat, hier auf TikTok und diese Flagge gesehen hat, haben sie mir geschrieben und haben erst mal gesagt, hey Bruder, warum postest du meine Flagge? Ohne, dass sie beleidigen nicht und sagen, hey, warum postest du meine Flagge? Dann sage ich, hey Bruder, Herz hört zu, ich unterstütze diese Flagge. Und dann sagen sie, oh Raschur, ich küsse dein Herz, sage ich, Bruder, ich küsse dein Herz. Ich küsse die Herzen deiner Mutter. Und ich mache das aus Respekt und ich mache das aus Liebe. Weil das ist eine Minderheit, die ich unterstütze. Nicht nur das. Es gibt auch andere Länder, die ich unterstütze, wie die Aramäer, wie die Armenier. Das sind Länder, die unterdrückt worden sind. Und das sind Länder, die ich unterstütze. Afrika natürlich auch, keine Frage. Aber ich sehe hier nirgendwo in TikTok, dass Leute, ein Schwarzer wie ich, eine jesidische Flagge posten. Also habe ich mir dann gedacht, hey, okay, gut, dann mache ich das als Schwarzer, als Raschur. Dann mache ich das. Ich sage, du bedeutest, also du bedeutest mir sehr viel, weil ich habe dich, ich bin so erst mal aufmerksam geworden auf dich, als ich das gesehen habe. Ich bin zufällig auf live gegangen, so blablabla. Ich habe dann gesehen, ey, war es ein Schwarzer, der so eine jesiden Flagge im Hintergrund hat. Da hast du auch im Hintergrund. Und ich habe dann auch, ich bin erst mal reingegangen, habe erst mal zugehört und ich dachte, okay, krass, habe ich supportet uns ja und so weiter und so fort. Geiles Ding. Wirklich gut gemacht. Weil man muss sich stark machen. Letztendlich sind wir alle Menschen. Wir sind alle Menschen. Und das Ding ist, Jesiden und Christentum, die haben auch eine lange Geschichte hinter sich. Wir decken uns immer. Als die Christen verfolgt worden sind, haben wir die Christen gedeckt und andersherum auch. Aber Bruder, 2014, ich bin so enttäuscht. Ich war... Bruder, das war echt. Bruder, ich war vorher Kurde. Ich war Kurde stolz drauf. Ich verstehe es nicht. Ich habe die kurdische Flagge getragen. Aber ab 2014 ist es gestorben. Ich bin kein Kurde mehr, Digga. Das kann nicht wahr sein, dass die durch die Dörfer gehen, die Waffen nehmen. Bruder, Hand in Hand, du wusstest nicht, sind die jetzt hinter IS oder hinter den Jesiden, die Brüder und Schwestern, angeblichen Brüder und Schwestern. Bruder, ich habe Videos gesehen, die waren Hand in Hand, die IS-Kämpfer mit den Peschmergas. Das Ding ist, die PKK und Jopalji, die haben andere Bewegungsgründe. Teilweise sehen die sich auch als gefallene Jesiden. Die erkennen es an, dass sie damals zum Beispiel Jesiden waren. Die nehmen das jetzt auch nicht so ernst mit dem Islam und so weiter. Hälfte, Hälfte, ja. Deswegen haben die auch teilweise geholfen. Da hatten die auch natürlich Hintergründe, wie ja, unsere Armee verstärken, was auch immer. Politische Hintergründe hatten die natürlich auch. Aber Bruder, seit 2014, ich bin kein Kurde mehr, ich kann mich kein Kurde mehr nennen. Weißt du, du in diesem Land als Jeside, auch als Christ, aber ich finde, als Jeside bist du noch mehr betroffen, weil wir halt auch diesen Hintergrund haben, angebliche Teufelsanbieter. Weißt du, ich meine? Oder wenn du das, wenn die das sagen, weißt du, was ich immer gleich mache? Ich block, ich block diese Leute sofort. Sobald sie damit kommen, ich block sie sofort, weil hier geht es um die Minderheit. Ich unterstütze Jesiden, weil sie in der Minderheit sind und das, was da passt, das geht gar nicht. Und wenn diese Leute dann eure Religion gleich angreifen, denke ich mir einfach nur so, nein, 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 stopp. Hier geht es gerade um die Minderheit, wir reden um die Minderheit und nicht über die Religion der Jesiden. Ja, das ist mir höchstens auch nicht immer sehr wichtig. Ich küss dann jetzt, ich muss jetzt eine Sache, geht es gut bei dir? Äh, brav, Bruder, eine Sache, ich küss... Warte, kurz, kurz, zu dir, brav. Bruder, ich bin selber ein Jeside-Cousin, oder? Ich bin selber, ich bin stolzer Jeside, Bruderherz. Wenn alle so denken wie du, Bruderherz, dass sie sagen hier, ich bin ein Jeside, ich bin christlicher Kurde, ich bin alle... Bei uns Kurden gibt es Christen, gibt es Aleviten, Bruder, es gibt Juden und Jesiden, Bruder. Und ich verstehe auch, Barzani, wir haben Barzani vertraut, wir haben Barzani vertraut, die haben unsere Jesiden, Bruder, unsere Jesiden wollten sogar seine Füße küssen, Bruder, Barzani. Am Ende hat Barzani uns auf Bohlen gelassen. Wer ist gekommen, Bruder? Jepeke und PKK, Bruder. Ja, ich weiß, Bruder, das habe ich auch erzählt, Bruder, Ape Öcalan, was hat er gesagt, Bruder? Die Jesiden mussten immer beschützt werden, oder? Wir wurden 74-mal angegriffen. Hat er gesagt, ja, hat er gesagt. 74-mal, wo wir angriffen, wir haben uns nie verteidigt. Und das 75-mal angreifen, sind wir selber, Bruder. Weil wir unsere eigene Religion vergessen, Bruder. Ich verstehe das, und du hast auch recht, aber ich muss ja eine Sache sagen noch, jetzt auch an Flags gerichtet, an die Kommentare, hier schreiben viele ja, Kurden hier sehen dürfen, die sich nicht spalten lassen. Das Ding ist, als Kurde selbst hast du sowieso schon schwer gehabt, in diesem Gebiet. So, unser Land wurde genommen, also kurdischen Land wurde genommen, etc. wurde gespaltet, alles wegen Landöl, wie auch immer politisch. Wir wissen alle Bescheid so. Dann, als ihr siehst, hier siehst du, hast du noch eine größere Arschkarte, weil du weißt nicht mehr, wen du vertrauen kannst. Dann siehst du auf einer Seite, die Peschmergas, die sogar teilweise öffentlichen... Das sollte, ganz kurz, irgendjemand hat Dejan geblockt, also ich weiß nicht, warum, wer denn diese Account geblockt ist, SKRR 0777, wer hat den geblockt, aus Versehen. Bruder Flex, ich komme, du musst dir vorschreiben, Bruder, du musst dir vorschreiben, Bruder, du bist in deinem Haus, Bruder. Ich komme in dein Haus rein, Bruder, du lässt dir ja nicht zu, oder? Die PKK und Jeppeke wollte die ganze Zeit rein, Bruder. Die Peschmerga hat die nicht reingelassen, Bruder. Ja, die kämpfen ja auch, die kämpfen ja auch gegeneinander, das stimmt ja auch, da hast du recht. Und Bruder, und die kämpfen, und Peschmerga will die ganze Zeit wieder Schingal haben, die haben auch die Hälfte wieder zubekommen, aber die PKK und Jeppeke lässt nicht zu, Bruder. Man muss, man muss, Bruder, wenn wir gerade sind, Bruder, man muss eine Religion zur Seite packen, Bruder. Man muss eine Nationalität machen, Bruder, so wie Deutschland, so wie andere Länder, Bruder. Warum können wir das nicht schaffen? Wir waren doch zuerst, 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 ich verstehe nicht. Warum musst du mal zuerst schreiten, Bruder, ich bin Eside, ich bin Christe, ich bin Monstep, ich bin das Bruder, wir sind, das Ding ist, Bruder, das wir haben auch kein Land, Bruder, weil wir uns gegenseitig alle streiten, Bruder. Okay, ich will eine Sache sagen, an Flex jetzt, okay, weil das Ding ist, du siehst, es gibt zwei Gruppen, die eine sehen sich aus, sie sehen, die andere als Kurt, Kurt, ich bin ein Eside, ich bin ein stolzer Eside, ich habe mich sogar tätowiert, Bruder, ich küß dein Herz, man muss, man muss die Religion zur Seite packen, Bruder, du sollst in deine Religion, in deine Herzen, glauben, Bruder, und du sollst einen Gott glauben, Bruder, du darfst mich vorstellen, Bruder, du darfst dich Gott nicht vorstellen, einfach Gott, ich habe verstanden, dass wir sieben, aber keine Kurden sind, das Schreie, die sich Kurden nennt, der sollte ich nie in der Eside nennen, Bruder, die sich Kurden nehmen, sind keine Kurden, es gab es gar nicht, Bruder, man sagt ja, unser Gebet, sagt man, er beschützt erst mal die 72 Völker und dann uns, verstehst du, es gab es ja ganz früher nur 72 Völker, das wurde schon entblockt wieder, falls jemand geblockt hat, du wurdest wieder entstummt oder entblockt, keine Ahnung, also, ich glaube, das muss ein Missverständnis gewesen sein, so, jetzt, darf ich kurz was sagen, lass mal ein Sturm, bitte, lass mal nur einreden, weil das ist die ganze Zeit durcheinander, einer redet anfang, macht von mir aus, ich will nur drei, drei Wörter sagen, Sie lieben Gottes reichen, ja, danke, dass ich hier sein durfte, wir danken, danke, kein Problem, der Kurde, ein Jeside, der sich Kurde nennt, ist kein Jeside, mal Bruder, er ist kein Jeside, Punkt, Bruder, guck mal, du willst, du willst mir sagen, dass ich jetzt meine Religion, du willst mir sagen, dass ich keine Jeside bin oder was, du hast das Recht, du hast das Recht, du hast das Recht zu mir sagen, ich bin kein Jeside mehr oder was, bist du, nein, ich will ganz kurz eingreifen, wichtig ist, Leute, wir werden unter Jesiden, ihr seid alle meine Brüder, ich will nicht, dass ihr streitet unter euch, ganz wichtig, darf ich mal kurz bitte was erklären, nur kurz, Jesiden ist ja gleich, du hast gleich reden, also, ja, tut mir ein gefallen, meine Brüder, ihr streitet nicht untereinander, wir reden, aber wir dürfen nicht streiten, okay, guck mal sagen, warum Jesiden sagen, sagen, warum Jesiden sagen, dass sie keine Kuhn sind, Jesiden ist keine Religion, das ist, das ist der Volk, das ist der Staum, das ist, aber warte mal, 21, wir kommen aus dem Nordirak, unsere Religion ist, unsere Religion ist, ich lebe auf dieser Erde, ich werde mich nie wieder Kurden nennen, seit 2014, ja, Nummer 21, also, Scherp verdienen ist die Bezeichnung, der Religion, Scherp verdienen ist unsere Religion, unsere Sprache ist jizidisch, unser Volk ist jizidisch, ich bin Kuhn aus der Türkei, damals habe ich auch immer gesagt, ich bin PKK, diesmal, meine Familie bis jetzt noch, aber ich bin stolzer Jeside, man muss die Jesiden verstehen, wenn die sagen, dass wir Jesiden sind und keine Kurden, weil ihr müsst euch so vorstellen, damals wurden die Jesiden so oft unterdrückt, dies, das, wo waren die Kurden, wo waren die Kurden in dieser Zeit, ich will dir noch was sagen, Osmanische Reich, da waren die Türken, da waren Kurden, und da waren keine Jesiden, aber guck mal, ich muss ja was sagen, Bruder, die Jesiden haben, ich höre sie auch, die Jesiden, die Jesiden haben, die FK und PKK hat gesagt, lass mal zusammenarbeiten, was haben die gesagt, die haben die mit denen Krieg gemacht, oder? In Arfin, in Kobane, überall, in der Türkei, in Südien, in Irak sind voll mit Jesiden, Bruder, oder? In Serikani, in, ja genau, in Zadrosch wieder, was du sagst, Bruder, guck mal Bruder, das ist das Problem, deswegen haben wir auch keine, warum sagen die Deutschen nicht, es gibt ja deutsches Moslem, es gibt ja deutsche Christen, Bruder, es gibt deutsche Aleviten, Bruder, alles deutsche, warum sagen die nicht, wir sind Christen, wir sind Moslem, wir sind das Bruder, wir sind, guck mal Bruder, ihr macht das genau das gleiche, wie die Moslein, wo da will ich sagen, die Moslein gibt es auch, die sagen wir sind Islam, kein Land, verstehst du? guck mal, das genau das gleiche, Bruder, osmanische Reich war auch für nur Islam, Bruder, oder nicht? Ja, siehst du, Tokai hat sich abgedemokratie gemacht, oder? Dann Syrien, dann Irak, und bei uns Bruder, wir halten nicht zusammen, die kurdische Christen halten zusammen, aber für die, für die, für die eine Frage, bist du, bist du Moslem? ich bin die Eside, Bruder, Alhamdulillah, Bruder, ok, ok, Alhamdulillah, Eside? das Hamdulillah, guck mal, wenn du dich von Esiden weißt, Bruder, das Hamdulillah, salam alaikum, kommt alles von uns, Bruder, Alhamdulillah, ich würde dir mal eine Sache sagen, es gibt es Leute, ich sage zum Beispiel, ich sage auch Allah, ich sage Inshallah, was bedeutet das denn, Allah bedeutet nur auf Arabisch Gott, und die Kurden aus dem Irak, die Kurden aus dem Irak, die Kurden aus dem Irak, ich habe so viele kurde, irakische Jesidenfreunde, die sagen selber, Allah, Inshallah, Maschallah, das ergibt einfach keinen Sinn, wenn man Moslem sagen, du darfst das nicht sagen, ja, wer bist du, wer bist du, wer bist du? denn, dass du sagst, ich habe keine Siede mehr? Okay, okay, stopp, Leute, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, wenn ich sage, ich habe, ich habe, ich habe, die Siede nennen, war die, war die, war die, war die 21, Bruder, oder ich küsse dein Herz, oder chill, chill, ich küsse dein Herz, Bruder, Leute, wenn wir reden, ja, an meine jesidischen Brüder, ich bitte euch, lasst uns nicht streiten, wir führen ein normales Dialog, streitet bitte nicht, ich küsse eure Herzen, wirklich, aber Flex, ich habe doch nichts gehabt mit dem Bruder, guck mal, würdest du, nicht, dass es zum Streit aussieht, nein, niemals, niemals, würdest du, würdest du ein wahren Jesin nehmen, und sagen, soll ich dich umbringen, oder wirst du Code, er würde niemals, sich Code nennen, ich sage, es wird auch niemals passieren, was du gerade sagst, er wird dich niemals Code nennen, TikTok, du verwechselst das, du sagst Code, oder, guck mal, die Hälfte, guck mal, unsere Kunden, Bruder, die nehmen Demokratie an, unsere Frauen, unsere kurdische Frauen, Bruder, die haben Freiheit, Bruder, die können in Syrien, in der Türkei, bei uns machen, was sie wollen, die sind genau das gleiche, berechtigt wie ein Mann, Bruder, ihr könnt, ihr könnt Kurden, die andere Länder, lass mich mal bitte kurz ausreden, Bruder, die andere Länder, abzitieren uns noch nicht mal, verstehst du meine, die andere, komplett einmal rum, komplett einmal rum, abzitiert die Kurden nicht, warum denn, weil wir, wir wollen, ein kurzes, ganz kurz, bei den, er sieht, der Lall, bist du noch da, ich bin da, Bruder, okay, ist das okay, wenn ich kurz jemanden hochhole, dann kannst du noch mal eine Anfrage stellen, ich hole dich noch mal hoch, alles gut, ich bin dann, nee, dann schmeißt mich gerade raus, und wenn ich irgendwas sagen möchte, dann mache ich eine Anfrage, okay, okay, super, super, alles klar, oder ernst, danke dir, Gottes Segen, oder ganz kurz, nehmen wir kurz mal den, holi, ja, holi, stellte eine Anfrage und verschwindet wieder, oder was, na, holi, holi hat hier eine Anfrage geschickt und verschwindet wieder, was ist denn das, ich weiß nicht, einen Arsch hier hochbewegen, ja, guck mal, du hast recht, du hast einfach recht, egal, wie ihr was sagt, du hast recht, ihr müsst euch so vorstellen, guck mal, alles cool, auf dieser Welt, alle Kurden auf dieser Welt waren damals die 7 und Zerdäsch, ich weiß auch, genau so, genau so, ich weiß auch, wie die Religion verkauft, das waren alle Kurden damals, und damals war es halt so, guck mal, es sind nur 74 Völkern, wurde anerkannt, nur anerkannt, es gibt es noch viel mehr, noch viel, viel mehr, versteht, naja, wisst ihr, wisst ihr, was mir aufgefallen ist, und das wird immer klarer, und das kommt ein bisschen mehr zum Vorschein, Christen werden extrem verfolgt, extrem, das haben wir in Nigeria gesehen, und 2014, wenn wir uns das anschauen, ist das 2014, das ist ja auch eins von den 74, wie viel, wie viel Angriffe gab es auf die 7, 74 Stück, anerkannte nur, die sind nur anerkannt, nur vier sind es anerkannt, 74 Massangriffe, ja, mehr, aber die nur anerkannt, oder, darf ich was fragen, vielleicht, vielleicht hat er sich mitbekommen, Bruder, kommen wir in, in Syrien, Bruder, und in Irak, Bruder, es gibt, es gibt christliche Kurden, Bruder, die haben eigene Armee, Bruder, die Kurden, haben eine Armee, christliche, christliche Kurden gemacht, Bruder, es gibt es bei uns, christliche Kurden, Armee, Bruder, muslimische Bruder, Bruder, es gibt es alles bei uns, man kann, man kann nicht spalten, verstehst du meine Bruder, weil die anderen halten zusammen, wir mussten auch mit den zusammenhalten, das Problem ist, ich verstehe uns selber, dass, dass 2000 Vizos Angriff, oder, dass Barzani uns verraten hat, verstehst du meine, er hat sogar Kreuze auf unsere, unsere Häuter gemacht, so gesagt, verstehst du, an unsere, äh, Familie, Bruder, dass die Leute reingehen konnten, aber, Barzani soll die Frise von mir sehen, man darf nicht alles an einen Schleuch reinmachen, wenn ich jetzt ein Scheiß, wenn ich jetzt ein Scheiß Wichser bin, oder irgendein Wichser bin, man kann nicht meine Familie, sagen hier, seine Familie ist auch scheiße, verstehst du meine? Ja, hier müssen wir uns so vorstellen, guck mal, man kann, den IS, die sehen sich als islamischer Staat, weißt du, ich meine, komm, ich muss mich so vorstellen, im ersten, man muss im Herzen Muslim sein, habe ich recht, ja oder nein, muss, die Religion muss in deinem Herzen sein, 200% im Koran steht, wenn du einen Menschen tötest, tötest du die ganze Menschheit, im Koran steht noch, du sollst jede Religion auf dieser Welt akzeptieren, die haben den Koran, die haben den Koran nicht gelebt, die machen das komplette Gegenteil, kann man nicht auf Deutsch übersetzen, oder den Koran kann man nur auf Arabisch übersetzen, wenn jemand Arabisch kann, hier muss ich dich ganz kurz stoppen, Badin, guck mal, wenn das ein wahrhaftiger, lebendiger Gott ist, dann würde er doch die Sprache ja so machen, dass es jeder versteht, aber weil der Satan, weil der Satan sich ja verkleidet wie ein Engel des Lichts, kommt er ja mit der Lüge, ja, aber das Evangelium war von Anfang an die Wahrheit, der Satan war aber von Anfang an ein Mörder und ein Lügner, ich erzähle dir eine kleine Geschichte jetzt um unsere Familie, ne Bruder, vielleicht wisst ihr jetzt nicht, wo er 1994, Bruder, kam aus Hamel, Bruder, ein Deutscher ist Moslem geworden, Bruder, er ist zu Islam geworden, Bruder, das war mein Vater, bester Freund, Bruder, am Ende, guck mal, der Deutsche, Moslem hat am Ende 1994, könnt ihr den Internet lesen, Bruder, Götan Aldimir, wurde ermordet von einem Moslemen, Bruder, weil er wurde von Moschee irgendwie in den Kopf eingeredet, verstehst du meine, ich musste eigentlich einen Hass auf die haben, Bruder, verstehst du, ich musste eigentlich, ich musste, aber das Problem ist, Bruder, die nutzen andere Leute aus, verstehst du meine, die nutzen andere Leute aus und spielen mit denen, ihr könnt das ruhig in den Internet lesen, 1994, Götan Aldimir, Bruder, in Hamel, Bruder, da wurde mein Vater von Islam umgebracht, Bruder, von Radikalen, die Leute schreiben schon hier rein, bei jedes Wort, Bruder, 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 ich komm aus, Bruder, oder was soll ich sagen, Bruder, bei uns sagt, sag mal Bruder, verstehst du, ich will aber euch, Bruder, Bruder, guck mal, ich muss euch aber sofort, guck mal, nur wenn ein Muslim ist, was falsch macht, man muss denn nicht direkt alle Muslime, das will ich damit sagen, Bruder, verstehst du, wenn wir Kurden jetzt nicht zusammenhalten, Bruder, dass wir sagen, wir wollen ein Land für uns haben, da können die Christen sagen, auch wir waren, ein Land haben, da können die Juden auch, von den Juden, Israel leben, wollen auch ein Land haben, wo dann, jeder will sein eigenes Land haben, wo das klappt doch gar nicht, Bruder, das wird auch niemals glauben, deswegen, Bruder, guck mal, wir haben jetzt, Bruder, ich sage doch, das 75. Vermahnt sind wir selber, Bruder, das sind wir selber, Bruder, das sind wir selber, weil wir unsere eigene Religion vergessen, Bruder, wenn wir, wenn wir stolz in Isiden sind, sind wir, mussten wir alle Isiden aus Deutschland drei Monate nach Schingar gehen und lernen unsere Religion, man sagt, bei uns gibt es ja kein Buch, Bruder, wenn du deine Religion lernen musst, musst du drei Monate in Schingar sein und alles lernen. Komm, das Problem ist, wir haben uns, wir haben uns, ganz kurz, Casablanca, ich möchte noch eine Frau hier hochholen, Bruder Herz, ich will nur kurz, ein paar Sachen sagen und dann gehe ich direkt raus. Okay, okay, weil ich möchte wenigstens auch eine Frau hier oben haben, die auch dann mitredet, weil, wie gesagt, wir wollen die Frauen auch mal, natürlich, also, du weißt, ich bin, weißt, vielleicht wer ich bin, Bruder, das ist dein anderer Account, also, du musst mir dann schon sagen, wer du bist. Also, ich bin Momo, ihr seht, ich habe noch meinen Namen geändert. Ah, du hast deinen Namen geändert, okay, ich weiß schon, wer du bist. Also, ich habe mit dem Mann Kontakt aufgebaut, wegen dieser Spende Sache und so, und der Mann ist dafür halt nicht so zuständig und deswegen, ich kann euch leider nicht helfen. Wir mussten jemanden finden, der sich da ein bisschen besser auskennt. Ja, guck mal, ich habe ja, ich habe ja, du kannst gleich reden, Bero, Ich habe ja, ähm, erwähnt gehabt, ich unterstütze sehr, sehr gerne Jesiden, ich bin dabei, ich bin auch dafür, ähm, aber einen Haken haben wir, einen Haken haben wir, und zwar, wenn wir das Geld schicken, oder ich das Geld schicke, muss ich zu 100% sicher sein, dass es bei dieser Familie ankommt, und dass diese Familie was tut, das Geld nutzt, für was, Essen kaufen, was auch immer, ja, ich weiß ja nicht, wie der Lebensstandard, äh, dort ist, ja, ich unterstütze das gerne, dann müssen wir alle gemeinsam zusammenziehen und das machen, aber ich muss zu 100% sicher sein, 100% auch ein Beweis da sein, dass ich weiß, dass dieses Geld auch bei dieser Familie ankommt. Nächste, dann bin ich doch, dann bin ich doch mal rein, Bruder, wir spenden dir den Flug, Bruder, da kannst du selber mit, kannst du einen Videodreh machen, Bruderherz, gehst du selber dahin, verstehst du, dann finanziere deinen Flugzeuger, ich bin sogar dabei. Sehr gut, Flex, wir hatten noch jemanden, das ist echt, das ist echt nett von dir, das ist echt sehr nett von dir, aber das ist immer, das gilt für einander, das kriegen wir auch anders. Also und Flex, Flex, also ich hab eine Bitte an dich, das kommt irgendwie komisch rüber, aber ich hab eine Bitte an dich. Jetzt kommt's. Kannst du vielleicht die Leute sagen, die sollen mir folgen, ich will eigentlich die 1000 haben, ich will live gehen. Bruder, ich sag einfach den Followern, dass sie dir folgen sollen, wenn ich schon gehe. bitte, wenn ihr Interesse habt, dann bitte folgt mir alle, ich will live gehen und ich will halt ein bisschen über den Isidenturm reden, das war ganz nett von euch und ich danke jedem, der mir gefolgt hat und ich danke jedem, der mir nicht gefolgt hat. Oha, oha. Ich sag, danke, aber jetzt fühlen die Leute sich gezwungen, dir zu folgen. Ja, alles gut, die müssen nicht folgen. Also die Leute, die mir folgen, ich folge gerne zurück, die sollen mir einfach sagen, folge ich zurück, ich folge gerne zurück, aber ich will einfach, ich will ein bisschen über meine Religion, Leute aufklären. Also ich möchte, ich möchte zudem auch noch was sagen, Leute, ich will wirklich was Schönes sagen, Support Leute ist kein Wort. Wenn ich die Möglichkeit habe, unterstütze ich jeden hier im Stream. Ja, aber meine Zeitspanne ist auch manchmal so begrenzt, ich muss auch nebenbei Sachen machen, ist nicht so einfach. Ich würde am liebsten alle hier unterstützen. Da, da, da. Manchmal habe ich so Tage, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann gehe ich einfach in den Streams rein von den Leuten, die ich folge und spende einfach und dann gehe ich wieder raus. gehe ich in den Stream rein, spende da schnell und gehe wieder raus. Danke dir, ich habe dir auch gefolgt. Genau, weil meine Zeitspanne ist immer so niedrig. Also, wie gesagt, dann, Mo, ich bist dein Herzbruder und ich nehme jetzt kurz eine Frau hoch. Ja, alles gut. Ich folge jeden. Warte ganz kurz, ich verrate kurz den Casablanca, wie schnell er 1000 Follower kriegt. Schüss los. Oder, Casablanca, folge mir, ich folge dir jetzt und dann erkläre ich dir ganz schnell, wie du in fünf Tagen 1000 Follower kriegst. Ich habe dir gefolgt. Okay, ich folge dir auch. Und ich danke dir, der mir gerade... Ich mache das nicht öffentlich, das soll nicht jeder wissen, weil sonst läuft hier jeder mit 1000 Accounts wie ich. Ja, ich bin ja überall und kriege auch sehr viel mit. Deswegen verrate ich den Trick nicht, wie schnell du auf 1000 Follower hast. Ich bin jetzt schon bei wie viel? 6500, glaube ich. Also ich gewinne jeden Tag circa 40 Follower. Danke dir trotzdem. Und ich danke jedem, der gerade gespendet hat. Ich danke euch von Herzen. Ihr müsst mir nicht spenden, spendet alles Flex. Das sollen die Leute freiwillig machen. Alles gut. Und ich wollte noch kurz sagen, wir sind alle Brüder. Wir dürfen niemals gegeneinander streiten und so. Ich habe einfach noch meine Meinung gesagt, die Sieben sind kein Koden. Das war meine Meinung. Und bitte, der unter mir ist, bitte sei nicht sauer wegen meiner Meinung und so. Bitte wird dafür nicht sauer und so. Du bist mein Bruder, du bist mein Onkel sogar. Ich bin dein Neffe. Du bist älter, ich bin jünger als du. Ich küss dein Herzbruder. Du bist, ich mag einfach Yisin einfach. Ich küss doch dein Herz, Mann. Bitte, du wirst nicht sauer, weil ich alles falsch gesagt habe. Das war gar kein Fall, auf gar kein Fall. Hey, du Leute, ich weiß nicht was Falsches, ich bin gerade live gesagt habe oder so. Und ich wünsche euch noch alle einen schönen Abend. Dir auch noch, mein Bruder. Und ich wünsche euch noch alle. AIDAO PIROSIBE. Ich bin auch dein Herz, Mann. Ich bin auch dein Herz, Bruder. Bedo will ganzes Falsches. Die wollte die ganze Zeit reden, Bedo. Nein, nein, alles gut. Es ging nur um die Spendensache. Hat sich schon erledigt. Ach so, okay. Ich will noch was kurz sagen. Also Casablanca, danke, dass du da warst. Bedo, gell? Bedo, gell? Bedo, gell? Bedo, warte. Weißt du, dass heute wir Zuckerfest haben? Also wir haben ein paar Tage Zuckerfest? Wissen Sie, was Barzemi ist? Barzemi? Da bekommt man so diese Bänder und so. Man kann beten und so. Ja. Weißt du, Bruder? Bero, warte mal. Ich bin diese Frau, die kriegt Schläge. Ich sag's dir, Bero, warum sagst du mir nichts? Hä, wir haben das doch heute schon gefeiert. Ja, aber du hast mir nichts gesagt. Nee, hab ich nicht. Aber wir reden später, wir reden später. Aber du kannst jetzt immer noch nachholen. Ja, danke. Danke, Momo. Ey, Bero, bitte. Bitte mach ihn ein jesidischer Armband um seine Hand. Ich glaub, das ist nicht schlimm oder so, ne? Bero, doch, er kippt das um sein Gesicht. Bero, du hast Dinge ausgebot, gell? Du hast Hausverbot. Momo, ich hab ihm schon gesagt, nächstes Jahr gehen wir zusammen Neudos. Ja, das ist gut, macht das. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Guten Abend. Also, schönen Abend, dir auch. Schönen Abend, dir auch, Bruder. Ciao, ciao. Okay, dann holen wir mal kurz eine Frau hoch. Dunia möchte hoch. Genau, was wollte ich jetzt noch mal sagen? 21. Ja, mein Bruder. Komm mal, ich küsse deinen Ernst, Bruder. Ja. So, jetzt, du wolltest noch was sagen? Was wollte ich noch mal sagen? Irgendwas wolltest du sagen, ich weiß nicht. Du hast vorhin gesagt, du wolltest was erwähnen. Was soll ich hier reden? Ich hab' vergessen. Dunia will auch nicht nehmen, sie wollte irgendwas sagen. Alles gut. Wenn du's vergessen hast, ist nicht so schlimm. Alles gut. Wenn du's mir wieder einfällt, sie sagt. Wenn's uns einfällt. Blacks, Bruder. Ja, Barney. Bruder, wie sieht's aus, wenn wir diese Spende machen, ne? Ja. Wenn du Bock drauf hast, ne? Dann werde ich auf jeden Fall die Hälfte für dich spenden, auch die Flug. Dann bin ich auf jeden Fall dabei. Egal, was das kostet. Nein, Mann, das ist nicht nötig. Guck mal, wir müssen das ja schlauer angehen. Wir müssen ja das Geld sparen und wir müssen gucken, dass wir eine vertrauenswürdige Quelle haben. Und wenn wir diese vertrauenswürdige Quelle haben und wir wissen, dass das Geld auch da ankommt, dann ist super. Weißt du, was ich meine? Da müssen wir gar nicht Flug oder wie ist das, weil das ist dann alles so voll der Stress so. Wir müssen nur eine vertrauenswürdige Quelle finden, wo wir sagen können, hey. Flex, wer war denn das letztes Mal in dem Live, der gesagt hat, der Connections hat zu diesem Tobias Wuch? Ich hab den Tobias Wuch, aber wir haben noch nicht geschrieben. Genau, aber einer hat ja gesagt, der hat ja Kontakt zu ihm. Der ist ja eigentlich... Oder wisst ihr was? Wisst ihr was, Leute? Ich frag einfach Karaman. Ich frag einfach Karaman. Das ist rot. Warum lacht ihr? Karaman weiß alles. An den Leuten, ne? Karaman weiß ich, Karaman weiß alles. Flex, darf ich mal kurz was sagen, oder? Ja, Bruder. Guck mal, an den Leuten, die sagen, wir glauben an ein V oder irgendwas. Guck mal, wir glauben, das ist ein Andenken an unseren Engel. Wir glauben an Gott und an sieben Herzengel. Satrosch. So, Satrosch. Guck mal, und der größte Engel, der Liebhaber von unserem Gott, der Lieblingsengel von unserem Gott ist Tauh Simelec. Das ist ein Andenken, weil er so viele Flügel hat. Und der Pfau, der Pfau hat ja auch sehr viele Flügel. Verstehst du, was ich meine? Und das ist halt ein Andenken, nur ein Andenken, so mäßig der Symbol. Und Leute, die denken, dass wir an einem, ich darf das Wort leider nicht sagen, weil es bei uns eine Sünde ist. Du weißt schon, was mein Bruder, das T-Wort. Bei uns gibt es nicht das Böse. Bei uns gibt es nur das Friedliche. Bei uns gibt es das Böse. Oder wenn die das sagen, soll ich ganz ehrlich sein, mein Schuh auf deren Köpfe. Lass die reden. Ich küß doch dein Herz, brah. Wallah, ich küß doch dein Herz. Aber wie gesagt, deswegen, wie gesagt, kläre ich auch hier ein bisschen auf. Und deswegen rede ich auch über das Evangelium, dass die Leute auch das Evangelium auch hören. Wenn die Leute anfangen, wie gesagt, dich zu, sagen wir mal, beleidigen, Bruderherz, einfach nicht drauf hören. Nein, weil dann weiß ich, guck mal, die denken, die machen was Richtiges, aber guck mal, die machen wir auf Muslime und da machen die halt das Gegenteil. Verstehst du das schon, meine? Ja, ja. Ich küss alle muslimische Brüder auf die, Wallah, ich küss die alle. Hab nix gegen ich glaube, ich liebe den Islam, ich liebe den Christentum, ich liebe Judentum, ich liebe jede Religion auf dieser Welt. Jeder hat sein Glauben. Ich bin nicht, wer bin ich? Wichtig ist nur, dass wir trotzdem das Evangelium verbreiten müssen, weil das Evangelium ist die Wahrheit, Bruderherz. Evangelium, also du bist, du bist Evangelium da, ne? Christ, ich bin Christ. Also du bist Christ. Was ist die Unterschiede zwischen einem Orthodoxen und Evangelium? Ja, bei Orthodoxen, die haben Apokryphen und Kirchenväter, etc. Natürlich glauben sie auch an Gott, gar keine Frage. Ich bin aber sehr, sehr vorsichtig, was aus meinem Mund rauskommt, weil ich spalte niemanden. Ich spalte auch nicht Leute, die an Jesus Christus glauben. Wir können nur voneinander lernen. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bruder haben, der sagt, Jesus ist nicht Gott, dann müssen wir ihn zum Beispiel aufklären. Hey, schau dir mal hier die Schrift an. Lies mal den Johannes Kapitel. Hier siehst du, dass der Vater den Sohn die ganze Macht übergeben hat, über Himmel und Erde. Ist der denn nicht Gott? Ja, dass man den dann aufklärt. Wir dürfen nicht mit Gewalt jemanden das Heil absprechen und sagen, hey, du bist falsch oder so. Das macht man nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Was erzählt jetzt über unsere Religion, das ist mal ein bisschen, ich sehe, eine Frage. Wisst ihr, warum das Lale-Stadt genau ist, wo das ist? Im Irak? Nein, ne? Glaube ich nicht. Ich habe Bilder, ich habe Bilder gesehen, also ein Bruder von euch, auch von mir, hat mir ein paar Bilder geschickt, wie diese Gebetsstätten aussehen. Habe ich schon gesehen, tatsächlich. Das ist eine Geschichte, Bruder. Guck mal, ich erzähle euch mal kurzfristig, Bruder. Gott hat sieben Engel runtergeschickt und die haben was gesucht. Das ging irgendwie 200, 300 Jahre. Die haben gesucht, 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 gesucht und da haben die einen Fleck gefunden. Und dann haben die die Erde gefragt, dürfen wir was hier aufbauen halt? Und dann hat die Erde gesagt, ich mache erst so die Seele auf, wenn Licht auf mich scheint. Und dann sind die sieben Engel wieder zu Gott gegangen und haben das gesagt. Und dann hat Gott gesagt, dann mach das Licht. Und dann kam die Sonne erst. Und deswegen gibt es da alles da. Sagen die bei uns, ne? Halt. Ja, das ist gut, Jürgen. Ich war nur ganz kurz weg, aber ich habe den Nebenwalt zu hören. Wir haben ja ein isidisches Buch, sagen die, und da steht auch darüber, das Ding ist, man dachte ja nicht veröffentlichen, das Ding ist, wenn das jetzt veröffentlicht wird. Das Ding ist, da steht sogar vorher, bevor Adam Eva auf der Welt kamen, oder da stand sogar drauf. Verstehst du? Guck mal, ich will eine Sache sagen, guck mal, in unserem Buch, man sagt, wenn du dieses Buch liest, wird es eine Naturkatastrophe werden, weil es einfach so, weil einfach da drin die komplette Wahrheit steht. Einfach wirklich alles, was in diesem Buch steht, es wird eine Naturkatastrophe. Es werden Leute einfach, wie soll ich sagen, die werden einfach schenkst. 21 Bruder, wusstest du, dass diese Kassensystem, dass wir das selber erfunden haben, Bruder? Ja, haben wir. Das war aber, boah, es war ein komischem Scheren, ne? Das Ding ist, das Ding ist, diese Kassensystem, Bruder, wenn sie es auslösen, man kann, jeder kann eine isidische werden. Verstehst du meine? Jeder kann, was das Problem ist, aber das wollte ich auch sagen, du musst euch nur, ich muss euch nur ganz kurz unterbrechen, weil ich finde, wir sind sonst respektlos. Lasst uns mal bitte die Frau Dunja kurz mal begrüßen und dann kommen wir mal zu den Roli. Roli möchte wahrscheinlich auch reden mit seiner Alienbrille da. Mit seiner Alienbrille, ich rede ich mit meiner Alienbrille. Dunja, wie geht's dir? Ja, hallo. Hallo. Ich wollte zu der Religionsschicht äußern, und zwar Jesiden sind keine Kurden und auch Kurden sind keine Jesiden. Das wollte ich nur loswerden, weil die meisten sagen, dass Jesiden Kurden sind, aber das stimmt gar nicht. Und die sich als Jeside Kurde nennen, sage ich mal so, sind keine Jeside. Kann ich einfach nur so sagen. Okay, okay, okay. Hey, das höre ich sehr, sehr oft in mir. Komm, ich höre mich sehr oft. Ich habe mir was sagen. Du sagst gerade, wenn ich jetzt das Kurde mich Kurde nenne, darf ich mich nicht Jesiden nennen. Eine Frage ist, ich will jetzt nicht persönlich werden, aber wer bist du, dass du mir das sagst, dass ich keine Jeside mehr bin? Bist du in welchem Buch steht, wenn ich sterbe, wenn ich sterbe, kann er oben ein Wächter zu mir sagen, hör zu, du bist kein Jeside. Aber kein anderer auf dieser Welt kann mir sagen, dass ich keine Jeside bin. Oder wenn ich sage, ich kann auch sagen, ich bin Deutscher. Es ist okay, dass du dich als Kurde nennst, aber dann sag nicht, dass du Jeside bist. Ja, aber ich kann auch sagen, ich bin Holländer, ich bin Österreicher. Ich kann sagen, ich kann sagen, was ich will. Verstehst du, meine Frau? Aber keiner hat ein Recht. Keiner hat ein Recht, wenn einer sagt, ein Jeside, ich bin ein Kurde. Keiner hat ein Recht, sagt, du hast keine Jeside mehr. Geht nicht. Ihr seid doch nicht allmächtig. Ihr könnt euch nicht allmächtig machen, sagen, du hast keine Jeside, du hast Jeside, du hast keine Jeside, du hast keine Jeside, das geht doch gar nicht. Ich habe gut gesagt, guck mal, es gibt Jesiden aus dem Irak. Guck mal, wie du es gesagt hast, ich kann ja auch sagen, ich bin deutscher Jeside, weißt du, ich meine, die aus dem Irak sagen ja auch, ich bin irakischer Jeside, die sagen, ich bin kein kurdischer Jeside, die sagen, ich bin irakischer Jeside. Versteht ihr, was ich meine? Ihr macht das, guck mal, ich finde, dass alle Jesiden ist falsch. Jeder soll selber wissen, was man da macht. Nein, aber bisher, guck mal, ich mag das nicht an Jesiden. Die haben keinen, ich will nicht jetzt urteilen, als würde ich mehr Wissen haben oder so. Aber guck mal, ihr müsst euch so verstehen, wir sind allgemein alle keine Kurden. Und wir sind, unser Volk und unsere Sprache ist jesidisch, unsere Religion ist schärfer dient. Schärfer dient ist unsere Religion. Wenn du nach hinten guckst, oder wenn du nach hinten guckst, was sind wir denn alle? Ganz kurz. Wovor, 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 was sind wir? Ganz, ganz, ganz nach hinten, vorher, wo wir waren. Ganz, ganz hinten, was machen wir alle? Sogar sind wir das gleiche. Heute, Leute, ganz kurz. Ich glaube, der Bruder Holi möchte auch noch was sagen, ganz kurz. Und dann könnt ihr, können wir weiterreden. Holi, Bruder? Oh, ich suche gerade mein Zweithandy. Lass mich ruhig reden, ich suche schnell den Zweithandy. Okay, ganz kurz. Bero, möchtest du was sagen? Nein, alles gut. Ich muss gerade was machen. Alles gut, redet ruhig. Okay. Dunja? Dunja, da. Achso, dies da. Dunja. Dunja. Bero, Schwester. Bruder, Flex. Okay. Bruder, war er kommst du? Aus Deutschland? Ich? Nochmal was? Ich meinte Flex, kommst du aus Deutschland? Ich komme aus der CIA. Ich bin CIA-Agent. Bester Mann, Bruder. Ja, ich verrate dir, ich verrate es dir irgendwann mal. Hamburg bestimmt. Das will ich noch nicht sagen, ich verrate es dir. Okay, Bruder. Jetzt, jetzt momentan bin ich ein Phantom, ich bin CIA-Agent. Ich habe eine Frage an Mardin. Ja, bitte. Woher kommst du aus dem Irak, wenn ich fragen darf? Ich komme aus dem Irak, Mardin. Okay. Ich stehe. Aber trotzdem sagt man nicht, dass Kurden Jesin sind oder Jesin-Kurden sind. Ich sage ja nicht, dass du kein Kurde Jeside bist, aber man sagt das nicht. Sonst denken die, dass wir auch Muslime sind. Wir sind keine Muslime, wir sind Jesiden. Wir sprechen auch Jesidisch, wir sprechen auch kein Kurdisch. Und es gibt auch christliche Kurden. Sollen sie auch jetzt sagen, wir sind Christen? Ganz kurz, 21 Bruderherz. Bruderherz ist das okay, wenn ich noch eine andere Frau kurz hochhole, ist das okay für dich? Aber darf ich mal kurz eine Sache schnell erklären, bitte? Nur eine Sache, ich will noch schnell. Guck mal, was viele auch nicht verstehen, man sagt ja, man kann ja nur als Jeside geboren werden. So, das ist ja dann eigentlich, wenn jetzt, sagen wir es mal so, dass der Jesidentum die komplette Wahrheit ist auf dieser Welt. Sagen wir es mal, wir wissen jetzt 100 Prozent, dass das Jesidentum die Wahrheit ist. Sagen wir es mal so. Dann wäre es ja unfair für die anderen, wenn die nicht kompetieren können. Aber bei uns ist das so, du musst kein Jeside sein, um ins Paradies zu kommen. Genau. Wenn du ein gutes Herz hast und ein Mensch bist. Das meine ich doch so. Wenn du an Gott glaubst, du musst kein Jeside sein. Das stimmt. Und deswegen sage ich doch, deswegen sagen wir doch, guck mal, wenn wir hier zusammenhalten müssen, müssen wir ein Land machen, nicht Religion. Wir müssen alle sagen, wir sind Kurden, Bruder. Wir sind Kurden, das ist deswegen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin aber ganz ehrlich, also hier lesen wir auch in den Chats, da hat Underground geschrieben, Flex, beide Elternteil müssen esiden sein, um eside zu, ja, also beide Elternteil, dieses System, oder dieses System, was du sagst, Bruder, ne? Das stimmt. Aber, Bruder, ich will nicht lange reden, ne, ich wünsche euch allen nur das Beste, ne? Ich küss' alle, Bruder, ich geh jetzt ein bisschen raus, yallah, ne, ich wünsche euch allen nur das Beste. Bleibt richtig, küsst'n, ja. Macht keinen Scheiß, bleib' euch, yallah. Yallah, Bruder. Ich küss' dich. Flex, was du gerade gesagt hast, ist richtig, Bruder, ne? Das Ding ist, Bruder, bei uns gibt's ja kein Buch oder irgendwas. Was, verstehst du meine, unsere Religion wird mal programmiert, sagt man das, ne? Doch, klar, haben wir doch ein Buch. Ja, aber hast du das Buch schon gesehen? Nein, aber wir hatten ein Buch. Genau, das Buch wurde aber von den Kurden, von den Moslems, keine Ahnung, verbrannt. Nein, aus England, London. Keine Ahnung, auf jeden Fall, was ich, da war es nicht verbrannt, unser Buch ist nicht verbrannt. Das ist in einem Museum und liegt da, und das wird auch, das Ding ist, die sagen, wenn wir das Buch aufhören, die Lufgrüchte, du weißt ja. Wenn das Buch Luft kriegt, wird das Luft fallen, zerfällt das. Okay, darf ich ganz kurz, ganz kurz, erstmal, Shalom, der Herr Segner, ich gebe euch Kraft und Frieden. Gottes Segen. Hey, Lali, wie geht's dir? Ganz gut, Gott sei Dank, aber ich muss ehrlich sagen, diese Diskussion, die geht gar nicht, die geht gar nicht. Warum? Man muss manchmal diskutieren. Nein, nein, ja, man kann diskutieren, ich sage nicht. Aber einer, also Dünja, deine Aussagen sind total falsch. Die sind total falsch. Ihr sagt immer, eins kann ich immer nicht verstehen. Die Kurden sagen immer, ich bin selber Kurdin. Ich bin als Jesidin geboren, bin aber zum Christentum gewechselt vor acht Jahren. Und ich kann nicht verstehen, wie man sagen kann, also kurdisch ist deine Nationalität, so wie ein Deutscher. Nein, Jesidisch. Nein, kurdisch ist deine Nationalität. Jesidentum ist eine Religion. Religion. Jesidisch. Nein, hör mir doch mal zu. Du musst doch lernen. Also dann höre auch bitte zu. So wie im Deutschen, deine deutsche Nationalität, evangelisch, katholisch, Atheismus, keine Ahnung, was da alles gibt noch. Dass viele jetzt aufschreien und sagen, nein, das ist Jesidentum. Es gibt keine jesidische Sprache. Es gibt eine kurdische Sprache. Es gibt keine jesidische Sprache. Ich stehe hinter dir, Schwester, ich stehe hinter dir, vollkommen hinter dir. Lass ich ausnehmen. Kurden gibt es im Irak, in Syrien, Iran, in der Türkei. Kurden sind überall verteilt. Die haben auch alle ihre eigene Religion. Die haben auch, es gibt kurdische Sprachen mit irakischen, also die kurdischen Menschen, die im Irak leben, haben eigenen Dialekt, so wie hier die Bayer oder die aus dem Osten. Nelly, ganz kurz. Was ist dann die Sprache Kurmanji? Das ist kurdisch. Es ist so wie Saza. Da gibt es ja auch nochmal andere Dialekte. Das ist wie hier in Deutschland. Das Beste ist, als Vergleich hier in Deutschland, Osten, die Ossis reden anders, die in Bayern, in Süddeutschland, die reden auch wieder ganz anders. Deshalb, ihr müsst das mal verstehen. Wirklich. Es ist so. Man kann nicht sagen, ja, ich weiß nicht, welche Beispiele ich noch nenne, aber ihr müsst das, das Jesidentum, das ist eine Religion. Das ist eine Religion. Und man kann nicht zum Jesidentum wechseln. Man kann, guck mal, Schwester, ich sag dir was, du hast vollkommen recht, diese Jesidische Sprache ist ganz anders, komplett anders. Wenn ein Jeside weiß, glaub mir, wenn ein Jeside weiß, was Sprache ist, es ist, unsere Jesiden Sprache ist nicht kurdisch. Ich gebe euch vollkommen recht, unsere Jesidische Sprache ist ganz anders, komplett anders. Und das können nur in Shingal mit dir reden. Wenn ein Shingal, ein Kolchetto, heißt es bei uns, redet, du verstehst gar nichts, du verstehst nichts, du verstehst gar nichts. Das ist unsere Sprache. Das ist, weißt du, weißt du, was ich immer... Schwester, ich sage dir, ich gebe dir vollkommen recht, ne? Kurdisch ist nicht isidisch. Ja, ich finde das immer so lustig, muss ich jetzt auch in den Chats sagen. Nein, das Schöne ist immer, unsere Kurden... Das ist komplett anders, das ist komplett anders. Ich sage, unsere Kurden ist so, auch wenn ich Christin bin, ist meine Nationalität trotzdessen kurdisch. Wie gesagt, ich liebe meine Sprache, die ich spreche... Du bist kurdisch? Ja. Wow, du bist christlich? Ja. Gott sei Dank. Wow, warte. Dank den Herren. Sehr gut, sehr gut. Das Lustige ist, weißt du, Flex, ihr versteht immer eins nicht. Jetzt sind immer, wenn man gut über die spricht und so alles, sind die vorlieb und nett. Sobald du sagst oder erwähnst, ich bin aus dem Jesidentum raus, siehst du in dem Chat, wie alle aufschreien, aufrufen. Dabei sagt einer eurer Brote... Dabei sagt einer eurer Gebote, erst die 72 Völker und dann wir. Genau, aber... Man muss sie auch ein bisschen verstehen. Guck mal, ich sage selber... Also mir ist egal, mich interessiert das gar nicht mehr. Die können aufschreien, bellen, wie sie wollen, das ist mir egal, ne? Sagt doch nicht bellen, Schwester. Guck mal, man muss ein bisschen Respekt haben, verstehst du meine... Ich habe Respekt, ich habe Respekt. Ich bin auch ein Kurde, aber man muss ein bisschen Respekt haben, wenn die Leute sich angriffen fühlen, verstehst du? Leute, ganz kurz. Bardin, wir stellen nochmal eine Anfrage, ich möchte jemanden hochholen, der sich da mit dieser Materie sehr... Ich bin auch komplett raus. Okay. Ja, ich wollte das einmal nur klarstellen, weil das hat mir so ein bisschen aufgeregt. Darf ich noch einmal einmal die Schwester oben auch sagen? Schwester, wenn die auch Sachen schreiben, lass die, weil die haben... Ach, mir ist das egal. Bardin, glaubst du mir, dass mir das egal ist? Aber guck mal, guck mal, Schwester, wenn ich das sage, die ist auch egal, wenn euch angegriffen, das ist scheiße. Du darfst das nicht sagen, es ist mir egal. Wieso? Verstehst du? Wenn jemand mich angreift, für mich ist das ein Segen. Man muss sie auch ein bisschen verstehen. Aber ich wünsche euch noch was. Okay. Okay, Bruder, wir sehen uns. Aber Flex, weißt du, man muss auch ein bisschen im Glauben reden, verstehst du, was ich meine? Man muss auch nicht über andere Religionen, sondern mehr über den Herrn, die mehr auf den richtigen Weg bringen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber Nelly, weißt du, was sehr, sehr wichtig ist und was ich dir ans Herz legen kann? So von meiner Sicht aus, wenn wir mit unseren Brüdern und Geschwistern, sagen wir mal, uns unterhalten. Ich nehme jetzt auch gleich ein Iside hoch. Die Kinder, das war festgehalten. Eine Frage an Nelly. Ganz kurz. Ganz kurz, Roli. Ganz kurz, Roli. Gleich können wir uns das Video anschauen. Glaubst du, Flex, glaubst du mir, Flex, dass keiner, ich sag dir auch, dass keiner mehr diese Jesiden liebt, als wir Christen? Glaubst du mir das? Ich weiß. Wir lieben Jesiden viel, viel mehr. Ich weiß, das musst du mir gar nicht sagen. Wirklich? Und das ist, und das ist, und trotz dessen, wenn man dann anderen Weg gegangen ist, ähm, wird man von denen so angegriffen. Weißt du, was ich meine? Nein, 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 Jesiden treibt mich. Ach so, dann lese ich das hier die ganze Zeit falsch. Nein, guck mal, Nelly. Was ich verstanden habe, warst du Jesiden, und dann bist du zu Islam konvertiert, sag ich mal, oder Christen konvertiert, oder? Nein, Islam nicht, Gott bewahr. Ich habe Christen, du warst aber erst Jesiden. Ich bin so auf, also ich bin, ja, meine Eltern sind es, aber ich bin, ja. Darf ich fragen, warum du konvertiert bist? Ja, aber viele, da gibt es viele, das sind private Sachen. Okay. Jetzt müssen alle sich kurz stumm, Holi, wir machen das gleich groß, dann kannst du es abspielen. Ich wollte auch gar nicht, ich muss ehrlich sagen, ich wollte gar nicht viel dazu sagen, weil ich finde, man muss nicht die ganze Zeit darüber reden, Flex, du weißt das selber. Weil besser ist lieber den wahren, also den richtigen Weg und so alles, ne, zu sagen, statt, ähm, ja. Ich möchte noch was sagen, Frau Dabhaus. Della, Della möchte dir was sagen, Nelly. Lieber keine Irrlehre machen, statt, ne? Ich weiß, alles gut. Ich möchte noch was sagen an Nelly, ich habe so das Gefühl, ich habe euch auch zweimal geschrieben in den Kommentaren, dass du eine Persönlichkeitsstörung hast. Das ist aber meine Meinung. Aber ganz kurz, Della, Della, und kurz, Nelly, was ich dir vorhin sagen wollte, weil ich nicht zu Worten gekommen bin, du hast etwas erwähnt gehabt, das gefällt mir, wo du gesagt hast, wir lieben die Jesiden sehr als Christen, also wir Christen lieben Jesiden sehr, aber wir dürfen nicht alle in einer Schublade stecken, weißt du, was ich meine? Ich schüttelte dein Herz. Ähm, das mache ich auch gar nicht. Okay. Ich stecke nicht alle in einer Schublade. Ich weiß, also ich weiß aus persönlichen Erfahrungen immer wieder bis zum heutigen Tag, dass man sinnbildlich, du weißt es selber, was der Herr dazu sagt, wer mir nachfolgt, muss sein Kreuz auf sich tragen. Das habe ich sehr gut zu spüren bekommen, deshalb, ich stecke nicht, nicht jeder ist so. Aber ich sage auch immer wieder, diese Schläge, die man sinnbildlich bekommt von den Menschen, Flex, ist für mich eher ein Segen, für mich wird das ein Segen immer wieder sein, statt irgendwas anderes. Deshalb sage ich, sollen sie machen, macht es, wenn euch Spaß macht, bitteschön, für mich wird ein Segen daraus, deshalb. Nee, alles gut. Della möchte dir nur was sagen. Und wenn Della meint, ich habe irgendeine Persönlichkeitsstörung. Ja, ist ja nicht schlimm gemeint. Also das kam mir so rüber, weil ich kann es auch verstehen, aber ich kann es nur in einem gewissen Maßen verstehen, weil ich weiß nicht, von wo du herkommst. Also was für eine Familie du hast oder wie die darauf reagiert haben, dass du da diesen Wandel hattest. Aber so wie ich das höre, hast du negative Erfahrungen gesammelt und du hast aber leider deine Sätze erstmal damit begonnen, dass die Leute hier alle negativ darauf reagieren. Ey, ich küsse dein Herz, nimm diese Religion, das Christentum an, ich habe auch nichts gegen das Christentum. Du weißt ganz genau, dass wir Jesiden eins zu eins, also eins zu eins Hand in Hand durch die Geschichte gegangen sind, teilweise, wie ich auch letztens gesagt habe, dass wir uns gegenseitig die Rücken rückengedeckt haben. Du weißt auch, dass wir Jesiden selber, wenn wir ehrlich sind, wir haben halt sehr viele schlechte Erfahrungen mit den Muslimen gemacht, deswegen sind wir auch ein bisschen negativ eingestellt gegenüber den Muslimen. Sorry, ich muss mal unterbrechen, sorry. Aber ich bin ja kein Muslimer. Warte, warte, Leute. Ja, ja, du hast doch nicht gesagt. Den nimm euch mal hier. Es reicht, Leute. Es ist echt übertrieben. Ihr braucht hier nicht so sagen wie Kachba oder sonst was zu schreiben. Es reicht, wirklich. Ja, aber das ist so. Und das ist das, was ich meine, Flex. Verstehst du? Sobald jemand... Aber das ist auch in Ordnung. Das ist auch nicht schlimm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist auch noch, wenn wir mal auf das Jahr 2014 kurz zurückschauen, das, was passiert ist, den Zusammenhalt in Syrien und Irak zwischen Kurden und Christen, das war ein Zusammenhalt. Das war unnormal. Das war unnormal. Das war ein Vorbild für die Menschen hier in Deutschland, für die Europäer hier. Das ist ein Vorbild gewesen. Das darf man nicht. Und ich, diese Sachen muss man sich mal vor Augen halten. Da muss man, wir, die hier sind, muss man sagen, guckt mal, Christen, Jesiden halten zusammen. Warum schafft man das hier nicht? Warum geht man sich hier in Europa an die Gurgel oder macht einen schlecht oder so wie jetzt mich anzugreifen? Und das sind so Sachen, wo ich sage, wo ich einfach denke, nehmt euch doch einfach ein Beispiel. In Syrien und Irak, deren Zusammenhalt ist 1A. Da kommt keiner zwischen. Das sage ich auch nicht. Und das würde ich auch niemals schlecht reden. An die Leute, die hier drin sind, ich küsse eure Herzen, auch an meine ganzen esidischen Brüder, ich küsse eure Herzen. Aber meine Brüder, tut mir einen Gefallen, bitte, nicht beleidigen. Bitte, 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 bitte. Ich küsse doch eure Herzen. Alle, die hier drin sind. Aber bitte meine Brüder. Gleich kommt Handi, der macht das schon. Ja, ganz. Aber bitte meine Brüder nicht beleidigen. Lasst uns in der Liebe bleiben. Die Nelly hat ja selber gesagt, so meint sie das nicht. Und deswegen, wie gesagt, wir korrigieren jetzt einfach mal. Ich küsse eure Herzen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat, ich will keinen angreifen, aber ich wollte nur sagen, dass gewisse Sachen einfach nicht so, also wenn schon gesagt werden, ehrlich gesagt werden und richtig gesagt werden. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und, ja, wie gesagt, also und auch du, ne, Flex, ich sag dir das als Schwester auch ein bisschen mehr den Herrn und all solche Sachen. Na klar kann man über Dinge reden und alles Mögliche, aber, ja. Also bei einer Liebe, ne? Also ich mache, ich mache einen kompletten Remix. Das heißt also, ähm, ich spreche über das Evangelium, ne, so dass die Leute schon mal diese wichtigen Punkte auch kennen. Ja, weil wir haben auch Brüder und Geschwister im Glaube, die, ähm, sehr schwach sind, haben wir tatsächlich auch. Und deswegen jeden Tag rede ich immer über gewisse Punkte, wie Vorsicht vor dem falschen Jesus, was sie da predigen, haben die ja. Äh, Hirngespinste haben die, äh, sie predigen das falsche Evangelium, haben die. Und all diese Sachen wird uns offenbart und darüber spreche ich so, dass unsere Brüder und Geschwister was schon mal gewarnt sind. Und deswegen spreche ich darüber. Ähm, und dann mache ich auch wieder ein Remix und spreche auch über den Islam. Aber, was halt sehr, sehr wichtig ist, nicht zu beleidigen. Das heißt also, wenn ich den Islam kritisiere, beleidige ich nicht, sondern ganz normal einfach den Leuten aufklären. Wir sollen alles offenlegen. Wir sollen das so offenlegen. Ist alles kein Problem. Sehe ich da auch keine Fehler drin. In Liebe aber auch machen. Das wird uns alles gesagt, wie wir was machen sollen. Sagt keiner was. Aber ich denke einfach, ähm, da wir, äh, Christen sind, sollte mehr auch für andere, auch für andere, dass sie verstehen, warum, wieso, weshalb, mehr darüber gesprochen wird und mehr da, äh, gezeigt wird. Und, ja, finde, also finde ich meiner Meinung einfach besser. Bruder, ja, Bruder, ja, Bruder, aber bei mir ist, wie gesagt, ein Remix. Ich mache immer so ein Mix aus allem und, ähm, ich denke, das ist okay so, ne? Man, man muss ja auch, ähm, flexibel sein, sagen wir es mal so. Ja, okay, das war's. Ich, äh, liebe euch trotzdem alle im Namen des Herrn und, äh, die ihr mich beleidigt. Ich liebe euch dreifach mehr. Das musst du beibehalten, das ist sehr gut. Was denn? Die Energie, die du gerade ausgeschaltet hast, sehr gut. Das ist aber nicht meine Energie, glaubst du mir das? Ich weiß, ich bin eigentlich so müde gewesen, weil, warum, das ist meine Gefahr? Aber, das kommt von der Wiebel. Das war ganz, ja, das kommt von ihm. Herr Koma, ich küsse doch dein Herzbruder. Ähm, Nelly, aber ganz wichtig, wie gesagt, ähm, wie ich das vorhin erwähnt habe, wir dürfen nicht alle unter einer Schublade schieben, weil, ähm, unsere esidische Brüder, ja, manche fühlen sich da auch angegriffen und sagen, hey, das geht so nicht, ja, was du zum Beispiel sagst. Aber, deswegen korrigieren wir einfach und deswegen habe ich gesagt, hey. So, ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Entweder man kommt mit der Wahrheit klar oder man kommt nicht klar. So, und das ist jedem selbst überlassen. Warum soll ich drum herum reden? Ja, ich verstehe. Also, ich darf es kurz anzulissen. Ich wollte unbedingt sagen, die ganze Zeit, weil Nelly jetzt ja auch schon gesagt hat, äh, Bellen und Jesiden und was auch immer. Eine Sache, ich gebe bei ihr eine Sache recht und zwar, äh, ich kenne kein anderes Volk, was so lästert und heuchlerisch ist teilweise. Bei den Jesiden ist es so, äh, ich sag mal so, wenn einer zum Islam konvertiert, was sehr, sehr selten ist. Ich habe es auch so noch nie gehört, aber wenn es einer macht, äh, ist es, glaube ich, richtig, äh, richtig schlimm für uns, ja. Ja, äh, liegt natürlich daran, dass halt Islam und Jesidentum, ich brauche es dir jetzt nicht so erzählen, ne, du weißt ja eh Bescheid. Aber wenn jemand zum Christentum, äh, Christentum, äh, übergeht, wir sind zwar sehr gut befreundet mit dem Christentum und so, wird aber auch nicht gern gesehen. Letztendlich, warum? Ja, du bist ein Jeside. Es wird gar nicht gern gesehen. Guck mal, beim Islam verstehe ich das, weil dieser, was die machen, was die Moslems mit den Jesiden machen, da kann ich das voll verstehen, wenn die das machen sollen. Nelly, komm, lass mich einmal aufreden. Schnell, lass mich, äh, Flex, kann ich noch kurz das zu ändern? Ja, Entschuldigung, ja, ja. Warte mal, wenn sie was machen, wenn die Moslems was mit den Jesiden machen? Naja, das was, äh, Dings hier, wie heißen die, die Isis und so, das sind doch alles Moslems. Das ist doch der Islam. Ja, ja, aber was meinst du, das ist richtig, wenn sie das mit den, äh, Jesiden machen? Wie meinst du das? Nein, ich hab gesagt, ich kann es verstehen, wenn ein Jeside zum Islam wechselt, wo, warum dieser Hass dann kommt, warum er gewechselt hat. Weil man darf ja nicht vergessen, was der Islam mit den Jesiden macht. So. Alter, weißt du, warum ich jetzt gerade so komisch gefragt habe? Weiß warum. Ähm, ich war gerade richtig angepisst. Ich dachte, du hast gemeint, ähm, das ist richtig, was der Islam... Alter, ich war kurz vorm Kochen, ich denke mir so... Nein, das meinte ich nicht, weil... Ich war kurz vorm Kochen gerade, ey, ich denke mir so... Nein, nein, das meinte ich nicht. Das tut mir leid. Aber habt ihr mich jetzt verstanden? Also ich kann verstehen, warum, wenn ein Jeside zum Islam wechselt, warum die dann so alle aufschreien. Das würde ich voll verstehen, weil das kommt ja von woher. Aber ich kann nicht verstehen, warum die aufschreien, wenn man zum Beispiel zum Christentum, weil die haben denen ja nichts geschaffen. Also ich wollte nur sagen, ähm, das wird halt auch nicht gern gesehen, Flex, aber nur Front, weil du siehst ja, es gibt Jesiden unter uns, äh, die sehen das ganz anders, ja. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, ein bisschen so ein bisschen dieses Verletzte und wir sind halt auch schon so allgemein sehr wenige, wir müssen irgendwie zusammenhalten. Oh, du hast uns verraten, du Arschloch, du wirst doch Jeside. Es ist schon so schwer, Jeside zu sein, Mutter, Vater und dann gehst du einfach über oder was. Ich habe mich auch ganz oft beschwert, dass es zum Beispiel, ähm, ähm, haben wir jetzt auch ganz oft gehört, ja, äh, wenn das die Siebentum, äh, die wahre Religion sein soll, warum kann man da nicht kommentieren? Und dann wird immer gesagt, ja, aber wir respektieren ja alle Religionen und wir... Okay, ich will mich nur ganz kurz verabschieden, Delal, okay? Ich wollte das nochmal kurz gesagt haben und, ähm, ja, ich wünsche euch was. Alles klar, schönen Abend noch. Danke, dass du da hast, alles gut. Komal, ich küsse dein Herz, Bruder. Also, ich wollte nur sagen, wir sagen zwar auch dann, ähm, ja, es ist ja nicht schlimm, ihr müsst ja nicht über zu Jesidentum kommen, ihr könnt ja noch in eurer Religion bleiben, bla, 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 bla. Aber ich persönlich, ich finde es schade, so, letztendlich, ich hätte es mir auch gewünscht, dass es dann offener ist, jemand, der sich dafür interessiert, jeder hat so seine Interessen, äh, aber ganz ehrlich, ich selber, äh, ich finde das Christentum sehr schön. Also, wie gesagt, ich habe ja die Bibel und ich möchte ja mich einlesen und so weiter und so fort, finde das Ganze sehr interessant und ich bin ein, äh, eher offener Geist, weiß was ich meine. Ich bin stolz, dass ich Jeside bin, ich weiß, es geht nicht ohne, äh, aus dem Nix, aus dem Ärmel, ich meine, mein Vater ist Jeside, meine, äh, meine Mutter ist Jeside und ich bin übrigens auch Pir, das hat so eine Art Lehrer-Status eigentlich, ähm, äh, also Inshallah sage ich jetzt einfach mal, ich weiß, falsches Wort, aber letztendlich, äh, dahinter steckt ja nichts Schlimmes, eigentlich, oder was sagst du dazu, ist Inshallah was Schlimmes, wenn ich jetzt sage Inshallah, das heißt ja. Ich bin ganz ehrlich, ähm, seitdem ich das wahre Gesicht dieser Menschen erkannt habe, diese Worte betrifft, sind es sehr lange nicht mehr. Ist für dich ekelhaft. Ja, ähm, das, das ist dann, ähm, dein Wissen. Es gab keine Beleidigung gegenüber die Menschen selbst, aber ich will das wohl einfach nicht mehr benutzen. Ich kann das komplett verstehen, aber wenn man zum Beispiel aus, äh, aus dem Arabischen Gebiet kommt, aus dem Land, äh, wo überwiegend, äh, Arabisch gesprochen wird, äh, dann hat man ganz andere Einstellungen drauf, weißt du, ich, äh, wie gesagt, also ich, ich nutze das und ich, ich kenne diesen, äh, Sinn dahinter, aber ich bin jetzt nicht, äh, wie du jetzt eingestellt, wo du sagst, ey, ich verbinde direkt das Schlechte damit, sondern es ist für mich so, wie, wie, ob du Deutsch sprichst oder Englisch oder, äh, Chinesisch. Genau, auf jeden Fall wollte ich eben, äh, äh, sagen, dass es für mich nicht schlimm ist, wenn ein Jeside zum Christentum geht, äh, Christentum geht. Gleichzeitig fände ich es wirklich toll, wenn es andersherum auch möglich wäre, wenn jemand Interesse hat an, an dem Jesidentum, sei willkommen, Bruder. Ne, ich, ich nehme dich mit, äh, offenen Armen. Weißt du, weißt du, weißt du, was ich, weißt du, was ich bewundere bei euch Jesiden? Was mein Bruder? Ähm, ich hab noch nie ein Jeside gesehen, der das Christentum beleidigt hat, noch nie, noch nie. Wir ehren das Christentum. Ich, äh, wir haben auch, äh, teilweise Familien, die, äh, die ein Kreuz haben. Ja, wir, wir ehren das. Ähm, meine Freundin, äh, hat mich sozusagen auch ein bisschen, äh, äh, in die Richtung verleitet, weil sie kommt aus Georgien, das ist eher christlich, das Land, ja? Und ich bin aus dem Irak. Ja, und da sind die ein bisschen noch näher dran. Obwohl wir schon im Irak schon so dicke sind mit den Christen, ist es bei Georgien nochmal einst, äh, einst, äh, truf, ja? Und da hat sie mich ein bisschen so angestupst. Ich war eh schon, äh, generell, äh, grundauf, sehr offen, aber jetzt, dadurch, dass ich jetzt eine Freundin hab, die auch so ein bisschen näher dran ist, äh, hat sie mich ans Herz gelegt. Und ich bin offen. Und wie gesagt, ich wünsche mir für alle Jesiden, legt es ab. Ihr habt teilweise so eine Aura von den Muslimen, äh, eingesammelt, aufgesaugt. Kann ich auch verstehen, letztendlich, um uns herum sind alle Muslime gewesen im Irak. Ja? Ich kann das verstehen. Aber Leute, legt es ab. Seid Jesiden, seid offen. Wir sind eine gute Religion. Wir sind eine tolerante Religion. Versucht uns selbstständig, äh, euch Wissen anzueignen. Und ganz ehrlich, macht euren Ding auch ein bisschen. Hört nicht einfach bei den Links- und Rechtsleuten, äh, 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 also guckt, guckt euch auch nicht die schlechten Gewohnheiten ab. Wie gesagt, viele Jesiden lästern auch über die anderen. Ich halte das mal ab. Ich hab das noch nie in irgendeinem Volk gesehen, dass so viel gelästert wird. Über jeden Scheiß wirklich Flex. Da gehst du zu Besuch so irgendwelchen Tanten und Onkels. Eine Sache wird gesagt und stille Post und auf einmal kriegt es die ganze Familie mit, obwohl nur eine Familie da war. Verstehst du? Das soll abgeschaltet werden. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, was jetzt, weißt du, was jetzt die andere, die andere Seite sagen würde? Bruder, du hast geredet wie ein Löwe. Bruder, ich bin ein Löwe. Was soll ich dir sagen, Bruder? Die Wahrheit muss raus. Ja. Ja, das ist halt Grund auf, äh, leider eine schlechte Angewohnheit, wenn das weggeht, Bruder. Und ich bete zu Gott, dass es irgendwann mal, der Tag kommt, wo die Jesiden sich sogar freuen, wenn ein Jeside zum Christentum geht oder andersherum. Ich hoffe auch, dass es einfach aufgemacht wird, weil ich habe auch Gerüchte gehört, dass es ein Muslime war, der das eingeführt hat, dass die Jesiden zum Beispiel nur mit Jesiden heiraten sollen und so weiter. Das habe ich nur gehört, ne? Gerüchte. Aber letztendlich, ich würde sogar sagen, das macht sogar ein bisschen Sinn. So meine Meinung, okay? Weil, um uns zu minimieren, letztendlich ist es ein Nachteil für uns. Wir sind allgemein wenige und dann soll ich nur mir einen Piere suchen. Also, ein Piere darf nur einen Piere heiraten, kommt auch noch dazu. Ein Merit, nur ein Merit, ein Schech, nur ein Schech. Bro, ich bin Piere, aber ich habe damit nichts zu tun. Ob ich jetzt ein Piere nehme oder ein Merit und ein Schech, ich bin letztendlich, ich bleibe bis zum Tod ein Jeside, ich werde diese Rolle nicht einnehmen können als Lehrer. Ja, ich habe auch keine Interessen. Hey, Bruder, was geht ab? Alles gut Deutsch? Awe, mein Cousin. Lache, was will man denn für dich tun? Bruder, ich bin auch selbst ein Piere, Wallah. Alhamdulillah, Bruder. Ich schwöre auf Gott, ich bin selbst ein Piere. Bruder, deine Stimme kommt mir bekannt vor und nicht, dass du mein Cousin bist am Ende. Ich schwöre, deine Stimme kommt mir bekannt vor. Wer bist du, Mann? Wie heißt du? Nicht, dass du mein Cousin bist. Ich schwöre, Bruder, wir könnten Cousin sein. Ich glaube, wir sind sogar Cousin. Ich werde meinen Namen nicht sagen, leider. Von wo kommst du ungefähr? Sag mal, Irak, Bruder. Oh, Wallah, ich sage nicht, bis du sagst, ich glaube, du bist mein Cousin. Aber deine Stimme kommt mir komplett bekannt vor. Ich schwöre, du bist mein Cousin, Wallah. Ich schwöre, du bist mein Cousin. Wallah, ich schreibe, ich muss ja, ich schreibe dir noch. Ich schwöre, du bist mein Cousin. Ich komm, ich bin jetzt. Sag mal, wo kommst du? Ich weiß, wer dein Vater ist. Soll ich dein... Ey, das ist dein Cousin. Es ist einfach random mein Cousin reinkommen. Guck mal, so ein kleines Tier. So klein ist die Welt. Guck mal, wie klein TikTok ist. Ey, ich schwöre, ich schwöre, ich sag dein Vater Name. Der hat auch englische Namen, Bruder. Jeder hat diesen Namen, fast schon. Äh, äh, Ali. Ey, Digga, wer bist du, Max? Hey, Mann, alles sind verwandt hier, ey. Ich schwöre, Wallah, ich krieg so... Ich hab so einen dicken Hals bekommen, ne? Ich fühl mich grad krank, als wär ich grad krank geworden, direkt. Krank. Nee, 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 wer bist du, Mann? Ich kann's doch nicht sagen, Lahrne, ich... Könnte das privat klären? Nee, privat, privat. Nee, privat klären das nicht privat. Wir kennen das hier und jetzt, Bruder, eins gegen eins. Nein, nein. Ähm, Lache und Delal, den nehme ich mal andere zwei Leute hoch. Und Delal, ich bin... Nee, Bruder, warte, warte mal kurz, bitte. Ich hab so viele Kontext, ich weiß nicht, wer das ist. Ich könnt euch gegenseitig folgen, dann privat schreiben, dann wisst ihr, wer ihr seid. Also Flex, ich küsse dein Herz, ich werd dir nochmal den Cousin hier anschreiben und das klären, aber ich küsse dein Herz, ich bin mal raus. Ich fühl mich jetzt krank. Ich muss erst mal krank. Nee, nee, dann komm ich auch raus. Wer bist du, Mann? Sag mir nur Namen. Ich darf doch nicht meinen Namen sagen, Mann. Am Ende sind Muslime, die köpten mich heute noch. Die köpten mich heute noch, wenn die meinen Namen wissen. Allah, ich bin mal raus, Flex raus, ich weiß mich mal raus. Ich küsse dein Herz, okay. Ja, doch, Bruder. Also ich nehme die Jesiden, die sich als Kurden oder Jesiden nennen, als Jesiden Kurden oder als Jesiden Moslem, die nehme ich gar nicht ernst. Können wir jetzt über was anderes reden? Sonst fängt gleich die Diskussion wieder an. Ja, die haben sich gerade beruhigt, sonst geht es gleich wieder ab. Das war echt anstrengend heute. Flex, wir gehen gleich. Ja, man soll die Wahrheit erzählen und nicht einfach irgendwelche Lügen in die Welt setzen und sagen, dass Jesiden Kurden sind oder Moslems oder dass wir an einen Vogel beten oder dass wir an das Wort... Das mit dem Beten verstehe ich, Schwester. Was geht da drum, dieses Kurden- und Jesiden-Thema? Ich verstehe schon, dass du das klarstellen möchtest, aber da seid ihr euch nicht einig. Weißt du, ich meine, das eskaliert hier die ganze Zeit. Und ich möchte nicht unsere jesidischen Leute stummen. Ja, das machen wir nämlich gerade die ganze Zeit. Sorry. Alles gut, alles gut, Schwesterherz. Wichtig ist, dass Jesiden nicht streiten sollen. Ich küsse deine Herzschwester. Nein, ich halte mich nicht. Das ist gut, aber... Okay, ist ganz, ganz wichtig, dass, wie gesagt, wir müssen trotzdem standhaft bleiben. Und genau. Weil das Ding ist, die Brüder haben sich alle jetzt beruhigt ein bisschen, wenn wir das Thema wieder öffnen. Oder du jetzt das Thema ansprichst wieder, dann gibt es Explosionen wieder. Das wollen wir nicht. Ja? Ja, es wird auch hier die ganze Zeit kommentiert, dass Jesiden keine Kurden sind. Deswegen, ja, das wollte ich nochmal ansprechen. Ja, alles gut. Es wird die ganze Zeit kommentiert, Jesiden sind keine Kurden. Und das stimmt auch, aber, ja. Ich stelle jetzt auch alles. Wollte ich nur loswerden, ja. Kein Problem, kein Problem. Ich küsse doch dein Herz, alles gut. Ja, dann kommen wir mal zurück zu der wahre Glaube, mein Bruder. Wie geht's dir, mein Lieber? Shalom, mein Lieberflex, der segne euch. Wie geht's euch? Mir geht's hervorragend. Ich hab die Schlange nicht mehr gesehen. Gottes Segen, Bruder. Shalom, die wir beschließen, der segne euch. Gebe ich gerade den Frieden. Ja, ich bin viel beschäftigt mit anderen Sachen, manchmal seinen Bruder. Aber ich bin im Hintergrund immer. Ich schaue das hier bestimmte Sachen an. Ich war auf arabische Seite dieser Zeit auch viel. Ja, was hier los ist, dass man die Nelly beschimpft, weil sie Christen geworden ist von Yazidentum. Das finde ich respektlos. Weil ich bin auch Ex-Yazide. Und Jesus Christus sucht alle Menschen und alle Völker und Nationen. Der Herr Jesus Christus ist keine Religion, sondern der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist gekommen, damit die alle Menschen gerettet werden. Er ist nicht gekommen, eine Religion zu gründen, sondern damit die Menschen gerettet werden von allen ihrer Sünden. Jesus Christus starb für die Sünde der Menschen. Jesus Christus starb nicht für eine Religion, sondern Jesus Christus ist die Wahrheit und das Leben. Er ist der König, er ist Gott selbst. Deswegen, ich möchte auch, dass alle unsere Yaziden hören. Jesus Christus starb für euch. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, Jesus Christus ist der einzige Tür zum Himmelreich. Es ist keine Religion. Wir verteilen hier keine Religionen. Wir wollen keine Religion angreifen. Aber wir decken alles auf. Wir klären alles auf. Ob Yazidentum ist auch Islam, es ist kein Problem. Man hat die Schriften, man hat die Quellen. Man kann über alles reden, aber man soll respektvoll sein gegenüber anderen, dass man anderen respektiert. Als Mensch, dass man hier auf dieser Erde, wie er sagt, Jesus Christus, liebe da nichts wie die selbst. Das ist das Gebot unserer Herrn, Jesus Christus. Deswegen zeigen wir auch Liebe und geben auch Liebe auch anderen Nationen und Völker. Aber ich gebe keinen Respekt an die Lüge. Egal, wie ich religiere und das ist. Ja, sie wurde nachher die ganze Zeit beleidigt. Ich habe alles gelesen auf Kurdisch. Genau. Und Nelly, ich kenne Nelly persönlich. Ich kenne sie sehr gut. Sie ist eine Christin. Sie liebt den Herrn Jesus Christus. Sie hat Leben Jesus Christus gegeben. Und sie liebt den Herrn, sie folgt Jesus Christus nach. Sie war ja wichtig. Und wenn einer was sei, dann kann er hochkommen. Wichtig ist aber, ihr müsst eine Sache auch trennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, ich unterstütze die Jesiden wegen der Minderheit, weil sie in der Minderheit sind. Und ich habe ein Herz für Jesiden. Deswegen mache ich das. Ich habe über das Jesidentum keine Ahnung. Ja, also generell die Religion der Jesiden, da habe ich keine Ahnung. Und deswegen kann ich auch nicht mitsprechen. Ja, da habe ich ganz großen Respekt davor. Aber weißt du, was wir machen können? Der wahre Glaube, wir können über das Evangelium sprechen. Und somit hören sie das ja auch. Weißt du, was ich meine, Bruder? Ja, Bruder, ist ja klar. Es geht ja um Evangelium. Und der Herr Jesus Christus sagt, geht zu allen Völkernationen. In Matthäus Kapitel 28, 19, jenes Tag, auch Markus Kapitel 16. Geht zu allen Völkernationen, verkündet das Evangelium, sagt der Herr Jesus Christus. Er sagt nicht, wir sollen die Menschen angreifen. Nein, wir geben die frohe Botschaft, dass Gott auf die Erde gekommen ist als Mensch und hat sein Leben hingegeben. Jesus Christus im Körper, im Fleisch, in Gestalt eines Knechtes und hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben, damit jeder an Jesus Christus glaubt, gerettet wird und nicht in ewige Verdammnis kommt. Und Religionen, für mich ist alle Religionen falsch. Auch eine christliche Religion in sich ist nicht richtig. Jesus ist keine Religion. Wir Christen haben keine Religion. Der Herr Jesus Christus sagt, in Johannes Kapitel 3, Vers 3, man muss neu geboren werden, aus Geist und Wasser geboren werden. Der Mensch muss neu geboren, geistlich neu geboren bekommen, sonst wird der Mensch nicht gerettet werden. Keine Religion sehr will nicht an uns retten. Und deswegen sage ich so, egal wie du nationalisiert bist, egal wo du herkommst, es gibt nur einen einzigen Weg, es gibt nur einen einzigen Gott und dieser Gott heißt Jeschua, habe ich hier. Jesus Christus, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Denn der Herr Jesus Christus ist der wahre Hirte, er ist der Höhe Priester, er ist der Mensch gewordene Gott auf die Erde gekommen ist und damit alle Menschen die Wahrheit erkennen. Und was sagt Jesus Christus? Wer die Wahrheit sucht, er wird die Wahrheit erkennen und ich bin die Wahrheit, sagt Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, der Person die Wahrheit. In jeder Religion ist Jesus Christus die Wahrheit. Ich kann dir auf dem Siedentum sagen, dass die sagen, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Ich kann dir auf dem Siedentum sagen, dass die sagen, dass Jesus Christus als Richter kommen wird und die Wahrheit ist. Und ich kann dir auch viele andere Religionen das bezeichnen, klar und deutlich sagen, dass nur der Person... Aber weißt du, eine Sache, eine Sache, was mir höchstpersönlich sehr, sehr gefällt, an unsere esidischen Brüder, die hier drin sind. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Eside gesehen, der das Christentum beleidigt hat. Habe ich noch nie gesehen. Gegenüber mich schon, aber das ist keine Rolle. Der Jesus Christus sagt, lieb deine Feinde, lieb da nichts wie dir selbst. Ich liebe mein Volk. Natürlich, das tut weh, wenn du jetzt wechseln. Das ist der Stolz. Natürlich, die wissen nicht, dass hier die Wahrheit ist, Jesus Christus. Die denken, dass du ein Verräter geworden bist, dass du deine Religion... Ja, Religion... Aber eine Frage kann er mal... Ich brauche keine Religion. Kann er mal beweisen, dass er eside war? Ich brauche keine Religion. 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 Ich brauche keine Wahrheit. Weil Jesus Christus hat es mit seinem Blut erkauf. Keine Religion der Welt kann uns retten. Die Religion sucht nach der Wahrheit. Er wartet man kurz. Ich brauche keine Religion zu finden. Ja, Habibi. Der wahre Glaube ist... Aber Bruder, ich habe eine Frage. Also kannst du mal beweisen, dass es zu jeside warst? Ja. Warte mal, um was geht es denn? Wer oben glaubt nicht, dass Bruder Ali jeside war und jetzt Christus? Welche Kolischigkeit willst du das? Ich habe mir eine Frage gestellt. Aber hör zu. Ich dachte, okay, dieser Account hier, okay, wir sind alle zusammen, dies, das, so, so, so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass dieser Account die Leute sozusagen hintenrum irgendwie zum Christentum holen will. Verstehst du das jetzt meine? Also ob er jesidetum... Ich habe... Auf einmal kommt eine Nelly. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Auf einmal kommt eine Nelly vorhin rein, die hat voll was gegen jesidentum. Nein, nein, ich habe jesidentum. Und ihr kann ja sein. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, sie hat was gegen jesidentum. Nein, nein, sie hat was gegen jesidentum. Das haben wir alle gemerkt. Sie ist nelly persönlich, sie liebt ihren Volk und sie unterstützt ihren Volk. Und das ist keine Lüge, wenn wir sagen, vielleicht hat sie ausdrucksweise paar Worte gesagt, wo man sich... Ganz kurz, Leute, 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 eine Sache will ich euch kurz sagen. Eine Sache. Und dann könnt ihr auch weiterreden und dann werdet ihr auch verstehen, warum ich das jetzt gerade sage. Also, ganz wichtig, auch als Christen, jesiden, ich liebe die jesiden über alles und deswegen müssen wir eine Sache wissen. Wenn wir diskutieren, Leute, möchte ich nur eine Sache, dass wir in der Liebe bleiben und uns nicht beleidigen. Ja, natürlich, natürlich, Flex. Ganz wichtig. Bruder, schau mal, schau mal, mein Bruder, schau mal, schau mal, ich habe sehr viele muslimische, ich habe Brüder muslimische, ich habe Brüder, die Christen sind. Ich habe jetzt keine jüdischen Freunde, aber Muslimen und Christen habe ich sehr viele. Okay, wir sind Brüder, okay, bei uns herrscht nicht, hey, welche Religion hast du und dies und das. Wir sind alle Brüder, aber es regt mich auf, wenn Leute hier reinkommen und sagen, ich war früher jesiden und auf einmal so über jesidentum. Die reden nicht schlecht, aber so indirekt reden die schlecht über jesidentum. Verstehst du, was ich meine? Ja, die machen so, die machen so, auf einmal, alle in einem Topf werfen. Natürlich, es gibt überall schlechte Menschen, es gibt auch im Christentum, bei Muslimen, überall gibt es schlechte und gute Menschen. Verstehst du, man kann nicht alle in einen Topf werfen. Und das regt mich halt bis darauf, dass die Leute jetzt auf einmal sagen, ja, wir waren frühe jesiden, aber die jesiden war so und das ist wahre Religion. Bei uns, wir sagen, alle Religionen sind wahre. Islam ist wahre Religion, Christentum. Nein, nein, es kann ja auch sein, dass Flex, Flex, Bruder, Flex, warte mal. Er sagt, alle Religionen sind wahre. Ich sage dir aber, jetzt zur Seite Tauber. Die zur Seite Tauber, zur Seite 9, 5, lauert die Muschrikien, die Ungeläubigen, die keine Muslime sind, innen herum und wenn du sie findest, tötest du die, die keine Muslime sind. Ich weiß, aber bei uns, wir sind, wo bei uns, warte, 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 warte. Du hast gesagt, ich respektiere alle Religionen. Dann musst du diese Suche respektieren, dass deine Töchter, deine Geschwister getötet wurden und du sagst, alle Religionen sind richtig. Für mich ist keine Religion richtig, sondern der Herr Jesus Christus, der König, weil der König, die sagt, liebe alle Menschen, genau wie du dich selbst liest. Es gibt keine Religion. Bruder, alle! Das ist deine Meinung, Bruder. Nein, das Problem, es liegt bei euch. Was heißt ich mit? Das ist eine schmeichelnde Worte, wenn ihr sagt, alle Religionen sind richtig. Nein, es gibt keine Religion, die Rechtschüsse. Der Religion, der Islam fordert deine Tötung, deine Schwestern zu vergewaltigen, deine Tochter zu vergewaltigen, versklaben. Das ist der Islam. Respektierst du das? Du verstehst mich, glaube ich, nicht. Nein, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, lass mal rausreden. Dieses Problem, das ist eine falsche Richtung, die wir gehen. Genau das habt ihr euch angetan. Warum? Weil wir unserer Kopfhörer neigen und sagen, ist alles okay. Nein, der Islam ist ein terroristisches Religion und befordert jeder mit zu bezahlen zu fordern, sonst werden gekettet. Okay, aber wie stehst du, wie stehst du, wie stehst du als Christ zu den Jesiden? Wie stehst du? Ich liebe alle Volk, ich habe nicht gegen mein Volk, ich helfe meinem Volk, aber mein Volk braucht Jesus Christus. Ich sage die Wahrheit. Das ist falsch, das ist falsch, Mann. Nein. Das ist falsch, was du sagst. Nein, weil Jesus Christus... Du kannst nicht sagen, dass ein ganzes Volk... Das Christentum braucht, dass die alle zum Jesus... Okay, ich respektiere alle Religionen... Alle brauchen Jesus. Schau mal, das ist ein Verrat. Leute, ganz kurz. Leute, ganz kurz. Das ist Verrat 100%. Einmal ganz kurz, einmal ganz kurz, mein Bruder Ali, der Herr segne dich. Nein, 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 Leute, das geht in eine ganz andere Richtung gerade. Man hört mich. Ja, man hört dich, Bero. Leute, das geht in einer ekelhaften Richtung gerade. Also, ich glaube, das machen wir jetzt auch nicht mehr lange. Wir dürfen nicht streiten. Ich küsse doch eure Herzen. Wir dürfen nicht streiten. Ich habe gemerkt, Leute, das geht in einer anderen Richtung. Das ist nicht gut. Deswegen musste ich das kurz stoppen. Alle müssen sich erstmal ein bisschen beruhigen. Und dann können wir weiterreden. Ich bitte euch von ganzem Herzen, bleibt bitte in der Liebe. Ich küsse doch eure Herzen. Wir lieben die Jesiden über alles. Deswegen habe ich die jesidische Flagge hinten. Und wenn wir über das Evangelium sprechen wollen, dann hört man das ja. Wir dürfen nur nicht, klar, ich weiß, wir sprechen hier die Wahrheit. Ja, alles gut. Aber ganz wichtig, Leute, bleiben wir bitte in der Liebe. Okay, ich lasse euch reden, aber bitte bleiben wir in der Liebe. Okay? Show beenden. Dann können auch alle wieder reden. Ich darf ganz kurz meinen Bruder grüßen. Na klar. Bruder Ali, der Herr segne dich mal, liebe Schwester. Warum bist du wieder? Also, Bruder Ali, hörst du mich? Ich höre dich. Es freut mich wirklich, dich zu hören, wirklich, ehrlich. Der Herr segne dich auch. Aber was ich sagen wollte, Bruder Ali kam auch wirklich aus dem Jesidentum. Und wir lieben wirklich die Jesiden. Wir lieben das kurdische Volk. Richtig. Alles. Das liegt uns so am Herzen. Das müsst ihr wirklich verstehen. Wir meinen das nicht mal böse. Es ist ja auch, Schwester Nelly, es ist ja nicht wegen auch die Kurden-Jaziden. Auch ich liebe Araber. Ja, genau. Aber gerade weil die jetzt hier so drin sind. Ich liebe die Muslime auch. Ja. Aber ich liebe den Islam nicht, weil der Islam. Ja. Und deutlich gegen den Herrn Jesus Christus schießt. Weil der Islam ist antichristlicher Geist. Ja, aber darfst du, darfst du aber nicht vergessen, Bruder, die Jesiden haben nie gesagt, dass sie für den Islam sind, darfst du auch nicht vergessen. Nein, nein, es geht nicht darum, Flex, 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 es geht ja nicht darum, bitte bleib mal, du hast mich sehr gut verstanden. Hey, Flex, Bruder, kannst du mich rausschmeißen, ich weiß, wie man rausgeht, aber ich bin eigentlich fertig, Bruder, ich wollte nur das sagen. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass ihr euer Frieden habt, man, jeder soll seine Religion ausleben, wie er will. Babir, der Herr Jesu segne dich mal lieber. Der Herr Jesu segne dich. Ich liebe alles gut. Ich bleib für mich, Jeside. Ja, du kannst bleiben, du kannst bleiben, der Hindu kann seine Kuwait anbeten, der muss in seinen Stein, das ist kein Problem, das ist nicht unser Problem. Wir verkündigen das Evangelium. Aber mit Respekt, bitte, bitte, mit Respekt. Wenn ihr über Jesiden tu redet mit Respekt, bitte. Ganz kurz, Leute, habe ich nicht gesagt. Ganz kurz, Leute, Armo, ich küsse dein Herz. Ganz kurz, Leute, lasst uns, lasst uns diese Diskussion wenigstens beenden. Wir müssen diese Diskussion beenden. Lasst uns einfach in der Liebe bleiben. Okay, lasst uns einfach weiterhin über die Minderheit sprechen. Lasst uns einfach über schöne Dinge sprechen. Und dann ist es okay, weil, wie gesagt, ich möchte nicht, dass die Leute getriggert werden. Nein, ist kein Problem. Also, ich habe auch eine andere Seite, die heißt, es geht hier wie auf kurdisch und da mache ich hier Sachen und auch in der Islam Arbeit. Wer will, kann er mich da folgen? Ich werde auch... Kannst du mich raus schmeißen, bro? Ich bin fern. Wahrer Glaube, bist du morgen da? Warum, was gibt es? Morgen werde ich wahrscheinlich ein bisschen über das Evangelium nochmal sprechen und dann gleichzeitig wieder aufdecken ein bisschen. Wie viele Uhr? Sie müssen mir sagen, wie früher, damit ich mir Zeit... Ja, vielleicht Mittag. So Mittag. Ich habe, ja, ja, okay, dann gucke ich mal, wenn ich da Zeit habe, will ich mit dir da reinkommen. Das ist ja, ich habe da drunter einen Kommentar geschrieben, es geht, Tevi, ist meine kurdische Seite, wo ich da kurdische Arbeit mache. Wer will, kann er mich da folgen und... Bruder Ali. Ja, Schwester. Herr, segne dich und schicke ganz, ganz, ganz liebe Grüße nach Hause. Ich drücke euch alle ganz toll lieb und ich habe euch alle ganz toll lieb. Wie er dich auch, meine Schwester, bleib stark. Der ist mit uns. Ja, aber du weißt, alles wird ein Segen für uns, egal was uns, ne? Ja. Geschossen wird, es ist alles ein Segen. Kein Problem, Schwester, der ist mit uns. Ja. Der ist unsere Stärke, Gott liebt uns. Ja, das hat er auch. Assalamu alaikum, marabu, dobrovichur, bonjour. Bonjour, monsieur. Also Nelly, war es das oder kommt noch was? Achso, ja, ich wollte einmal kurz Bruder Ali hören, ich wollte ihn einmal kurz hören, ich habe schon so lange nicht gehört. Wir reden privat, meine Schwester, kein Problem. Ja, können wir gerne machen, weil ich habe Bruder Ali schon, ich kenne ihn schon voll lange, Flex, schon über Jahre. Ando, was kann ich denn für dich tun? Ja, Bruder, guck mal, es tut mir leid, Jungs, Leute, menschlich, fraulich, guck mal, ich kann nicht so perfekt Deutsch, ich bin vier Jahre hier in Deutschland, ich komme aus Russland, ich bin selber Jesider. Ja, und manchmal, ich tue so diese Werbungen auf TikTok, ich sehe dich mit dieser jesidischen Flagge. Ich will so von dir fragen, willst du was wissen über Jesiden oder, keine Ahnung, immer hier Diskussionen über Jesiden, Christen, Muslimen, so. Also, ich weiß nicht, was du verstanden hast, aber auf jeden Fall, ich unterstütze Jesiden, weil sie in der Minderheit sind und das, was 2014 passiert ist. Und deswegen ist mein Herz für die Jesiden, genau, ich unterstütze Jesiden. Es ist korrekt, korrekt, danke dir, mein Bruder, es ist echt, sehr Respekt von dir, denn sie können sich auch selber, wie heißt das, unterschützen, weißt du, ist korrekt auch, nicht von dir, mein Bruder, aber ich mag nicht das, guck mal, hier, das ist meine Flagge, weißt du, das ist meine Nationalität und ich weiß nicht, da ist stabil, ist korrekt von dir, aber guck mal, solche Sachen, manchmal, Mensch versteht nicht, was der redet, weißt du, und keiner kann so ein Wort sagen bei einem und danach, die machen Provokation, reden schlecht, Bruder. Ich muss dir keine Sorgen machen. Guck mal, ich mache keine Sorgen, wenn du willst, wir können auch persönlich in Deutschland treffen, wo du willst, wo du wirst, ich kann selber zu dir vorbeikommen, ob bei Jesiden willst du was wissen, ob bei Jesiden willst du was fragen, wir können echt auf einem Tisch sitzen, ich komme alleine, Bratan treffen, wir sitzen, essen, quatschen, was du willst, mein Bruder. Jede Mensch, Jesiden, was geboren in Armenien, was geboren in Deutschland, was geboren in Russland, was geboren in Irak, in Surya, manche geboren in Georgien, jeder hat seine eigene Kultur, so, guck mal, Jesiden aus Armenien sind armenische, jesidische Kultur, sind andere, weißt du, diese jesiden, was kommen aus Georgien, die haben schon jordische, jesidische Kultur, weißt du, diese andere von Russland, bisschen russisch und jesidische Kultur. Und die anderen, was kommen von Syrien, syrische, arabische, jesidische Kultur, und reden hier manchmal ein bisschen falsch, mein Bruder, verstehst du? Und sie verstehen nicht selber, was sie reden, und es tut mir weh. Aber eine Frage, eine Frage, du hast gesagt, du bist Jeside aus Russland. Ja, ich bin geboren in Russland, ich bin geboren in Russland, mein Bruder. Ja, ja, gibt es auch, es gibt ja Sieden in Gordien, in Armenien, in Russland gibt es auch sehr viele, große Zahl. Das ist ja der, Bruder, Bruder, Ando. Ich habe euch dort gewandelt. Mhm. Ando. Ja, ja, mein Bruder. Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Bruder, ich küsse dein Herz, du musst dir keine Sorgen machen, Mann. Ich unterstütze die Flagge, Mann. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Nein, ich mache keine Sorgen, mein Bruder. Brauchst du nicht diese Flagge einfach dahinter haben, weißt du? Guck mal, heute ist da gestern, viele. Ich weiß, keiner hat geredet, es mir auch tut weh. Mein Herz ist auch tut weh. Hey, in 2014, was hat passiert, keiner hat geredet, weißt du? So viele Menschen, die haben getötet, aber das hat nicht Islam getötet, Bruder. Weißt du, das haben Terroristen getötet, die Sieden. Bruder, Islam hat damit gar nichts zu tun, verstehst du? Das ist falsche Leute. Das waren falsche. Was los, ey? Was denn? Da bin ich ganz anderer Meinung. Hä? Das hat auf jeden Fall mit dem Islam zu tun. Ob du das hören möchtest, oder nicht, Bruder. Ich habe muslimische Freundschaft, Brudi, Familien. Ich habe Christ, von Christ, mein Bruder. Deswegen ist das nicht gut. Das ist falsch, was ihr redet. Was hast du auch geredet, mein Bruder? Diese hier, wer... Ando, 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 alles gut, Bruder. Ich wollte noch weitermachen. Ich küsse dein Herz, ist kein Problem. Ich küsse mein Bruder. richtig islam aber abu bakar war nicht er war nicht muslim das ist eine lüge mit flexi haben ihr sie den kinder gegessen der fleisch gegessen da bist du bist du sagst du das war gar nicht gerade nur nicht kennst du die geschichte von islam dass die menschen gekauft haben ihren fleisch gegessen haben und keine ahnung was habt ihr da gelesen du kennst keine augen gesehen du hast du selber mit ein euro gehört dass du selber mit ein nein ich studiere den islamisch kennenzulernen soll ich zeigen bei islam steht so was er ist kein jazide mal des mussten warte 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 ganz kurz bruder das sagt zu mir das ist keine jazide das muslim wo bist du warte mal eine frage bist du zu 100 prozent ein jazide ich bin ein jazide ich hab dir doch gesagt wenn du mit mir persönlich kein problem wir können das machen ich bin geboren ich bin geboren ich bin geboren in russland ich bin jazide mein blut ist ein jazides blut du kannst du nicht einfach jazide werden du kannst du aber was für ein jazide bist du denn was für ein jazide bist du oder nicht ich habe gesagt du kannst du nicht jazide werden du kannst du nur jazide geboren weißt du ja ja aber aber was für eine art jazide bist du irakisch oder was für ein jazide bist du was von irakisch ich habe dir doch gesagt ich komme aus russland verstehst du nicht ich komme aus russland und deswegen gegen diese falsche leute was reden hier ich verstehe nicht was die reden und die machen hier richtige internationale provokation verstehst du was ich meine aber das ist mir neu also was ist der neuer man wurde okay moment moment ich ich hole mal jemanden hoch der sie dich ist muslim ich habe aber was habe ich falsch gesagt was du sein gesicht gemacht ich habe etwas falsch gesagt dass du sagen dass ich gemacht nein nein alles gut alles gut alles gut kleinen moment kleinen moment bitte meine esidischen brüder wer möchte hochkommen und auf ihr sie dich oder auf kurmansch mit ihm sprechen also alles gut das ist ein bisschen das ist ein bisschen komisch aber wie gesagt wir holen jetzt mal jemanden hoch wer möchte hochkommt flex flex auch wenn er hier sieht er ist für mich ist es er ist ein verräter er hat sein voll vergatet du bist der beferde woher kommst du wolle du redest mit so viele torrein abgedreht aber gab es dann einfach im messer moment den beschloss lern dann ist also die arabien die haben doch deine schwester vergewaltigt was machst du noch nicht meine schwester sind ja sie denn nicht alle deine schwester und was hast du gemacht mit seinem unterteil dieses dieses ok es geht nicht wir wollen keine mütter beleidigt das geht nicht also wir können keine siedelte sagen dass islam richtig ist er sagt islam hat mit der islam nicht zu tun wie kann er da sagen ich kann doch ja das gehen und du weißt ganz genau wie ich mit der islam umgehe flex oder er ist 100 prozent muslim er hat die hat bilder mit so einem reiter drin und da ist auch die karte drin also soll nicht labern und deswegen schau mal flex hier sind kommen viele du musst die prüfen aber wirklich die diese leute weil die leute hier schießen eben etwas aus dem mund heraus was nicht stimmt und deswegen ist es wichtig wenn einer hier kommt sagt wenn er sieht er sagt die muslimi sind richtig wir haben dich dann hat er mich diese isis und jenes hat mit ich dann nicht so durch hat das gewundert also mich hat das gewundert als er diese aussage getätigt hat also ich greife ihn ja nicht an oder so wird diese aussage fand ich schon ein bisschen hart was er da gesagt hat er hat gesagt das hat nichts mit dem islam zu tun habe ich mir gedacht ja wie gesagt er hat die körper drin also das war definitiv ein nüchner siehst du der hat einen reiter drin so komischen ich weiß nicht wie man das nennt so einen schwarzen reiter und da unten drunter ja siehst du da ist so ein beweis dass er musste bist also da wegen weil er weil er ich gegen islam beschossen habe ist er hochgekommen genau das ist ja das und der islam und natürlich keine religion der welt ist richtig aber der herr jesus christus ist kann ich sage ich wiederum je alle menschen brauchen den herrn jesus christus das ist die wahrheit ob ihr wollt oder nicht jesus ist der einzige weg die absolute wahrheit es gibt keinen weit außer dem jesus christus rettet euer seelen keine religion kann ich retten am ende bleibt nur der jesus christus alles gut hauptsache hauptsache der ist ja jetzt nicht mehr hier drin denn okay also er hat mich mit der aussage ein bisschen geschockt aber naja man kann sich auch an menschen täuschen wie gesagt ich habe das profil abgecheckt der war ist 100 prozent muslim da ist so auf die körper drin also das würde keine sieht wird die körper die ganze zeit posten das macht deswegen habe ich auch gesagt er kann er solche aussagen sagen und seine ganze geschwister wurden getötet die frauen wird was klar vergewaltigt und er sagt dass islam ist friedliches religion islam geben wir eine quelle aus der islam das islam friedel ist eine quelle wahnsinn naja gut naja egal hallo bruder flex ferrmann wie geht's dir danke dir und wie geht's dir auch gut auch gut auch gut was kann ich denn für dich tun mein lieber bruder flex ich habe ein bitte an dich und zwar ich habe ganze zeit gehört ich bin ja ein jeside und ein pil ein oberhaupt ich habe ganze zeit kleine kinder gesehen die so ein quatsch geredet haben und wer jetzt auch der gerade drin ist er sagt er hat jesidentum verlassen und jesidentum ist eine religion wenn du jesidentum verlassen hast und dann redest du so falsch von jesidentum erstmal jesidentum ist keine religion es ist eine philosophie eine denken und ein endlich herzliche dings also man muss mit herzen viele so sehr auch wenn man wenn man ganz kurz der wahre glaube moment leute ist es ganz wichtig ich liebe die es siegen wirklich von ganzen herzen und deswegen ich möchte nicht dass ihr streitet ich führe euch an nein nein wir streiten nicht flex ich sage nur ich bitte das ding ist weil das ding ist ich bekomme ich bekomme alles ab und deswegen möchte ich das thema explodiert dass hier gestritten wird das ist auch nicht meine art ich wollte nur was sagen erst mal zu dir die hat gesagt die hat die sieben verlassen und dann sagt sie es gibt ein gebet von uns unsere gebet heißt oh gott gibt 72 völker und dann uns mit es heißt nicht oh gott verkauft mich an sieben 72 völker die hat ihre religion verlassen dann sollte auch die jesiden ruhe lassen die soll keine falschen dinge über jesiden erzählen in deine leise die macht dich auch schlecht weil die in deinem haus ist und deine haus redet sie falsch über jesidentum jesidentum ist keine ist keine sache wo du anpassen kann ich habe ich habe sie ja korrigiert ich habe gesagt hey wir müssen aber die hat nicht was falsches gesagt die ne die sagt ich bin ich war ja sie denn sie ist christian genauso wie ich auch warum bist du so bist du gekränkt nein nein ich bin nicht gekriegt weil sie hier sieben du verlassen hast du weißt wer sie sind und verlassen kann nicht mehr zurück also soll man auch nicht über ihr sind um reden weil du hast das verlassen ja bei mir nicht schau mal schau mal schau mal warte mal warte mal warte mal wir haben hier okay wir haben was ist okay warte mal abis ich liebe jesus christus aber das heißt nicht dass ich meine religion verlassen muss das hat mit das hat damit zu tun auch wenn du jesus christus liebst aber nicht und ich kenne dich ich habe mich in viele leise gesehen du bist mein vater gehst du mein vater du bist aus du bist aus russia war ich weiß ich weiß nicht wie er ist ja ja ich bin nicht langkreis ich bin kein langkreis ich bin ich straßen verkehrs aber ist das sind südlich ich weiß ihn raus der wird der blabatwunsch müll der typ nein nein er schmeißt mich nicht raus nur weil du quatsch anziehen leute bitte 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 ich bin ich gerade anfangen können wir jetzt bitte über was anderes reden schlag ja weil ich merke ich ich merke wir streiten das ist nicht gut also ich merke ich werde ich werde ärger kriegen hier leute wenn ihr hier streiten tut ich merke dass ich kriege steine ab leute ich sag's euch die leute wir dürfen nicht schreiten du hast hausverbot ab heute du kommst nicht hoch leute nimmt es mir nicht böse ja aber wir müssen wirklich in der liebe bleiben es geht nicht darum weil das ding ist es entwickelt sich es geht in eine andere richtung und das will ich nicht will das vermeiden wir sollten jetzt meinetwegen psalm 23 oder so lesen aber ich glaube das sollten wir jetzt erstmal abschließen dass ich denke ich denke wir sollten jetzt eine pause machen leute ihr müsst euch erstmal alle beruhigen fährmann beruhigt sich der wahre glaube beruhigt sich alle anderen die hier sind beruhigen sich auch leute weil das ding ist sonst es hat es hat sonst kein ende wir müssen eine kleine pause machen leute und alle 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 die hier drin sind ich küsse eure herzen gottes hand ist über euch ja aber ich will ich will nicht dass wir streiten leute ja ich will nicht dass ich versuche das jetzt noch einmal mit euch leute aber bitte 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 wir streiten nicht ich führe ich an wir versuchen jetzt noch einmal also flex er soll erst mal erstellt sein bevor er hier er gegen mir schießt und lügen über mich erzählt ich war ja sie der heißt dass in jaziden gibt es keinen roger in syrien klauen deutlich so meine mutter kommt aus schengal aus sinjar gebirge meine mutter kommt aus zu nun ausgöbeln so mein lieber wenn du was sagst dann musst du auch mit quellen kommen und sagt nicht einfach du bist einer ein moslem gewinnen ich war kein muslim gewesen die waren ja sie da so ich habe auch mal eine frage der wahre glaube erwartet man sieht man sieht und das ist wichtig das ist wichtig dass du nicht einfach sachen erzählt was nicht die wahrheit entspricht so alle leute die mich kennen hier sehr viele dass ich jazide war und hier sind auch viele anderen da und so sind auch hier diesen jaziden die kennen mich dass ich jazide war und ich liebe mein volk aber ich sage es gibt nur ein einzigen wahrheit und das ist der herr jesus christus und dabei bleibe ich der herr jesus christus ist gekommen damit alle menschen erlös werden von ihrer söndenewigkeit leben jesus christus ist nicht gekommen damit wir eine religion bauen einen volk nein jesus gekommen damit wir alle ein einzigen glauben haben und der glaube ist jesus christus und wenn wir glauben werden wir alle gerettet was hindert uns denn wahrheit anzunehmen der jesus christus starb unserer sönden was ist los leute er sagt doch liebt euren nicht nur die feinde der jesus gesagt nicht ich bin gekommen um euch alle zu trösten wie eine mutter euch tröstet wer es der mensch tut das ist deine stolz das interessiert mich nicht was du tust du kannst mir von mir aus einen kuh anbeten ein stein anbeten das interessiert mich nicht aber ich bin dieser wenn ich hier bin ich mache egal welche arbeit ab islam oder jaziden oder buddhismus ist mir egal ich mache diese arbeit und ich bin ich nehme keine platte wo den mund so bin ich der jesus gesagt ihr sollt die wahrheit predigen ob er ob es gelegen oder ungelegen ist wir treten das evangelium den geholfen den jesus christus macht das raus flex was ist dass diese klare ganz die kleine liebe ist dass die sich ja was können wir denn für dich machen alle ja das ist meine kleine schwester ok möchtest du was sagen ja möchte ich ganz kleinen moment meine kleine schwester ist gerade da wollte zu ende reden oder darf ich jetzt kurz reden bruder du kannst du nicht dran das war der obere dran wo das dann darf er reden zu eine entschuldigung ich entschuldige mich da mache ich stumm und oder oder der der mann ziel der mann ich wollte dich was fragen genau ok also ich sag dir erst mal eine sache wann du mal deine siege was heißt das du bist ja jetzt keine sie immer du hast ja das recht nicht dazu dass du über sie überhaupt was erzählt und zweitens wenn du hast respekt uns gegenüber dann solltest du das auch nicht öffentlich sagen dass warum der wahre ist weil es sind die andere glauben auch gesehen und wie glauben ja nicht an jesus ja was hier geht nicht darum dass hier geht nicht darum geht es geht um aufklärung